Sucht ist stärker als Liebe Ein stiller Ruf nach Hilfe Eine Erzählung von Steffen Krumm Erschienen 2019 im New Dreams Verlag Riebnitz-Dammgarten Ein Hörbuch gelesen von Roland Michael Glöckner Vorwort Dieser Schrei einer jungen Frau blieb nicht ungehört. Laura, Mutter von zwei Kindern und verheiratet mit Holger, führt eine glückliche Ehe. Doch im Laufe der Jahre nimmt Holgers Alkoholkonsum immer mehr zu, ohne dass es ihm bewusst wird. Zunächst erkennt Laura darin keine große Gefahr und sieht das Trinkverhalten ihres Mannes als völlig normal an. Nach einiger Zeit führt dieser Alkoholkonsum jedoch zunehmend zu Spannungen und Streit, ja sogar zu heftigen und täglichen Auseinandersetzungen. Laura bestreitet den Kampf ihres Lebens und steht vor enormen Entscheidungen. Wie sehr wird sie eine Trennung einschränken? Kann sie dies überhaupt ihren Kindern antun? Wird sie allein klarkommen? Oder ist sie auf Holger angewiesen? All diese Fragen werden in diesem Buch beantwortet und von außen beleuchtet. Dieses Buch gibt einen tiefen Einblick in das Krankheitsbild der Co-Abhängigkeit, wie diese schleichend und fast immer unbemerkt jeden treffen kann und sich nicht nur auf die Partner beschränkt, sondern Eltern, Geschwister, Freunde und vor allem die Kinder betrifft. Das Geschriebene trifft nicht auf jeden zu, doch vielleicht wird sich der eine oder andere wiedererkennen und dadurch Möglichkeiten in Betracht ziehen, die er vorher nicht kannte, um diese mächtige Abhängigkeit abschütteln zu können. Dieses Thema ist bisher noch sehr unpopulär, wird aber aufgrund einer wachsenden Zahl von Co-Abhängigen Menschen immer häufiger in den Fokus gerückt. Wir tun gut daran, uns mit Möglichkeiten auseinanderzusetzen, um den Betroffenen jegliche Hilfe in unserem Land zukommen zu lassen. Kapitel 1 Glücklich Laura war glücklich und Holger ihr Traummann. Zusammen hatten sie zwei wundervolle Kinder. Sie hatten sich immer ein sorgloses Familienleben gewünscht. Holger arbeitete als Vorarbeiter in einem Hochbaubetrieb, sie als Bürokauffrau in einem Versicherungsunternehmen. Die Kinder Justin und Lisa im Alter von sieben und fünf Jahren waren umgänglich und bereiteten ihnen viel Freude. Die Familie lebte in Eintracht und Harmonie. Sie waren jetzt neun Jahre verheiratet und kannten sich schon aus der Schule. Doch erst nach dem Abschluss hatten sie sich ineinander verliebt. Als sie sich das Ja-Wort gaben, sollte es für beide bis an ihr Lebensende Gültigkeit haben. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass ihre Ehe jemals zerbrechen würde. Warum auch? Sie liebte ihren Mann und er sie. Bei diesen Gedanken wurde ihr bewusst, wie viele Ehen immer wieder kaputt gehen. In ihrem Bekanntenkreis kam es auch ab und zu zu Krisen, bis hin zur Scheidung. Oftmals, aus ihrer Sichtweise durch völlig banale Gründer, nahmen die Menschen es nicht mehr so genau mit dem Spruch, bis dass der Tod euch scheidet. Bei ihr und Holger gab es auch manchmal Meinungsverschiedenheiten, doch das war völlig normal. Nach einem Streit versöhnten sie sich schnell und dann war alles wieder in Ordnung. Wenn sie an Sabine dachte, wurde sie sehr traurig. Sabine war ihre beste Freundin und führte zweifellos die schlimmste Ehe, die man sich vorstellen kann. Sie war etwas älter als Laura und mit ihrem Mann Andreas schon 15 Jahre verheiratet. Andreas, ein Alkoholiker, machte ihr und den beiden Kindern das Leben zur Hölle. Wie oft kam Sabine mit einem Pfeilchen zu Laura, um sich auszuweinen? Wie oft hatten Laura und Holger die beiden Kinder Paul und Marie in Obhut, damit ihnen nichts passiert? Die Kinder waren sehr verschüchtert und ängstlich und waren immer froh, wenn sie in Lauras heile Familie durften. Warum ließ Sabine sich nicht scheiden? Warum konnte sie diese Entscheidung nicht treffen? Von Anbeginn ihrer Ehe war sie immer wieder verprügelt worden, beleidigt und gedemütigt. Warum hatte sie diesen Typen überhaupt geheiratet? Aus Liebe? Sabine sprach nie darüber, was sie an Andreas fand und warum sie ihn nicht verließ. Laura konnte das auch bei anderen Frauen nicht verstehen, dass sie sich trotz dieser Gewalt nicht von ihren Männern trennten. Bei ihrer Mutter war es damals genauso gewesen. Sie hatte nicht die Kraft gehabt, sich von Lauras Vater zu trennen, der ebenfalls ein extremer Alkoholiker war. Es gab ständig Streit und Geschrei bei ihnen zu Hause. Lauras Mutter wurde oft völlig grundlos verprügelt und auch sie selbst musste viel einstecken. Laura wurde schlecht, als die Erinnerungen an ihre Kindheit hochkamen. Sie wusste, sollte Holger jemals die Hand gegen sie erheben, wäre es das Aus. Sie wäre sofort mit den Kindern verschwunden. Doch Gott sei Dank war Holger nicht so, auch wenn er manchmal einiges an Alkohol in sich reinkippte. Während sie noch ihren Gedanken nachhing, kam Holger von der Arbeit. »Hallo, mein geliebter Schatz«, rief er ihr gleich von der Tür aus zu, »wir sind heute Abend eingeladen bei Thorsten und Ines.« »Heute Abend?« »So kurzfristig?«, entgegnete Laura. »Wie sollen wir das so schnell mit den Kindern regeln? Und welchen Anlass gibt es denn jetzt schon wieder?« Thorsten war Holgers Chef und sie waren mit ihm und seiner Frau befreundet. Thorsten hat einen Auftrag ans Land gezogen und das soll gefeiert werden. Laura hatte keine große Lust auf Party, zumal es mitten in der Woche war und sie Tina fragen musste, ob sie auf die Kinder aufpasste. Tina war ein junges Mädchen aus der Nachbarschaft und freute sich immer über das Babysitting, allerdings hatte sie schon letzten Samstag die Kleinen gehütet, denn auch da war eine Fete bei Holgers Kumpel Ralf angesagt gewesen, die feuchtfröhlich endete. Den Sonntag danach war Holger den ganzen Tag über nicht aus dem Bett gekommen. Es ging ihm immer sehr dreckig, wenn er einen über den Durst trank. Doch nach ein paar Tagen war das wieder Geschichte, nach dem Motto »Nie wieder Alkohol«, »Okay, darauf trinken wir einen«.« Sie musste immer über diesen Spruch lachen. Holger hatte durchweg solche Wortwitze drauf, war sehr humorvoll und brachte sie oft zum Lachen. »Nun gut, dann heute Abend wieder eine Party. Ganz so lang wird es wohl nicht gehen, denn sie und Holger mussten beide morgen zur Arbeit.« Tina erklärte sich sofort bereit, auf die Kinder aufzupassen. Beim Abschied sagte Laura zu ihr, dass sie gegen 23 Uhr nach Hause kommen werden. Sie waren dann schließlich kurz nach 23 Uhr zurück, jedoch nur, weil Laura nicht locker ließ und Druck machte. Wäre es nach Holger gegangen, hätten sie immer noch bei Thorsten und Ines einen Trink nach dem anderen zu sich genommen. Laura machte sich nichts aus Alkohol. Ab und zu mal ein Glas Wein oder zwei reichten ihr völlig aus. Sie hatte schon in frühester Kindheit mitbekommen, wie der Alkohol ihren Vater und somit die Familie zerstörte. Holger hingegen bezeichnete sich selbst als Kampftrinker, der einen ganzen Stiefel vertragen konnte. Glücklicherweise kam es nicht so häufig vor, doch wenn er trank, dann trank er viel. Deswegen machte sich Laura aber keine großen Sorgen. Für sie war es normal, dass die Männer vom Bau sich hin und wieder mal ordentlich die Kante gaben. Holger war ein sehr liebenswerter, fleißiger Mensch und las ihr jeden Wunsch von den Augen ab. Justin und Lisa liebte er über alles und war immer für die beiden da. Auch die Kinder fanden ihren Papa toll und konnten sich keinen besseren vorstellen. Sie lachten viel gemeinsam, liebten sich und nur das zählte für Laura. Kapitel 2 Der 10. Hochzeitstag Rosenhochzeit Zehn Jahre verheiratet Wunderbar Fantastisch Einfach toll Laura war aufgeregt und überglücklich. Es sollte ein ganz besonderer Tag werden. Eine schöne Feier mit vielen Gästen. Sie hatte dieses Datum lange vorher schon geplant. Alles sollte stimmen. Holger hatte sie in diesem Morgen mit einem schönen Sektfrühstück und zehn roten Rosen überrascht. Er war einzigartig. Ihr Mann Ihr Freund Ihr Tröster Ein guter Vater Was wollte sie mehr? Nach dem Frühstück fuhren sie alle vier ins Wasser. Es war Frühjahr und der Strand fast menschenleer. Das Spektakel der Möwen über ihren Köpfen Das leichte Tosen des Windes der die Wellen brach Die angenehme Temperatur Das alles mochte sie. Sie liebte das Meer. Die Kinder tobten ausgelassen herum. Holger und sie gingen Hand in Hand am Ufer entlang und küßten sich oft. Plötzlich zauberte er zu ihrer Überraschung zwei Piccolo-Sektflaschen nach seiner Tasche und sie stießen auf ihre zehnjährige Ehe an. Auf weitere zehn wunderbare Jahre mit dir, sagte er. Ich liebe dich, erwiderte Laura. Vom Strand aus gingen sie in das Fischrestaurant, das sie so sehr mochten. Sie aßen ausgiebig. Holger kippte während des Essens drei Bier in sich hinein. Die Kinder durften heute Cola trinken und Laura bestellte sich Apfelschorle, denn es war abgemacht, dass sie mit dem Auto zurückfahren sollte. Dann ging es wieder nach Hause. Es mussten noch einige Vorbereitungen getroffen werden. Sie hatten für die Party heute Abend ein Catering-Unternehmen gebucht. Dennoch war einiges zu tun. Sie richteten gemeinsam das Wohnzimmer her. Stühle und Tische brachte Holger aus dem Schuppen ins Haus. Laura kümmerte sich um das Eindecken. Erstmal eine Pause, meinte Holger und machte sich ein Bier auf. Laura wies ihn darauf hin, dass er nicht vorher schon so viel trinken solle. Schließlich wolle er bis zum Ende durchhalten. Holger lachte und sprach, eine Pulle Bier ist besser als die Polizei. Laura musste ebenfalls lachen. Das war wieder typisch für Holger. Sie hoffte aber, dass er trotz des Feiertags nicht übertrieb. Justin und Lisa durften heute bei Tina schlafen. Dadurch wurde Laura diesen Abend sehr entlastet, zumal auch das Essen geliefert wurde. Als sie alles hergerichtet hatten, war wieder eine Pause dran und Holger sagte, jetzt hätte er sich aber mal einen Lütten verdient. Damit meinte er Schnaps, was Laura nicht so toll fand. Dennoch ließ sie ihn gewähren, denn an diesem Tag konnte sie keinen Streit gebrauchen. Gegen Abend trudelten die ersten Gäste ein. Ihre und Holgers Eltern, dann Lauras Schwestern, Marie und Anne, Holgers Bruder Sven mit seiner Frau Alina und auch die anderen Verwandten und Freunde trafen ein. Voll gepackt mit Geschenken, obwohl sich vorher alle einig gewesen waren, dass es keine Geschenke geben sollte. Als jeder seinen Platz gefunden hatte, wurde zunächst einmal auf das Rosenhochzeitspaar angestoßen, jeder mit jedem. Das Klirren der Gläser nahm kein Ende. Als schließlich Ruhe eintrat, hielt Holger eine Rede. Laura bemerkte, dass ihm das Sprechen ein wenig schwer fiel, was kein Wunder war, nach all dem, was er vorher schon den ganzen Tag lang getrunken hatte. Dann kam das Essen. Sie hatten beim Bestellen sorgfältig alles ausgesucht, sodass für jeden etwas dabei war. Alle waren begeistert und das große Essen konnte beginnen. Nachdem alle satt waren, brachten die drei Schwestern, Laura, Marie und Anne, das Geschirr in die Küche. Die drei verstanden sich schon immer gut und konnten über alles reden. Es dauerte nicht lange und sie kamen, auf ihre Männer zu sprechen. Laura sagte zum ersten Mal, dass sie das Gefühl hätte, Holger trinke zu viel. Die anderen beiden taten das aber mit einem Lachen ab und meinten, wer tue das nicht, alle saufen, erwiderte Marie, das ist doch nichts Besonderes. Es gab keinen Mann in ihrem Bekanntenkreis, der nicht gern mal einen nahm. Laura solle nicht zu viel darüber nachdenken und bei Holger brauche sie sich bestimmt keine Sorgen zu machen. Der wusste, was er tat, so die einstimmige Meinung ihrer Schwestern. Vielleicht hatten Marie und Anne recht und Laura hielt sich grundlos mit Gedanken über das Trinkverhalten ihres Mannes auf. Aus dem Wohnzimmer klangen schöne Partysongs, die Stimmung wurde allmählich ausgelassener und jeder schenkte sich selbst ein. Zu später Stunde wurde die Feier immer lustiger. Laura achtete nicht darauf, wie viel Holger trank, aber an seinem Verhalten und Reden bemerkte sie, dass er langsam aufhören sollte. Nach und nach verabschiedeten sich die Gäste. Es war abgemacht, dass Sven und Alina bei ihnen übernachten, denn sie hatten einen etwas längeren Heimweg. Jetzt waren nur sie vier übrig und freuten sich über die tolle Feier. Da keiner ins Bett wollte, unterhielten sie sich noch eine Weile. Sven trank jetzt Wasser, Alina und Laura nippten an ihrem Glas Wein und Holger hatte ein Bier vor sich stehen, goss sich aber zwischendurch immer mal einen Wodka ein. Plötzlich ein Geschepper. Holger wollte von seinem Stuhl aufstehen und hielt sich dabei am Tisch fest, welcher mit voller Wucht umkippte. Daraufhin konnte er sich nicht mehr auf seinen Beinen halten und knallte mitten in die Trümmer. Die drei anderen sahen sich entsetzt an. Sven sprang vom Stuhl, um Holger zur Hilfe zu kommen, der versuchte, sich aufzurappeln und lallte dabei, ist nicht passiert. Nachdem Sven ihm hochgeholfen hatte, sah Laura zu ihrem Entsetzen, daß eine riesige Glasscherbe in Holgers Arm steckte, aus dem das Blut nur so floss. »Wir brauchen einen Krankenwagen«, hörte sie Sven, wie aus weiter Ferne sagen. Ihre Gedanken wirbelten hin und her. Sie stand völlig neben sich. Was war noch passiert? Warum hatte Holger wieder so viel gesoffen? Es hätte ein wunderschöner Tag werden sollen. Bis vor kurzem war es das auch noch gewesen. Und nun dies? Laura kam sich vor wie in einem Film. Das Klingeln an der Wohnungstür holte sie in die Realität zurück. Der Krankenwagen stand vor der Tür. Die Rettungssanitäter und der Notarzt betraten das Wohnzimmer. Holger lallte immer noch vor sich hin. »Ein Mann vom Bau haut nichts um!« »Das muss genäht werden. Wir nehmen ihn mit ins Krankenhaus«, sagte der Notarzt. »Danach kann er wieder mit nach Hause.« Der Rettungswagen fuhr ohne Blaulicht und Martinshorn zum Krankenhaus, denn es war mitten in der Nacht und die Straßen waren leer. Laura fuhr hinterher, um Holger nach seiner Behandlung wieder mit nach Hause nehmen zu können. Es dauerte nicht lange und die Wunde war genäht und verbunden. Sie konnten zurück nach Hause fahren. Während der Fahrt machte Laura ihrem Mann heftige Vorwürfe. »Stell dir mal vor, die Scherbe wäre in deinem Hals gelandet oder im Auge. Du hast mir die ganze Feier versaut. Was sollen Alina und Sven von dir denken? Das Wohnzimmer sieht aus wie Sau. Hörst du überhaupt zu?« Sie war außer sich vor Wut. Holger nuschelte, dass er eine ziemlich große Wunde hatte und sie ihn nicht so runtermachen solle. Schließlich wäre er schwer krank. Zu Hause angekommen halfen Sven und Alina Holger ins Bett zu bringen. Die beiden hatten schon versucht, das Nötigste aufzuräumen, dennoch sah es furchtbar aus im Wohnzimmer. Eine riesige Blutlache, die langsam trocknete, schmückte den Fußboden. Das würde eine Menge Arbeit werden, alles wieder in den Normalzustand zu bringen, dachte Laura. Gemeinsam befreiten sie Holger von seiner Kleidung. Allein war er zu nichts mehr fähig, so besoffen hatte Laura ihn noch nie gesehen. Wodka, ich brauche noch einen Wodka. Holgers Stimme war energisch, doch alle redeten auf ihn ein, dass er für heute genug hätte. Als sie ihn nach einer gefühlten Ewigkeit im Bett hatten, atmeten sie alle drei durch und versuchten, das Geschehene zu verarbeiten. Laura weinte leise vor sich hin. Alina und Sven versuchten sie zu trösten. Sieh mal, Laura, so etwas passiert nicht alle Tage und morgen wird Holger sich entschuldigen und die Welt ist wieder in Ordnung, sagte Sven. Alina war der gleiche Meinung. Dein Mann hat heute einfach zu viel getrunken, das wird ihm eine Lehre sein. Hoffentlich, dachte Laura, hoffentlich denkt er langsam darüber nach, kürzer zu treten mit dem Alkohol. Zum Glück waren die Kinder nicht da, es wäre eine Katastrophe gewesen, wenn sie ihren Vater so gesehen hätten. Alina und Sven gingen ins Gästezimmer zum Schlafen. Morgen räumen wir gemeinsam auf, sagten sie zum Abschied. Laura saß noch eine Weile im Wohnzimmer und hing ihren Gedanken nach. Dann gingen auch sie ins Schlafzimmer. Bevor sie einschlief, nahm sie sich vor, Holger morgen vorerst zu ignorieren. Kapitel 3 Das erste Mal Laura wurde langsam wach. Das Bett neben ihr war leer. Mit einem Mal wurde ihr bewusst, was geschehen war und ihre Stimmung war sofort auf dem Nullpunkt. Außerdem hatte sie schlecht geschlafen. Sie erinnerte sich an merkwürdige Träume. Normalerweise, wenn sie morgens wach wurde, freute sie sich auf den Tag, doch das war heute anders. Wo war Holger? Sie hörte klirrende Geräusche, die darauf hinwiesen, dass jemand die Scherben zusammenfegte. Am liebsten wäre sie wieder eingeschlafen, doch das konnte sie nicht tun. Alina und Sven waren ihre Gäste und Laura wollte trotz alledem eine gute Gastgeberin sein. Nachdem sie sich frisch gemacht hatte, ging sie nach unten ins Wohnzimmer. Es sah schon wieder halbwegs wohnlich aus, fast als wäre nichts passiert. Holger und Sven waren dabei, alles so hinzustellen, wie es vor der Feier gestanden hatte. Alina machte sich in der Küche zu schaffen. Sie hatte bereits abgewaschen und strahlte Laura freudig an. Na, du Schlafmütze, ist die Überraschung gelungen? Laura wusste nicht, was sie sagen sollte. Sie freute sich sehr, dass die ganze Arbeit schon erledigt war. Sie umarmte ihre Schwägerin und gab ihr einen Kuss. Klar ist es euch gelungen. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Sieht ja alles fast so aus, als hätte ich es gemacht. Sie zwinkerte Alina zu, die laut lachen musste. Holger kam mit gesenktem Blick in die Küche. Alina ging zu Sven ins Wohnzimmer. Liebling, waren Holgers erste Worte, es tut mir sehr, sehr leid, was passiert ist. Ich weiß, dass ich gestern einfach zu viel getrunken habe und es nie wieder vorkommen wird. Laura sah ihn nachdenklich an. Ich finde, du trinkst allgemein zu viel, nicht nur gestern. Sieh dich nur an, wie du aussiehst, völlig daneben und dann kommt noch die Verletzung dazu. Du findest kein Ende mehr, wenn du trinkst. Wie soll das weitergehen? Was willst du Torsten sagen? Du kannst jetzt erst mal nicht arbeiten. Wenn du so brauchst du das Zeug, Holger, du musst kürzer treten. Wir werden den Kindern nicht sagen, was passiert ist. Es würde sie nur unnötig beunruhigen. Sie sagte ihm diese Worte laut und unmissverständlich, sodass Holger etwas erschrocken war. Holger erwiderte vorerst nichts. Okay, er hatte gestern ein bisschen mehr getrunken, aber musste Laura deshalb so einen Aufstand machen. Sie tat ja so, als würde er ständig trinken. Gestern war ein besonderer Tag, da kann man schon mal ein wenig mehr zuschlagen als sonst und die Verletzung hatte er sich nicht bewusst zugefügt. Es wird mehr werden, so ein Quatsch. Er wusste genau, was er tat und verkraften konnte, wollte sie ihn zum Alkoholiker abstempeln. Die spinnt wohl, weil sie sich immer nur an ein oder zwei Gläsern die konnten gar nicht mehr ohne, bei denen war jeden Tag Saufmann gesagt. Wollte sie ihn etwa mit diesen Leuten vergleichen? Er liebte Laura sehr, doch manchmal übertrieb sie und schaukelte sich an Dingen hoch, die es einfach nicht wert waren. Er wurde ziemlich ärgerlich, ja fast schon wütend, außerdem ging es ihm dreckig, dadurch war er leicht reizbar, ein Wunder, dass er heute morgen aus dem Bett kam. Das schaffte er auch nur, weil er einen tierischen Brand hatte. Er hätte Cola oder Wasser trinken können, wie sonst auch, aber erstens war er noch nicht nüchtern und zweitens wusste er ganz genau, wie gut Bier den enormen Durst löschte. Wenn Laura wüsste, dass er schon zwei Flaschen getrunken hatte, würde sie durchdrehen. Er gab ihr erst mal beim Frühstück und unterhielten sich völlig normal. Kein Wort mehr über Holgers Aussetzer. Laura hielt das für richtig, denn sie merkte in ihm eine leichte Gereiztheit. Lag es daran, dass sie ihm ihre Meinung gesagt hatte, oder ging es ihm einfach nur schlecht? Sie wunderte sich sowieso schon die ganze Zeit, wie er es schaffte, nicht wie so den ganzen Tag im Bett zu liegen. Er hatte sogar das Wohnzimmer mit aufgeräumt. Es war wohl sein schlechtes Gewissen, welches ihm den Halt gab, sich zusammen zu reißen. Gegen Mittag verabschiedeten sich Alina und Sven. Bis auf Holgers Bescherung war es eine schöne Feier, meinte Alina lachend beim Abschied. Auch Sven sah es alles nicht zu verbissen und sagte beim Losgehen zu Holger, Solltest du mal vom Stuhl kippen, hältst du wenigstens die Flasche fest, damit die nicht zu Bruch geht. Holger quälte sich ein Lachen heraus, dann fuhren die beiden los. Laura und Holger gingen schweigend ins Haus zurück. Keiner wusste so richtig, was er sagen sollte. Holger brach schließlich das unangenehme Schweigen. Also, wie schon gesagt, es tut mir leid, Laura, und es wird nicht nochmal vorkommen. Versuche es bitte einzuhalten, denn glaub mir, es wird schlimmer, ich kenne das von meinem Vater, wie du weißt, entgegnete sie verhalten. Jetzt verglich sie ihn auch noch mit ihrem versoffenen Vater, das glaubte er nicht. Sie hatte ihm alles erzählt, was sie in ihrer Kindheit durch den Suft des Vaters erlebt hatte. Nach ihren Schilderungen musste es sehr schlimm gewesen sein. Holger konnte keine Gewalt gegeben. Es war fast schon dreist von Laura, ihn mit diesem Suftkopf auf eine Stufe zu stellen. Er hatte sich während des Frühstücks ganz gut abreagiert und nun schaffe Laura es in Sekunden Bruchteilen ihn auf 180 zu bringen. Er würde sich gleich wieder ins Bett legen wollen, allerdings vorher noch ein Bier trinken, um seinen Ärger über Laura loszuwerden, denn sonst könnte Ich gehe mal ein bisschen frische Luft schnappen. Hoffentlich will sie nicht auch raus, dachte er beim Losgehen. Laura wollte nicht raus. Sie räumte das restliche Geschirr weg und machte sich Gedanken. Gut, Holger wird vorerst nicht arbeiten können. Thorsten, sein Chef wird nicht begeistert sein. Vielleicht konnte Holger dadurch ein paar nötige Kleinigkeiten am Haus durchführen, soweit die Wunde in seinem Arm es zuließ. Sie machte sich immer noch ernsthafte Gedanken über Holgers Trinkgewohnheiten. Ist es mehr geworden? Eigentlich nicht. Zum Glück trank er nicht am nächsten Tag weiter, denn sonst würde er wahrscheinlich bald keine Grenzen finden. Sie konnte sich beruhigen, indem sie sagte, er hat sich entschuldigt und sie glaubte ihm, dass so etwas nicht mehr passierte. Wahrscheinlich war es ihm selbst total unangenehm. Holger liebte sie und war nicht Typ, der nach einer Feier am nächsten Tag gleich weitermachte. Mit diesen Gedanken schlief sie langsam auf der Couch ein. Holger kam nach etwa zwei Stunden zurück ins Haus. Während dieser Zeit hatte er noch mal ein paar Bier getrunken. In der Garage stand immer genug. Eins trank er gleich vor Ort, zwei nahm er mit sich für unterwegs. Die frische Luft und die Biere taten ihm gut. sonst anders. Waren diese paar Bier, die er jetzt im Körper hatte, für sein Wohlbefinden verantwortlich? Nein, das konnte er sich nicht vorstellen. Allerdings ging es ihm heute besser als sonst. Naja, es war sowieso eine Ausnahme, denn normalerweise trank er nicht am nächsten Tag, weil er es widerlich fand und eigentlich nichts mehr runter bekam. Laura hatte ihn mit Laura zu tun hatte. Er sah Laura schlafend auf der Couch liegend. Sie ist eine hübsche Frau, dachte er und gab ihr einen leichten Kuss. Ich liebe dich, murmelte er und ging ins Schlafzimmer um sich hinzulegen. Als Holger sie küsste, war Laura schon wach und wunderte sich, dass er immer noch eine Fahne hatte, denn es war spät am Nachmittag. Er hatte gestern Abend viel getrunken, war er vielleicht noch nicht richtig nüchtern oder hatte er etwa Nein, das konnte sie sich nicht vorstellen. Heute hatte er nicht getrunken. Es ließ ihr dennoch keine Ruhe und sie beschloss ihn zu fragen, sobald er ausgeschlafen hatte. Bis dahin vertrieb sie sich die Zeit mit Lesen. Gegen Abend Laura hatte schon den Tisch gedeckt, kam Holger völlig zerknittert in die Küche. »Gib mir das Scheiße«, waren seine ersten Worte. »Na, woher das wohl kommt?« meinte Laura scherzhaft. »Ja, ja, ist schon gut, ich weiß, dass es ein bisschen zu viel war.« »Bisschen ist gut. Wie willst du das morgen mit Thorsten klären?« Eigentlich wären Thorsten und Ines auch bei ihrer Party gewesen. Doch die beiden feierten bei Ines Eltern deren goldene Hochzeit. »Werde ihn anrufen und ihm alles erklären. Er wird es schon verstehen. Muss er mal zwei Wochen ohne mich klarkommen.« Laura wollte es jetzt unbedingt wissen. »Holger, sei bitte ganz ehrlich zu mir. Hast du heute wieder was getrunken?« »Sag mal, spinnst du? Du weißt genau, dass ich nicht saufen kann am nächsten Tag. Warum fragst du?« Holger fühlte sich unbehaglich. Wie kam sie darauf? Hatte sie etwas gemerkt? Bestimmt hatte er immer noch eine leichte Fahne, aber die konnte von gestern sein. Er musste es abstreiten, sonst bekam er Vorwürfe ohne Ende und wahrscheinlich zog Laura wieder Vergleiche zu ihrem Vater. Das konnte er überhaupt nicht gebrauchen, zumal es ihm wirklich schlecht ging. Er danach rechtzeitig ins Bett zu verschwinden, um Lauras eindringlichen Fragen aus dem Weg zu gehen. Zum Glück klingelte es. Bestimmt Tina mit den Kindern. Holger war erleichtert. Von den Kindern würde Laura ihre grauenvolle Fragerei hoffentlich endlich bleiben lassen. So war es dann auch vorerst. Sie begrüßten Justin und Lisa fröhlich wie immer und freuten sich, dass sie wieder da waren. Holger war stolz auf seine Kinder und liebte sie sehr. Was ist mit deinem Arm passiert, Papi? Justins Frage verlangte eine Erklärung. Ach, das ist nichts Schlimmes, sagte Laura. Papa ist gestern unglücklich auf eine Scherbe gefallen und hat sich dabei verletzt. Genau, rief Holger, aber ein Indianer kennt keinen Schmerz. Dabei lachte er und hob zuerst Justin und dann Lisa in die Höhe und tobte mit ihnen umher. Damit war die Sache erledigt. Laura atmete tief durch. Jetzt waren zunächst die Kinder wichtig und brauchten ihre Aufmerksamkeit. Später als die beiden im Bett waren, wollte Laura das Gespräch nochmal auf Holgers Trinkverhalten lenken, doch Holger wickelte sofort ab, meinte, er sei müde und wolle einfach nur schlafen. Laura war enttäuscht. Sie hatten beide immer gesprochen, wenn zwischen ihnen etwas unklar war. Sie hatten auch keine Geheimnisse voreinander, denn beide waren der Meinung, dass es in einer Ehe wichtig sei, sich alles zu erzählen. Heute jedoch war sie nicht mehr sicher, ob Holger jedoch etwas verschwiegen hatte. Sie gingen ins Bett. Jeder hing seinen Gedanken nach. Er hat es nicht mehr geschafft, heimlich noch ein Bier zu trinken. Dementsprechend war sein Körper ein starker Aufruhr. Aber da musste er durch, morgen würde es ihm besser gehen. Hoffentlich konnte er schlafen, denn jetzt schossen ihm etliche quälende Gedanken durch den Kopf. Wie könnte er Thorsten sagen, dass er für zwei Wochen ausfiel? Was vor einigen Stunden noch ziemlich einfach erschien, Holger jetzt als Hürde. Thorsten würde einen Anfall bekommen, bei Krankschreibung kannte der keinen Spaß. Ihm wurde bewusst, dass er mit Bier einiges leichter ertragen konnte, jedoch wollte er es nicht noch mal so übertreiben wie gestern und auf keinen Fall am nächsten Tag nachtanken. Mit Laura würde sich schon alles wieder einrenken. Bisher konnten sie sich nach einem Streit immer wieder schnell zusammenraufen. Holger hatte noch nie den nächsten Tag weiter getrunken. Heute war es zum ersten Mal geschehen. Auch Laura konnte nicht gleich einschlafen und wälzte sich hin und her. Eigentlich war ja nichts Schlimmes passiert. Gut, Holger hatte sich verletzt, weil er es mit dem Trinken übertrieben hatte, würde für zwei Wochen auf seine Arbeit ausfallen, aber all das war kein Weltuntergang. Viel mehr machte ihr die Frage zu schaffen, hatte er am nächsten Tag getrunken? Denn wenn ja, würde es nicht bei diesem einen Mal bleiben. Sie kannte sich Morgen würden sich beide wieder vertragen und Laura hoffte inständig, dass alles wieder in normale Bahnen verlief. Sie hatte sich ihren zehnten Hochzeitstag harmonischer vorgestellt. Mit diesem Gedanken schlief sie ein. Kapitel 4 Nur ein Fehltritt Am nächsten Tag war alles wie sonst auch. Der Alltag hatte sie wieder. Die Kinder gingen in die Schule, Laura fuhr zu ihrem Versicherungsbüro und Holger blieb zu Hause und tat das Unangenehme, weil er musste. Der Anruf Thorsten war choleriger und bekam sofort einen Anfall, als Holger ihm die Botschaft am Telefon überbrachte, dass er vorerst ausfiel. Wie konnte das passieren? Hast du wieder zu viel gesoffen? Wie soll ich so schnell eine Vertretung für dich finden? Kannst du wenigstens ein paar Hilfsarbeiten machen? Komm sofort her und verrichte das Nötigste. Thorsten bekam sich nicht wieder ein. Holger wollte immer etwas sagen, kam aber nicht zu Wort. Mensch, Holger, du weißt, wie unsere Auftragslage ist. Wir haben ein neues Ding am Laufen. Wie soll ich das ohne dich schaffen? Komm her, wir regeln das irgendwie. Du hast ja aber es geht wirklich nicht. Was wenn die Wunde wieder aufreißt? So ein Quatsch, wenn die Wunde wieder aufreißt. Thorsten wurde höhnisch. Er konnte das gut. Er wusste genau, wo er ansetzen musste. Bist du ein Weichei? So kenne ich dich gar nicht. Was ist los mit dir? Du ziehst doch sonst auch alles durch. Holger, du bist mein bester Mann, ich kann ich auf dich verzichten, sei keine Memme und komm her. Für einen kurzen Moment wollte Holger einlenken und hinfahren, doch diesen Gedanken verwarf er sofort wieder. Er nahm seinen ganzen Mut zusammen. Nein, ich werde nicht arbeiten, auch keine Hilfstätigkeiten. Mit diesen Worten legte er auf, in der Erwartung, dass Thorsten sofort zurückrufen würde, doch nichts der gleichen geschah. Zum Glück, dachte Holger, damit ist diese Sache erst mal geklärt. Dennoch ärgerte er sich furchtbar über Thorstens Worte. Es stimmt, Holger war der Beste in der Firma, doch bisher war es immer gegangen, wenn jemand ausfiel. Thorsten rief dann bei befreundeten Firmen an und konnte sich einen Hilfsarbeiter besorgen. Holger steigerte sich mehr und mehr in diese scheußliche Auseinandersetzung hinein. Weichei und Memme. Diese Worte klangen ihm im Hattet er nicht mehr alle Latten am Zaun? Holger war immer da, hatte Überstunden ohne Ende geschrubbt und jetzt, wo er ausfiel, musste er sich so niedermachen lassen? Er war außer sich vor Wut. Eine Gereiztheit stieg in ihm auf, die er so nicht kannte. Er hatte noch ein paar körperliche Nachwirkungen von gestern, aber das war normal und daran konnte es nicht liegen. Thorsten, dieser Idiot, hatte ihn Mit einem Zug trank er die Flasche aus. Nach der zweiten hatte er sich ein wenig beruhigt, er musste noch mal mit Thorsten reden. Eigentlich waren sie doch Freunde, dachte er zumindest. Ein Bier und dann würde er ihn ein zweites Mal anrufen. Holger schaute auf die Uhr, kurz vor zwölf. Laura durfte auf keinen Fall mitbekommen, dass Holger schon wieder was getrunken hatte, also musste er unbedingt nach dem dritten Bier aufhören. Er ging in den Garten, setzte sich auf die Terrasse und lauschte dem Gezwitscher der Vögel. Ihr habt es gut. Ihr müsst euch nicht wegen jedem Scheiß sorgen, euch brüllt keiner am Telefon an und Hilfsarbeiten braucht ihr auch nicht zu erledigen, oder doch? Während er sich selbst so zuhörte, fragte er sich, ob noch alles bei ihm in Ordnung wäre. Es war dieser Ärger, der er nicht los ließ. Wie sollte es jetzt weitergehen? Würde Thorsten sich wieder einkriegen? Er musste noch mal anrufen, schließlich waren sie Freunde. Das Freizeichen ertönte, fünfmal, sechsmal, siebenmal. Holger wollte schon auflegen, da meldete sich Thorsten. Was gibt es, Holger? Wann kommst du her? Ich werde nach, es geht wirklich nicht. Holger fühlte sich miserabel bei diesen Worten, doch was sollte er tun? Pass auf, Holger, solltest du heute nicht kommen, kannst du dir deine Papiere abholen. Mit diesen Worten legte Thorsten auf und das Freizeichen war wieder da. Hat der Holger richtig gehört? Er kann sich seine Papiere abholen, bedeutet dass er ist gefeuert, wenn er nicht zur Arbeit Wut. Dieser Wichser, der ist wohl völlig durchgeknallt, jahrelang habe ich für ihn geschuftet, mir den Arsch aufgerissen und jetzt bin ich gefeuert? Er konnte es nicht fassen, ging in die Garage und machte sich ein Bier auf. Wieder trank er die Flasche in einem Zug leer, ihm war jetzt scheißegal, was Laura sagte, nach dem Ding hatte sie vielleicht sogar Verständnis dafür, dass er seine Wut nachdem er sieben Bier hinter sich hatte, ging es ihm besser. Laura konnte sich heute bei ihrer Arbeit nicht wirklich konzentrieren. Ihr schwirrten alle möglichen Gedanken durch den Kopf, die meisten drehten sich um Holger. Irgendwie fand sie jetzt doch, dass er zu viel und vor allem zu häufig trank. Es war mittlerweile jede Woche irgendetwas angesagt, bei dem getrunken wurde. Sie hatte früher nie waren es Hirngespinste? Sie konnte das alles nicht einordnen. Holger war für sie der perfekte Mann, der zwar keine Feier ausließ, auch wenn er getrunken hatte, ein liebevoller Mensch war. Sie dachte an Sabine, die so viel leiden musste, aufgrund der Gewalt ihres Mannes. Andreas war eigentlich auch ein lieber Mensch, doch wenn er getrunken hatte, drehte er völlig durch. Man erkannte ihn nicht wohl die Persönlichkeit verändert. Naja, dachte sie, die Persönlichkeit wird immer verändert, wenn man zu viel getrunken hat. Der eine wird lustiger, der andere müde, einige sagen Dinge, die sie besser nicht sagen sollten und manche Menschen, so wie Andreas, werden gewalttätig. Sie schaute auf die Uhr. Der Tag nahm kein Ende, noch eine Stunde, dann war Feierabend. Endlich! Sie machte sich auf den Heimweg. Jetzt musste sie abschalten. Holger hatte bestimmt alles, was er mit einem Arm erledigen konnte, zu Hause getan, und sie würden sich wieder vertragen. Nach diesem komischen Gedanken Karussell konnte sie sich halbwegs entspannen. Sie holte die Kinder aus dem Hort und aus der Kita ab, hörte sich das lebhafte, freudige Durcheinandergerede von ihren beiden Schätzen an und fühlte sich wohl. Als sie das Haus betrat, hatte sie schon wieder ein mulmiges Gefühl. Woher kam das nur? Schatz, ich bin zu Hause, rief sie laut durch den Flur, doch keine Antwort. Normalerweise, wenn Holger früher zu Hause war als sie, empfing er sie sofort an der Eingangstür, umarmte und küsste sie, keine Reaktion. Sie war enttäuscht. Hatte er ihr die Standpauke nicht verziehen? Oder konnte er nicht einsehen, was sie gestern zu ihm gesagt hatte? Sie hängte ihre Jacke an die Garderobe, schickte die Kinder zum Spielen und ging in das Wohnzimmer. Na toll! Ihr kam schon wieder Alkoholgeruch entgegen. Holger lag auf der Couch und schlief bei laufendem Fernseher. Er bekam gar nicht mit, dass sie zu Hause war. Laura war stinksauer und unglaublich enttäuscht. Holger, steh auf! Du hast wieder gesoffen. Sag mal, spinnst du? Seit wann säufst du den nächsten Tag weiter? Ich hab es gewusst. Hatte den ganzen Tag schon so ein Scheißgefühl. Was ist nur los mit dir? Sie schüttelte ihn und merkte nicht, dass sie ihn anschrie. Sie war den Tränen nah. Holger quälte sich hoch, schaute sie irritiert an und wusste nicht, was gerade um ihn herum geschah. Hi, Liebling, schön, dass du da bist. Wie war dein Tag? Mein Tag? Mein Tag war furchtbar, weil ich genau wusste, dass du trinkst. Warum tust du das nur? Laura weinte jetzt. Sie schluchzte und sagte, warum tust du uns das an, mir und den Kindern? Du hast nie weiter getrunken die nächsten Tage. Warum jetzt? Was tue ich euch denn an? Ja, ich habe heute noch ein bisschen was getrunken, hatte aber auch einen Grund dazu. Er erzählte ihr, dass Thorsten ihn gefeuert hatte, dass er sich darüber unglaublich geärgert hatte, wütend geworden war und sich aufgrund dessen ein Papierchen reingezogen hatte. zum Runterfahren, meinte er. Laura hörte ihm mit offenem Mund zu. Wie bitte? Er hat dich gefeuert, weil du nicht krank zur Arbeit erscheinen kannst? Na, der ist wohl nicht ganz dicht. Dem werde ich was erzählen. Die Sache kommt vor's Arbeitsgericht. Der kann sich warm anziehen. Jetzt war Laura außer sich vor Wut. Sie rannte im Wohnzimmer hin und her und konnte es nicht fassen. Ich ruf ihn an. Nein, Laura, lass es. Holger wollte nicht, dass Laura seinen Chef anruft. Womöglich stellte Thorsten ihn wieder als Weichei hin, weil er seine Angelegenheiten nicht alleine regeln konnte. Das war schon immer sein Problem gewesen. Damals in der Schule tat er Dinge, sogenannte Mutproben, die er eigentlich nicht wollte, nur um nicht als Loser dazustehen. Bis heute hatte sich nicht viel daran geändert. Wenn auf der Baustelle etwas Gefährliches erledigt werden musste, war Holger sofort zur Stelle. immer. Er war bekannt dafür, Gefahren nicht aus dem Weg zu gehen. Dafür wurde er bewundert. Holger liebte es, wenn andere zu ihm aufschauten. Sein Vater hatte ihn seit jeher dazu erzogen, keine Memme zu sein. Holger tat alles dafür, diesem Anspruch gerecht zu werden. Ich will ihm meine Meinung sagen und was für ein riesen Arschloch er ist, rief Laura. Lass es! Holger wurde lauter, sodass Laura ihn verwundert ansah. Sie ließ sich in den Sessel plumpsen. Was konnte sie jetzt tun? Ein Gedanke jagte den anderen. Anrufen sollte sie nicht. Gut, einerseits verstand sie Holgers Vorbehalte, andererseits konnte er diese Kündigung auf keinen Fall so annehmen. Und wenn er das nicht auf die Reihe bekam, musste sie etwas unternehmen. Wobei die Sache schwierig war. Thorsten hatte eine kleine Firma, die sich nicht an Tarife oder sonstige Rechtslagen hielt. Bisher war das alles egal gewesen, aber jetzt sah die Konstellation anders aus. Holger sollte gefeuert werden und das ging gar nicht. Ein komplettes Gehalt würde wegbrechen. Sie müssten sich stark einschränken in ihren Lebensunterhalt und bei den Kindern würde es auch zu Abstrichen kommen. Dann noch, er hatte getrunken ein paar Bierchen. Super, dachte sie, ein paar Bierchen sind ja auch kein Alkohol, ist ja alles nicht so schlimm. Sie bemerkte, wie schon wieder die Tränen kullerten, doch sie riss sich zusammen. Wie viel Bier hast du getrunken? Drei Flaschen, erwiderte Holger. Er wusste nicht mehr die genaue Anzahl, aber ihm war bewusst, dass er Laura anlog. Sie sah ihn zweifelnd an, sagte aber nichts. Jetzt musste sie sich zunächst um die Kinder kümmern. Justin hatte bestimmt irgendwelche Hausaufgaben auf, hoffentlich hatten die beiden das etwa lautere Gespräch zwischen ihr und Holger nicht mitbekommen. So etwas kannten sie nicht. Für sie hatten sich Mami und Papi immer lieb. Also zusammenreisen zu den Kindern. Justin und Lisa spielten zusammen. Die beiden waren ein Herz und eine Seele. Klar, manchmal gab es auch Geschrei, doch es war selten. Die beiden hatten sich sehr lieb. Justin beschützte seine kleine Schwester vor Gefahren und Lisa wich fast nie von seiner Seite. Laura liebte ihre Kinder mehr als alles andere auf der Welt. Ihr Herz erwärmte sich, als sie die beiden friedlich nebeneinander sah. Justin, mein Schatz, hast du Hausaufgaben aufbekommen? Haben wir schon im Hort erledigt, Mami. War nicht so schwer, nur bisschen Mathe, erwiderte er. Justin hatte keine Schwierigkeiten in der Schule. Er hatte eine gute Auffassungsgabe und lernte schnell. Laura schaute die Aufgaben noch mal durch, befand alles für richtig und setzte sich zum Spielen zu den Kindern. Die beiden mochten es, wenn Mami mitspielte, noch besser war es, wenn alle vier zusammen herum tobten. Warum hast du Papi vorhin angeschrien? fragte Lisa. Sie hatten es mitbekommen. Laura hatte Holger angebrüllt und es war nicht ungehört geblieben. Mami und Papi hatten verschiedene Meinungen. Papi wollte dies und Mami das und das geht ja nun mal nicht. Sie versuchte mit einem Spaß die Frage zu bagatellisieren. Damit waren ihre Kinder zufrieden und widmeten sich weiter ihrer spannenden Tätigkeit dem Spielen. Laura alberte noch ein bisschen mit den beiden herum und wollte dann das Abendbrot bereiten. Holger fühlte sich fix und fertig. was was ein kacktag nicht genug damit dass er dieses Problem mit Thorsten hatte nein jetzt machte Laura ihn auch noch fertig sie war in diesem Moment bei den Kindern ob er noch ein Bier trinken sollte war sowieso alles egal heute dieser Tag war nur mit Bier zu ertragen wie automatisiert lenkte er seine Schritte zur Garage zog sich eine Flasche aus dem Kasten er mittlerweile kaum noch volle Flaschen enthielt und trank er genoss den ersten Schluck und setzte sich gleich wieder Holger wusste so konnte es morgen nicht mehr weiter gehen am Ende gewöhnte er sich noch dran aber morgen ist nicht heute er hatte nun mal Probleme und die waren mit Bier einfach besser zu ertragen er trank noch ein zweites hatte den Tisch gerade fertig gedeckt und wollte die Kinder rufen als Holger in die Küche kam sie wusste nicht richtig wie sie sich verhalten sollte sie beschloss so zu tun als wäre nichts gewesen und rief die Kinder zum Abendbrot normalerweise redeten sie alle viel und oft durcheinander am Tisch alberten herum und waren ausgelassen eine Musterfamilie sozusagen heute war es anders auch die Kinder merkten dass redeten unabhängig voneinander zu Justin und Lisa als alle satt waren konnten die Kinder in das Wohnzimmer Fernsehen gucken und Holger half wie immer beim Abräumen versprich mir bitte dass du morgen nichts mehr trinkst Holger Lauras Ton war eindringlich und bittend kein Problem mein Schatz wir bekommen das alles wieder hin manchmal gibt es Tage da hätte man lieber nicht aufstehen sollen heute war so einer Holger versuchte ein normales Gespräch hinzubekommen doch auf irgendeine Weise funktionierte es nicht so wie er wollte morgen läuft alles wieder normal versprochen Liebling wir vertragen uns jetzt und reden nicht mehr über das Geschehene es war ein einmaliger Fehltritt von mir gut sagte Laura ich hoffe wir finden einen Weg am nächsten morgen stand Laura wie gerädert auf sie hatte wieder schlecht geschlafen und böse träume gehabt was war nur plötzlich los vor ein paar Tagen war sie überzeugt davon gewesen die beste Ehe der Welt zu haben und nun zweifelte sie daran Holger schlief noch fest sie ging in die Garage und schaute nach wie viel Bier vorhanden war das hatte sie noch nie gemacht weil es bisher unnötig war doch ihr Vertrauen zu Holger war angeschlagen acht volle Flaschen standen im Kasten mal sehen dachte sie wie viel heute Abend noch da sind sie überlegte warum Holger plötzlich am nächsten Tag weitertrank ein normaler Mensch konnte nicht mal den Geruch von Alkohol am Morgen nach einer durchzechten Nacht wahrnehmen ohne gleich die Kloschüssel zu umarmen bei Holger war dies bisher auch immer so doch nun krass wie schaffte er das plötzlich ohne dass er kotzen musste sie fand vorerst keine Erklärung nach der Garageninspektion weckte sie die Kinder ging in das Bad machte Frühstück die Pausenbrote für Justin und Lisa und wartete bis die beiden in der Küche erschienen zu dritt saßen sie dann am Küchentisch und unterhielten sich über den neuen Tag Laura ließ sich nichts anmerken dass sie mit ihren Gedanken ganz wo anders war merkwürdiger weise fragte keiner der beiden wo denn der Papa war denn normalerweise saßen sie die drei stiegen in Lauras Auto und los ging es zuerst zur Kita die kleine Lisa abliefern und danach zur Schule sie gab Justin noch einen Kuss und fuhr in Richtung Rostock zur Arbeit insgesamt dauerte ihre Fahrt circa eine Dreiviertelstunde nachdem die Kinder versorgt und aus dem Auto waren kamen ihr wieder die Gedanken die sie nicht mehr los ließen sie dachte an ihre Mutter und was ihre beiden Schwestern und sie als Kinder erlebt hatten die ersten Jahre war es noch gegangen mit ihrem Vater er trank ganz normal doch dann schlug es plötzlich um und er entwickelte sich zu einem Monster verprügelte so wie er gerade drauf war seine Frau und manchmal auch Laura Marie war die Jüngste und bekam am wenigsten ab Laura als Älteste musste sehr viel einstecken besonders wenn sie sich schützend vor ihre Mutter oder ihre Schwestern stellte wie oft hoffte sie dass ihr Vater mit dem Trinken aufhörte oder zumindest weniger trank ihre Hoffnung erfüllte sich nicht er soff sich zu Tode starb mit 44 an Leberkrebs die Familie kam nach dem Tod des Vaters zur Ruhe zwei Jahre später lernte ihre Mutter Mario kennen der aus Prinzip keinen Alkohol trank Alkohol macht dumm und wer seufzt stellt keine Fragen so war seine Meinung Mario war total in Ordnung Laura und ihre Schwestern kamen super mit ihm klar und freuten sich dass ihre Mutter ein neues Glück gefunden hatte sie hatte es verdient nach all den Jahren des Kummers und des Leides während der Fahrt führte Laura selbst Gespräche sie fragte sich warum sie an ihre Kindheit zurück dachte es gab doch keine Parallelen zu ihrer Ehe die Kinder wuchsen geschützt und wohlbehütet auf es fehlte ihnen an nichts und eigentlich konnte Laura sich nicht beklagen doch sie hatte Angst was wenn Holger anfängt regelmäßig zu trinken was wenn er dadurch aggressiv wird so wie damals ihr Vater die Tränen kullerten über ihr Gesicht zum einen waren da die schrecklichen Erinnerungen zum anderen hatte sie Angst vor der Zukunft sie versuchte sich jetzt selbst zu beruhigen denn sie war kurz vor ihrem Ziel am abend würde sie sich die anzahl der bierflaschen anschauen sollte er dann wieder getrunken haben war es kein einmaliger fehlt und sie hätten ein heftiges eheproblem kapitel 5 unbewusste veränderung seine hand ging nach links zu Laura doch sie griff ins leere mit einem Schlag war Holger hellwach wo war Laura hatte sie ihn verlassen wo waren die Kinder sein Blick fiel auf die Uhr 9 30 zu spät schon meine Güte wieso hatte er so lange gepennt warum hatte Laura ihn nicht geweckt wie sonst auch plötzlich kamen all die Gedanken wieder warum er so lange geschlafen hatte er ist noch krank geschrieben deshalb hatte Laura ihn nicht geweckt Holger ging es nicht besonders gut das bemerkte er auf dem garage um zu sehen ob etwas zu tun war dort befand sich eine komplette werkstatt er hatte darauf wert gelegt damit er sich ausgiebig in seiner freizeit beschäftigen konnte wenn es situationen gab bei denen er sich nicht ganz sicher war das richtige zu tun dachte er an den spruch seines vaters und handelte danach also scheiß drauf er hatte genügend kumpels bei denen er erstmal schwarz arbeiten kann wenn er wieder gesund ist soll ja auch nur übergangsweise sein bis er etwas neues gefunden hat die raten mussten bezahlt werden und nur mit lauras gehalt ist es nicht zu schaffen schließlich ist er der Mann im Haus und muss dementsprechend handeln wie würde er dastehen wenn nur Laura den Lebensunterhalt für die Familie verdiente Lust hatte auch nicht fit gemacht eine starke Unruhe breitete sich in ihm aus dazu noch die Gedanken an den Job den er verlieren wird er war nicht bereit bei Thorsten zu betteln dazu war sein Stolz zu groß außerdem würde er dann als Waschlappen dastehen und das kann er sich nicht antun schon sein Vater den er bewunderte sagte immer zu ihm echte Männer machen keinen Rückzieher echte Männer Leben lang beherzigt mit diesen Gedanken beruhigte er sich selbst und öffnete aus seiner Zufriedenheit heraus ohne groß darüber nachzudenken ein Bier er zelebrierte den ersten Schluck und dachte was für ein schönes Gesöff das doch ist nach dem ersten folgte das zweite dann ein drittes beim vierten überlegte er wie er Laura beibringen soll dass er schon wieder gesoffen hat gestern konnte er sich noch mit der Kündigung rausreden aber heute ach was sie wird es schon verstehen wird kein Dauerzustand sein und wenn sie es nicht kapiert dann ist es eben so mit sich zufrieden setzte er sich auf die Terrasse und bewunderte den von ihm schön angelegten Garten alles passte zueinander und war gründlich durchgeplant worden eigentlich war er ein toller Typ Laura konnte sich wirklich glücklich schätzen die kirchturm uhr schlug zwölf mal der vormittag war schon wieder vergangenheit und holger hatte nichts aber auch gar nichts getan außer sich ein bier nach dem anderen reingezogen der kasten war leer er wusste nicht wie viel er getrunken hatte was er aber wusste er brauchte unbedingt Nachschub doch wie sollte er etwas bekommen fahren konnte er noch er fühlte sich völlig normal die unruhe war verschwunden und er war gut gelaunt ob er es riskieren sollte lange hielt er sich nicht an diesem gedanken auf stieg ins auto und fuhr in die stadt nach zehn minuten hatte er sein ziel erreicht er parkte ein und betrat den discounter was er wollte wusste er zwei kästen bier die sollten erst mal eine weile reichen beim hineinstellen der kästen in den korb tippte ihm jemand auf die schulter holger grüß dich mensch wir haben uns ja lange nicht gesehen es war uwe ein jahrelanger bekannter von holger und laura uwe war eine ganze zeit lang scharf auf laura sie entschied sich jedoch für holger uwe hatte eine weile daran zu knabbern jetzt schien es ihm aber gut zu gehen denn er plauderte fröhlich mit holger er sei verheiratet und war glücklich nach diesem kleinen geplauder bezahlte holger und verließ den markt stellte die kästen in den kofferraum und fuhr zurück nach hause als er in die einfahrt seines grundstücks einbog standen dort zwei polizisten was wollen die denn hier erkannte beide vom sehen stieg aus und machte sich lustig über die beiden seid ihr zwillinge wieso fragte holger lachte sich über seinen eigenen witz kaputt doch die polizisten fanden es nicht besonders lustig haben sie was getrunken die verstanden ja überhaupt keinen spaß nur weil er gut drauf war musste er gleich getrunken haben doch plötzlich fiel es ihm wie schuppen von den augen die waren hier weil er getrunken hatte mit dem auto unterwegs war ach du scheiße das geht nicht gut für ihn aus ja zwei bier bis 0,5 ist ja wohl erlaubt erwiderte holger na dann dürfen sie gern mal pusten die polizisten zogen ihre pustutensilien heraus und hielten holger das gerät hin einmal kräftig blasen holger hatte schon wieder einen spruch auf den lippen er hatte noch nie pusten müssen und stellte sich ein wenig blöd dabei an beim dritten mal klappte es dann aber endlich er wartete gespannt auf das ergebnis 1,75 hörte den einen beamten sagen wohl bisschen mehr getrunken als zwei bier sollte der blutist das gleiche ergebnis bringen wird der lappen weg sein die sache kommt vor den staatsanwalt und eine mpu wird unausweichlich sein holger fühlte sich plötzlich so schlecht wie schon lange nicht das kann nur ein irrtum sein hörte er sich matt sagen wir werden sehen sie kommen jetzt mit zur blutkontrolle in das krankenhaus ohne widerworte setzte holger sich in den streifen wagen und fuhr mit die blutkontrolle ergab 1,72 also fast identisch holger war sich bis jetzt noch nicht richtig bewusst was das alles bedeutete für ihn wieso standen eigentlich die beiden bullen vor seinem haus uwe der musste ihn angeschissen haben er hat bestimmt seine fahne gerochen und gesehen dass holger ins auto stieg so ein schwein da hat er immer noch nicht überwunden dass er laura damals nicht bekommen hat gut sie waren beide nicht die besten kumpels aber anscheißen das geht gar nicht so ein arschloch er musste mit dem bus zurückfahren stand an der bus halte und wartete er fühlte sich nüchtern und es ging ihm immer schlechter die Unruhe machte sich langsam wieder breit tausend gedankenschossen ihm durch den kopf was um alles in der welt sollte er laura sagen wie sollte er zu seinen zukünftigen arbeitsstellen kommen er war unglaublich wütend auf uwe wenn er diesen penner nicht getroffen hätte wäre ihm das jetzt alles erspart geblieben hätte hätte fahrrad kette holger war den tränen nah warum hatte er denn so einen hohen pegel in blut von den papierchen sechs oder sieben heute morgen noch restalkohol von gestern das sich dadurch das spiegel so hoch aufgebaut hat irgendwie war ihm das alles unerklärlich sein bus kam ziemlich nervös stieg holger ein als laura mit den kindern nach feierabend zu hause ankam wunderte sie sich dass holgers auto vor der garage stand wollte er weg und hat er noch etwas im haus vergessen sie stieg mit den kindern die fröhlich herumalberten aus und gingen alle drei hinein holger keine antwort sie rief noch mal diesmal etwas lauter doch wieder keine antwort wo war er im garten dort war er auch nicht zu sehen komisch dachte sie das auto vor der geschlossenen garage und holger war nicht da vielleicht war er irgendwo in der nachbarschaft sie kümmerte sich zunächst um die Kinder machte sich danach einen kaffee und setzte sich gemütlich auf die terrasse um sich zu entspannen dann jedoch fiel ihr wieder ein dass sie heute morgen die bierflaschen durchgezählt hatte sie musste nachschauen laura ging mit einem mulmigen gefühl in die garage hoffentlich sind noch alle acht vorhanden es war nicht eine einzige mehr da das ließ sie nichts gutes ahnen sie schaute in den kofferraum hatte er die anderen acht etwa vorher ausgesoffen laura musste sich widersetzen ihr wurde schlecht vor lauter erregung schweißperlen bildeten sich auf ihrer stirn sie ahnte dass holger im suff gefahren ist wie sonst hätte er die zwei kästen holen können zumal die morgens von ihr gezählten flaschen weg waren sie sackte innerlich zusammen und wartete auf ihren mann der kam eine halbe stunde später holger setzte sich neben sie auf die terrasse zunächst ohne ein wort zu sagen laura wusste auch nicht wie sie anfangen sollte also schwiegen sie sich erst mal an holger brach das schweigen wie war dein tag bis vor kurzem noch ganz gut erwiderte laura du hast schon wieder getrunken und du hast dir zwei kästen bier gekauft bist du etwa im suff gefahren noch hoffte sie dass er alles aufklären könnte und ihre schlimmste ahnungen nicht eintreten werden bitte bitte holger sagt dass es nicht wahr ist dachte sie er überlegte kurz ob er sie anlügen sollte kam aber zu dem schluss dass es keinen sinn hätte es ist einiges schief gelaufen heute begann er vorsichtig ich konnte doch nicht wissen dass mich der bescheuerte Uwe anscheißt bei den Bullen als ich nach hause kam standen sie vor der tür und ließen mich pusten dann musste ich mit ins krankenhaus zur blutabnahme und danach bin ich mit dem bus zurückgefahren zu puh jetzt poh jetzt war es raus aber erleichtert fühlte holger sich nicht gerade denn jetzt würde lauras reaktion kommen wie viel promille hattest du fragte ihn laura wieder überlegte holger kurz sagte aber die wahrheit 1,75 wie bitte Laura bekam einen Schreikrampf, stand auf und rannte im Garten herum und bombardierte Holger mit Schimpftiraden. Bist du bescheuert? Wenn was passiert wäre, stell dir mal vor, du hättest einen Crash gehabt und jemand wäre tödlich verunglückt. Das sie immer gleich übertreiben musste. Holger ließ sie weiter schreien. Laura bekam sich nicht mehr ein. Du bist der größte Idiot, den ich kenne. Wo ist dein Verstand geblieben? Auf Arbeit kannst du jetzt lange warten. Ist dir eigentlich bewusst, was du angerichtet hast? Sie rannte immer noch auf und ab. Das machte Holger irre. Dazu noch ihr Geschrei. Ihm ging es immer schlechter. Es reichte ihm. Halt die Klappe, du blöde Kuh! schrie er sie an. Im selben Moment wusste er, dass er zu weit gegangen war. Doch gesagt ist gesagt. Wie hast du mich genannt? Blöde Kuh? Wer von uns beiden blöd ist, hast du ja heute ausgiebig bewiesen. Lass mich einfach mit dem Geschrei in Ruhe. Mir geht's nicht besonders. Ha! Woher das wohl kommt? Vom Saufen? Oder was dachtest du, warum es dir so dreckig geht? Laura konnte sich nicht beruhigen. Sie wußte noch genau, wie es bei ihnen damals zu Hause gewesen war. Ihr Vater hatte auch unter Alkohol den Führerschein verloren. Danach ging es richtig bergab mit ihm. Sollte sich dieser ganze Mist, diese Qualen, die Traurigkeit, das alles wiederholen? Nein. So weit würde sie es nicht kommen lassen. Eher trennte sie sich von dem Mann, den sie liebte. Holger saß scheinbar seelenruhig in seinem Sessel. Das brachte sie noch mehr in Rage. Sie ging auf ihn zu, schüttelte ihn und schrie, Wach endlich auf! Du säufst zu viel! Du hast ein Alkoholproblem und brauchst Hilfe, sonst machst du uns alles kaputt! Holger schob sie von sich weg, wohl ein wenig zu heftig, denn Laura strauchelte und fiel auf den Boden. Mit entsetzten Augen sah sie ihn an. Das war's, sagte sie, stand auf und ging in das Haus. Endlich, dachte er. Mann, war die heute nervig. Klar, er hatte Mist gebaut, aber musste sie deshalb dermaßen ausrasten? Es würde schon einen Weg geben. Bisher hatten sie alle Schwierigkeiten gemeistert, und dass sie stürzt, war nicht seine Absicht und nicht seine Schuld. Warum kam sie auch wie eine Furie auf ihn zu? Jetzt brauchte er wirklich ein Bier. Er wusste, dass er sich damit beruhigen wird. Vielleicht können Laura und er dann wieder normal reden und Lösungen finden. Er stellte die Kästen in die Garage, nahm sich zwei Flaschen und setzte sich erneut auf die Terrasse. Als er trank, fiel ihm auf, wie sehr das Bier ihm gut tat. Es dauerte dann auch nicht lange, und das erste war leer. Auf einmal hörte er Autotüren zuschlagen. Wollte Laura noch mal los? Er ging nach vorne, um nachzusehen. Doch als er ankam, sah er nur noch die Rücklichter von ihrem Auto. Wieso hat es ihm nicht gesagt, wo sie hinfuhr? Er ging hinein, um nach den Kindern zu sehen. Im Haus war niemand. Laura musste mit den Kindern zusammen losgefahren sein. In der Küche lag ein Zettel auf dem Tisch. Werde mit den Kindern vorläufig bei meinen Eltern bleiben. Sieh zu, wie du klarkommst. Du hast es übertrieben. Wie bitte? Olga las den Wisch noch mal, doch es gab keinen Zweifel. Sie hatte ihn allein gelassen. Was soll das denn? Hatte sie jetzt total einen an der Klatsche? Er ging in das Wohnzimmer, öffnete die Vitrine, in der sich der gute Whisky befand, und goss sich ein Glas randvoll ein. Jetzt hatte sie es geschafft, dachte er. Sie gab ihm den Grund zum Saufen. Wie kann sie einfach so abhauen? Und dann noch die Kinder mitnehmen? Was sollen die jetzt von ihrem Papi denken? Er wird Laura die Meinung sagen müssen. Viel zu lang hat er bei ihrer Meckerei geschwiegen. Das Glas war leer, also gleich noch ein zweites und ein Bierchen dazu. Sollte sie sehen, wie sie ohne ihn klarkommt. Bisher ging alles gemeinsam. Er kam nicht darüber hinweg, dass Laura nicht mit ihm reden wollte. Ein drittes Glas, ein viertes, und Holger schlief auf der Couch ein. Laura konnte es nicht fassen. Blöde Kuh. So etwas hatte er noch nie zu ihr gesagt. Dann das Wegstoßen, dermaßen heftig, dass sie fiel. Nicht zu glauben. Was ging in ihm vor? Er hatte sich definitiv verändert, war gereizt. Doch ihr bemerkte es nicht selbst. War er jetzt doch schon abhängig? Es deutete alles darauf hin. Warum sonst würde er im angetrunkenen Zustand mit dem Auto fahren? Das hatte er bei anderen immer verurteilt. Sie musste jetzt zur Ruhe kommen und vor allem auch den Kindern erklären, warum sie eine Weile bei Oma und Opa wohnten. Sie hatte von zu Hause aus kurz angerufen und gefragt, ob sie ein paar Tage mit Justin und Lisa bei ihren Eltern wohnen dürfte. Alles andere würde sie erzählen, wenn sie dort sei. Ihre Mutter hatte sofort zugestimmt. Wahrscheinlich ahnte sie, um was es ging. Lauras Mutter hatte schon ein paar Mal Andeutungen gemacht, was das Trinkverhalten von Holger betraf. Damals allerdings hatte Laura diesen Hinweis lachend beiseite geschoben. Doch jetzt? Hat ihre Mutter recht? Nein. Laura konnte es nicht glauben. Holger hatte viel getrunken in der letzten Zeit. Er hat sich auf der Terrasse völlig daneben benommen. Aber war er deswegen schon ein Alkoholiker? Nein. Das war er nicht. Laura liebte ihn und sie würde ihm auch verzeihen. Brauchte jetzt aber mal Zeit für sich und die Kinder. Vor allem Abstand von Holger. Unterwegs erzählte sie den Kindern, dass ihr Papi krank sei und allein sein wolle, damit es sich auskurieren kann. Sie hasste es, die beiden zu belügen. Doch die Wahrheit konnte sie ihnen nicht sagen. Das würden sie noch nicht verstehen. Ihre Mutter und Mario wohnten ein paar Kilometer weiter von ihrem Dorf entfernt, sodass Laura nach einer halben Stunde Fahrt dort ankam und von den beiden schon draußen empfangen wurde. Es gab herzliche Umarmungen. Justin und Lisa gingen sofort zu Flocki, dem kleinen Jack Russell, der zur Familie gehörte, und tobten mit ihm umher. Nach der Begrüßung betraten alle das Haus. Die Kinder erzählten ihren Großeltern das Allerneueste und versuchten, sich dabei gegenseitig zu übertreffen. Mutti und Mario wussten, dass sie sich erst unterhalten konnten, wenn die Kinder im Bett waren. Also sprachen sie zunächst über belanglose Dinge. Nach dem Abendbrot Justin und Lisa waren im Bett, holte Laura Tiefluft und begann zu erzählen. Sie ließ nichts aus, denn sie musste sich alles von der Seele reden. Ihre Mutter und Mario hörten aufmerksam zu, ohne Laura zu unterbrechen. Als Laura zum Schluss kam, fing sie bitterlich an zu weinen. »Was soll ich bloß tun? Wenn er so weitermacht, geht die ganze Familie kaputt. Er kann nicht alles zerstören, was wir uns gemeinsam aufgebaut haben. Warum empfindet er nicht mehr so viel wie früher für mich?« Sie schluchzte und versuchte, ihre Tränen zu trocknen. »Ich sehe Ähnlichkeiten zu Vater, Laura.« Ihre Mutter redete sofort Klartext. »Bei ihm fing zuerst alles harmlos an, doch im Laufe der Jahre wurde das Trinken häufiger und vor allem die Gewalt. Doch das brauche ich dir nicht zu erzählen, du hast es erlebt.« Laura fing wieder an zu weinen. Sie hatte erwartet, dass ihre Mutter sie tröstet. Vielleicht sagt, es wird sich alles wieder einrenken. Holger hätte bestimmt nur eine vorübergehende Phase, weil er seinen Job verloren hat. Doch nein, sie verglich Holger mit ihrem damaligen Mann, zumindest in Ansätzen. »Mutti«, rief Laura, »das kann man doch nicht miteinander vergleichen.« Sie war richtig entsetzt über diese Metapher. Nahm sie Holger jetzt den Schutz, oder war es der Blickwinkel, den sie auf ihren Vater und auf Holger richtete? Ihren Vater hatte sie gehasst. Holger liebte sie. »Du kannst ja gerne eine Weile mit den Kindern hierbleiben,« meldete sich Mario zu Wort. »Doch ihr solltet unbedingt miteinander reden, wenn ihr eure Ehe retten wollt.« »Wir können und wollen dir natürlich nicht reinreden,« erwiderte ihre Mutter. »Aber vielleicht kannst du mit Holger besprechen, dass er erst mal eine Weile nichts Alkoholisches trinkt. Weißt du, Laura, ihr geht mindestens zweimal im Monat zu irgendeiner Party, was ja zunächst auch nicht schlimm ist. Aber jedes Mal ballert Holger sich so richtig zu, das hast du selbst erzählt. Den Sonntag danach kommt er nicht aus dem Bett, weil es ihm dreckig geht. Bisher hat er das alles gut hinbekommen. Bei Vater war es genauso, doch irgendwann kam er auf dem Dreh, am nächsten Tag weiter zu trinken. Und da es ihm dadurch besser ging, wurde es zur Gewohnheit. Und dann ist es nur noch ein kleiner Schritt zur Abhängigkeit. »Redet miteinander. Sag ihm, dass er sich vom Alkohol fernhalten soll. All die anderen Schwierigkeiten, die jetzt auf euch zukommen, nur ein Gehalt, Führerscheinverlust, Staatsanwalt usw. Solche Dinge könnt ihr gemeinsam schaffen, wenn der Sucht außen vor bleibt. Vielleicht ist das auch sinnvoll, wenn ihr zusammen zur Suchtberatung geht. Dort sind Profis, die erkennen, wann jemand süchtig ist und wann nicht. Hatten die beiden recht? Stand Holger wirklich kurz vor der Abhängigkeit? Oder war er am Ende sogar schon süchtig? Das wäre eine Katastrophe. Laura wusste einiges über Alkoholiker. Sie wusste auch, dass es bei manchen ein enorm langer Weg ist, bis sie endlich erkennen, dass sie süchtig sind. Alle anderen sehen es schon lange, bevor der Betroffene akzeptiert, dass es bei ihm ohne nicht mehr geht. Jetzt war sie verunsichert, glaubte aber, dass die Ratschläge von Mario und ihrer Mutter richtig und vor allem wichtig waren. Gut, sie wollte jetzt mit den Kindern ein paar Tage hierbleiben und dann würde sie mit ihm reden. Holger wurde wach von starken Kopfschmerzen und heftigem Durst. Gerade hatte er noch einen merkwürdigen Traum. Laura hatte ihn mit den Kindern verlassen. Er lachte vor sich hin, drehte sich auf die andere Seite, um Laura zu streicheln. Doch er wendete sich gegen die Couchrückwand. Mit einem Schlag wusste Holger, dass der Traum Realität war. Er quälte sich von der Couch. Es war dunkel und alles drehte sich. Als er das Licht anmachte, sah er die Flasche Whisky halb leer auf dem Tisch stehen. Oh je, das war wieder zu viel. Kein Wunder, dass es ihm so verdammt dreckig ging. Er überlegte, wie viele Tage er schon getrunken hatte. Zwei oder drei? Welcher Tag war heute? Er schaute auf die Uhr. Kurz nach zwei. Also war bereits sein neuer Tag angebrochen. Sonnabend war die Party. Sonntag hatte er Bier getrunken. Dann am Montag der Streit. Mit Thorsten Dienstag die Flappen weg. Das war gestern, glaubte er. Also war heute Mittwoch. Er hatte vier Tage ununterbrochen getrunken. Aber warum war Laura weg? Wegen der vier Tage kann ich sein. So sehr er überlegte, er wußte es nicht. Sein Durst und die Kopfschmerzen machten ihn fertig. Er ging in die Küche zum Kühlschrank und holte die Milch raus. Eiskalte Milch. Er trank gierig fast die ganze Packung aus. Danach war zumindest erst mal der Durst gelöscht. Wieder im Wohnzimmer angekommen, starrte Holger auf die Flasche. Sollte er sich ein Glas genehmigen? Laura war nicht da, also weiß egal. Langsam drehte er die Flasche auf, der alkoholische Geruch, der ihm entgegenkam, löste bei ihm einen gewaltigen Brechreiz aus. Er rannte in Richtung Klo, schaffte es nicht und kotzte den gesamten Flur voll bis an die Tapeten. Holger saß auf den Knien, die Tränen liefen beim Würgen. Es kam immer wieder noch etwas heraus. Er hätte die Milch nicht trinken dürfen. Nachdem sich sein Magen halbwegs beruhigt hatte, schaute er sich um. So ein Mist. Den Flur konnte er komplett renovieren. Wenn Laura wiederkommt, fällt sie in Ohnmacht. Er musste wenigstens alles aufwischen. Doch er konnte nicht. Es ging ihm so schlecht, dass er sich nicht erinnern konnte, dieses Gewühl schon einmal erlebt zu haben. Verdammte Scheiße! So viel hatte er doch gar nicht getrunken. Was war bloß los? Gut, es waren insgesamt vier Tage, die er durchgezogen hatte. So etwas gab es bei ihm noch nicht. Doch die ganze Verkettung unglücklicher Umstände ließen ihm keine Wahl. Bier! Er brauchte erst mal ein Bier. Danach wird es ihm besser gehen. Und er konnte dann in Ruhe überlegen, wie es weitergeht. Tief in seinem Inneren wusste er, dass Bier nicht richtig ist. Eigentlich hätte er zum Arzt gehen. Oder mal einen ganzen Tag im Bett verbringen müssen. Er setzte zitternd die Bierflasche an und trank. Warum zitterte er? Er war kein Alki. Bei denen hatte er schon oft gesehen, wie sie zitternd die Flasche kaum halten konnten, während sie tranken. Er hatte nie Mitleid mit diesen Typen. Seine Meinung dazu, Alkoholiker sind dumm. Denn wenn sie intelligent wären, würden sie sich ihrer Schwäche bewusst sein und etwas dagegen unternehmen. Da sie es nicht taten, waren sie selber schuld. Außerdem machten diese Penner sich keinen Kopf über ihr aussehen. Brauchte sich keiner wundern, wenn er von der Gesellschaft verabscheut wurde. Holger trank ja auch gern mal einen, aber konnte jederzeit aufhören. Und seine Frau und Kinder behandelte er liebevoll. Nein, nein, mit den Sufis braucht man kein Mitleid zu haben. Bei diesen Gedanken öffnete er das nächste Bier und goss sich jetzt auch gleich einen Whisky ein. Sein Zittern kam von dem verletzten Arm. Da war Holger sich sicher. Die Kopfschmerzen waren verschwunden. Das Wundermittel Bier hatte wieder gewirkt. Holger konnte klar denken. Sein Zittern war jetzt auch nicht mehr so stark und er überlegte, den Flur sauber zu machen. Ein Blick auf die Uhr sagte ihm jedoch, dass es immer noch mitten in der Nacht war. Der Flur hatte Zeit bis zum Morgen. Hauptsache, Laura kommt vorher nicht zurück. Dann hat er die Arschkarte. Er setzte das zweite Glas Whisky an und trank danach gleich ein Bier. War bestimmt nicht die beste Mischung, aber was soll's. Es half ihm zunächst wieder fit zu werden. Ihm kam der Führerscheinverlust in den Sinn. Meine Güte, wie soll er das bloß mit der Arbeit hinbekommen? Die letzten vier Tage ist wirklich alles chaotisch verlaufen. Er musste das mit Laura wieder gerade biegen. Ob er sie anrufen sollte und fragen, warum sie weg ist? Dann fiel ihm wieder ein, wie spät es war. Er wird Laura irgendwann am Tag anrufen. Erst der Flur, dann zum Arzt und danach mit Laura sprechen. Alles gut, dachte er. Sein Plan stand fest. Er konnte sich zurücklehnen, trank noch ein Glas vom Hochprozentigen und eine Flasche Bier, wurde langsam müde und schlief ruhig ein. Laura schreckte aus dem Schlaf. Der Wecker hatte sie wach gemacht. Kurz nach sechs. Sobald sie wach war, kamen die Erinnerungen und mit einem Schlag ging es ihr schlecht. Wie immer in den letzten Tagen. Sie dachte sofort an Holger und überlegte, was er wohl jetzt tat. Laura konnte sich nicht lange an diesem Gedanken festhalten. Die Kinder mussten geweckt werden. Frühstück, dann in die Kita und die Schule und sie selbst zur Arbeit. Sie hoffte nur, dass es im Büro heute besser geht als gestern. Auf das Wesentliche konzentrieren und nicht ständig über ihre Ehe nachdenken zu müssen. Auf ging es. Ihre Mutter und Mario waren schon wach und hatten einen wunderschönen Frühstückstisch gedeckt. Sofort kamen Laura wieder die Tränen. Die beiden kümmerten sich so liebevoll um sie und um die Kinder. »Ess in Ruhe und denk nicht die ganze Zeit an deinen Mann«, sagte ihre Mutter. »Sie hatte recht. Warum sollte sie sich jetzt verrückt machen? Ihr Entschluss zunächst hier zu bleiben stand fest und Holger würde sich bestimmt melden. Nach dem Frühstück brachte sie die Kinder weg und fuhr zur Arbeit. Heute wollte sie sich zusammenreißen. Nicht, dass die Kollegen wieder komische Fragen stellen, wie es gestern der Fall war. Sie konnte unmöglich erzählen, was mit ihr los war. Also wird sie die Fröhliche spielen, die sie im Normalfall auch war. Ein Zwitscher-Konzert ließ Holger wach werden. »Die machen aber auch einen Krach.« Manchmal verfluchte er die Vögel und hätte sie am liebsten mit seiner Luftdruckpistole abgeballert. Langsam und bedächtig erhob Holger sich von seiner Schlafstätte. Wieder ein Brummschädel. Wieder machte sich eine gewaltige Unruhe breit. Man pegelt sich sein Körper wieder in den Normalzustand ein. Er musste unbedingt zum Arzt fahren, denn von drei Tagen ein bisschen was trinken konnte sein Körper nicht so fertig sein. Oder waren es schon vier Tage oder fünf? Er wusste es nicht genau. Und es war ihm auch egal. Bestimmt war sein Kreislauf nicht in Ordnung. Zunächst musste er duschen, dann etwas essen und danach zum Dock. Als Holger aufs Klo wollte, rutschte er im Flur auf seinem Erbrochenen aus und schlug hart auf die Fliesen. »Was für eine verdammte Scheiße!« brüllte er laut. Das nächtliche Gekotze hatte er total vergessen. Jetzt lag er mittendrin und blutete zu allem Übel auch noch am Kopf. Mehr Pech ging nicht. Die Wunde am Hinterkopf war nicht so schlimm, wie er zunächst dachte. Das Bluten hörte kurze Zeit später wieder auf. Vielleicht war es eine bessere Idee, zunächst den Flur zu säubern, bevor er unter die Dusche ging. Der Geruch ließ ihn erneut würge Gefühle hochsteigen. Wenn die Kinder krank waren und spucken mussten, war Laura immer da, die es wegmachte. Doch die durfte unter keinen Umständen mitbekommen, wie es hier aussah. Also musste er sich schleunigst an die Arbeit machen. Doch vorher noch ein Bier, ein Glas Whisky, dann würde er diese Drecksarbeit ertragen können. Bierflasche auf, Whisky in das Glas und trinken. Ein warmes Gefühl durchzog ihn. Ach, was für eine gute Erfindung der Alkohol doch war. Man durfte es nur nicht übertreiben. Alles in Maßen, dann kann nichts schief gehen. Das war schon immer Holgers Meinung. Und darin hielt er sich, glaubte er. Noch eine zweite Flasche Bier. Die Whiskyflasche war mittlerweile leer und dann ging es in den Flur zur großen Wischaktion. Es gestaltete sich schwieriger als gedacht. Immer wieder musste er den Wischheimer leeren und neues Wasser holen. Nach einer gefühlten Ewigkeit glänzte wenigstens schon der Fußboden. Das Problem waren die Wände. Wie ein Mensch so umherkotzen konnte, war ihm ein Rätsel. Doch das, was er sah, sprach für sich. Sie hatten sich damals für mintgrüne Tapeten entschieden, die nur noch im Entferntesten an diese Farbe erinnerten. Er wusste, dass er nicht umhinkam, den gesamten Flur zu tapezieren. Bei diesem Gedanken bekam er Panik. Wie sollte er es Laura erklären? Die wird durchdrehen, wenn sie das hier sieht. Heute kann er diese Arbeit sowieso nicht schaffen. Der Vormittag würde mit dem Arztbesuch draufgehen. Holger knallte sich noch eine Flasche Bier hinter und stieg danach in die Dusche. Nachdem er die Körperhygiene hinter sich gebracht hatte, musste er sich ausruhen. War alles ziemlich anstrengend. Warum nur? Normalerweise hatte er keine Konditionsprobleme. Ganz im Gegenteil. Er sah sich sogar sehr sportlich an. Es war der Kreislauf. Deshalb musste er auch gleich zum Bus und zum Arzt. Vielleicht sollte er Laura jetzt anrufen. Die Uhr war zehn. Und Holger fühlte sich in der Lage, mit ihr zu reden. Er wusste allerdings nicht, wie er ihr das mit dem Flur erklären sollte. Trotzdem, er wollte wissen, was los ist mit ihr und warum sie mit den Kindern weggefahren ist. Er wählte die Nummer. Als Laura den Namen ihres Mannes im Display sah, wurde sie sofort wieder nervös. Er war auch wütend und wollte ihn wegdrücken. Doch sie ging ran. Holger, was willst du? Ich muss arbeiten. Hallo, Schätzchen. Warum bist du mit den Kindern weg? Warum hast du mir nicht Bescheid gesagt? Laura bemerkte sofort, dass Holger wieder getrunken hatte. Sie kannte ihren Mann und natürlich auch seine Ausdrucksweise. Du hast ja schon wieder gesoffen. Was hast du vor? Willst du dich totsaufen? Ihre Wut steigerte sich schon wieder. Sie musste aufpassen, dass ihre Kollegen nichts mitbekamen, denn dies könnte nervige Fragen nach sich ziehen, die sie nicht beantworten wollte. Wer gibt schon gern zu, dass der eigene Partner ziemlich viel trinkt und dadurch Eheprobleme entstehen? Sie würde sich zu sehr schämen, zumal alle bisher dachten, Laura und Holger führten eine Musterehe. Sie musste diesen Schein wahren. Laura, nun übertreib nicht immer so. Gesoffen? Ich habe ein Bier getrunken, weil ich Durst hatte und mein Kreislauf heute ein bisschen nervös ist. Wo seid ihr und wann kommt ihr wieder? Holger wollte eigentlich nicht, dass Laura so schnell zurückkommt. Sie würde dann den vollgekotzten Flur sehen, denn jedoch musste Holger zunächst wieder in einen vernünftigen Zustand bringen, also wollte er zunächst einmal herausfinden, wann sie gedachte, zurückzukommen. Sag mal, geht's eigentlich noch? Lauras Stimme klang scharf und kalt. Du hast mich umhergeschubst, sodass ich gefallen bin. Jetzt fragst du allen Ernstes, warum ich mit den Kindern weg bin? Glaubst du wirklich, ich lasse mich von dir Handgreiflichkeiten gefallen? Ein Mann, der die Hand gegen eine Frau erhebt, ist das Allerletzte. Genau das habe ich jahrelang bei meinen Eltern gesehen. Ich werde das ganz sicher nicht durchmachen. Laura bemerkte, wie ihre Stimme wieder lauter wurde. Außerdem stieg in ihr eine enorme Traurigkeit auf und sie hätte heulen können, ging aber nicht. Sie war auf Arbeit. Du spinnst doch! Unterstellst mir hier irgendwas, haust einfach ab, ohne mir Bescheid zu sagen und putzt mich runter, als wenn ich ein kleiner Bengel wäre. Holger wurde ebenfalls wütend. Was bildet die sich ein? Komm zurück, dann reden wir in Ruhe über alles. Haben wir doch immer so gemacht. Lass mich in Ruhe, ich muss arbeiten und will jetzt nicht mit dir diskutieren. Mit diesen Worten legte Laura auf. Sie atmete tief durch. Hatte sie das Richtige getan? Wird er jetzt gleich wieder zur Flasche greifen? Was wird in ihm vorgehen? Sie fing schon wieder an, sich verrückt zu machen. Der Bildschirm, an dem sie arbeitete, flimmerte vor sich hin. Konzentration war erst mal nicht möglich. Laura griff in die Schublade des Schreibtisches, überlegte kurz und holte dann die Schachtel Zigaretten heraus. Sie rauchte schon lange nicht mehr, hatte aber für extreme Situationen eine Schachtel bereitliegen. Jetzt war solch eine Situation. Sie meldete sich vom Rechner ab und ging nach draußen, um eine durchzuziehen. Die ersten Züge schmeckten eklig und ihr wurde leicht schwindelig. Doch dann ging es. Tief sog sie den Rauch ein und fing an, die Kippe zu genießen. Genau das hatte sie jetzt gebraucht. Laura konnte sich mit Hilfe der Zigarettenpause wieder beruhigen und ging an ihren Arbeitsplatz zurück. Manuela, ihre Kollegin, schaute sie fragend an, sagte aber nichts. »Zum Glück«, dachte Laura, »das hätte ihr jetzt noch gefehlt, aber bestimmt ahnten ihre Mitstreiter, dass etwas nicht stimmte mit ihr. Egal, jetzt würde sie den Tag vernünftig zu Ende bringen und nicht mehr an ihren Mann denken. Dies gelang ihr bis zum Feierabend auch ganz gut.« Holger starrte sein Handy an und glaubte nicht, was gerade geschehen ist. Hatte Laura einfach so aufgelegt? »Was ist nur mit dieser Frau los?«, dachte er. »Vor allem die Vorwürfe machten ihm zu schaffen. Wie konnte sie nur so einen Blödsinn erzählen? Eher und handgreiflich, einfach zum Lachen. Hatte sie ihn wirklich mit dem Allerletzten verglichen?« In ihm stieg eine rasende Wut auf. Daraufhin holte er sich ein Bier und trank es wieder in einem Zug aus. Er musste unbedingt runterkommen, bevor er vor lauter Wut noch irgendetwas Dummes anstellte. Der Whisky war alle so ein Mist. Holger brauchte etwas Hochprozentiges. Er zog sich die Jacke über und ging in das Dorf zum Edeka. Doch er konnte nicht nur eine Flasche Whisky kaufen. Dann würde es sofort Gerede geben. Also packte er wahllos andere Dinge in den Korb und ging zur Kasse. »Na, Holger, noch krankgeschrieben nach deinem unglücklichen Sturz am Samstag?« Carola, die Kassiererin, grinste ihn an. »Lass mich in Ruhe. Ich bin nicht besonders gut gelaunt,« murrte er. »Ist ja schon gut. Kann ich doch nichts dafür, dass bei euch die Haussegen schiefhängt,« konterte sie. Holger bezahlte, verließ den Markt und ging nach Hause. »Woher wusste diese Krähe, dass es Zopf mit Laura gab?« »In diesem Nest bleibt auch nichts geheim.« Er ärgerte sich noch eine Weile über die dumme Tusse und war froh, als er endlich zu Hause ankam. Mittlerweile war es Mittag. Die Kirchturm-Uhr schlug wieder zwölfmal. Eigentlich hätte er zum Arzt gemusst, doch der hatte jetzt schon zu. Konnte er auch morgen noch machen. Morgen war lange Sprechstunde. Er musste sich ein Glas einschenken. Genüsslich ließ er es sich auf der Terrasse schmecken. Jetzt verstand er nicht, warum er heute Morgen gezittert hat und warum er so sehr kotzen musste. Nur vom Geruch? Oder war die Milch schlecht? Er hatte Laura schon tausendmal gesagt, sie solle aufpassen, dass nichts Vergammeltes im Kühlschrank steht. Ihre Antwort daraufhin war, dass sie immer auf das Ablaufdatum achtete und er ihr das nicht ständig sagen musste. Holger war überzeugt. Diesmal hatte sie die schlechte Milch übersehen. Wenn man es ganz genau nahm, hatte Laura Schuld daran, dass der Flur aussah wie Sau. Er ließ sich ein zweites Glas schmecken. Im Moment genoss er seine Krankschreibung, die ja eigentlich eine Kündigung war. Ihm ging es nicht schlecht, schön in der Mittagssonne sitzen, den Vögeln zu lauschen, das Rauschen des Windes zu hören, die milde Luft einatmen und als Krönung ein Gläschen in Ehren trinken. Dies alles würde nicht gehen, wenn er sich jetzt für Thorsten abrackern würde. Er konnte dankbar sein für das, was geschehen ist. Bei dem Gedanken trank er eine Flasche Bier und goss sich noch ein schönes Schlückchen vom Whisky ein. So einen Mann wie ihn hatte Laura nach diesem Telefonat gar nicht verdient. Sie mirrte er vor sich hin. Er konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass er ihr zu nahe gekommen war. Holger schlägt keine Frauen an, verabscheute die Typen, die es taten. Feige Idioten nannte er diesen Abschaum immer. Wahrscheinlich hatte sie das alles nur erfunden, um ihm ein schlechtes Gewissen einzureden. Na, die würde er zur Rede stellen, wenn sie wieder hier ist. Er wollte auf das Klo gehen, doch der Weg war ihm zu weit. Deshalb berieselte er den Rasen und lachte vor sich hin. »Mal sehen, wie der jetzt sprießt«, freute er sich, und ließ sich nach seinen guten Taten für den Rasen wieder auf die Terrassenbank fallen. Noch ein Glas. Es lief wie Öl durch seine Kehle, und dabei fragte er sich, warum er sonst nur Bier trank. Für ihn war klar, dass der Whisky ihm viel besser bei seinen Kreislaufproblemen half. Es durfte nur nicht zur Gewohnheit werden. Darum morgen unbedingt zum Arzt, damit er ein paar Pillen verschrieben bekam. Feierabend. Wieder einen Tag geschafft. Laura war froh, dass sie das Versicherungsbüro endlich verlassen konnte. Zunächst würde sie die Kinder abholen, die sie zu ihrer Mutter und Mario bringen, und dann noch ein wenig einkaufen. Sie wollte selbst etwas dazu beitragen, wenn sie schon mit den beiden ein paar Tagen bei ihren Eltern leben durfte. Manchmal oder meistens sogar sagte sie Eltern. Sie nannte Mario nicht Vati oder Papa, seien aber dennoch als Vaterfigur an. Er war immer da, wenn sie ihn brauchten. Auch hatte er viel mit Holger gemeinsam am Haus gearbeitet. Seine gute Laune war ansteckend, und das alles mochte sie an ihm. Sie gönnte ihrer Mutter von ganzem Herzen dieses Glück, denn nachdem, was sie alles erlebt hatte, war es mehr als gerecht. Die beiden glaubten an Gott, was Laura zwar nicht nachvollziehen konnte, aber wenn es sie glücklich machte, war es okay. Nachdem sie die Kinder abgeholt und versorgt hatte, spielten die beiden auf dem Hof und tobten mit Flocki herum. Laura sprach mit ihrer Mutter über das Telefon mit Holger und erwähnte dabei auch, dass er schon wieder getrunken hatte. Lauras Mutter sah sie sehr besorgt an und meinte, »Ich glaube, er hat ein ernsthaftes Problem.« »Wahrscheinlich kommt er vom Alkohol nicht mehr allein weg. Dieses Verhalten ist charakteristisch für Süchtige.« »Nein, nein, so schlimm ist es bei ihm nicht, Mutti. Mal nicht immer gleich den Teufel an die Wand,« erwiderte Laura. »Der trinkt jetzt paar Tage, dann kann er nicht mehr, und alles tut ihm leid. Dann hört er wieder auf und trinkt ab und zu mal wieder etwas, so wie vorher.« Dabei sah sie den Zweifel in den Blick ihrer Mutter. »Doch, Mutti, glaub mir, ich kenne ihn. Der will doch seine Familie nicht verlieren. Ich fahr noch mal los, ein bisschen was einkaufen.« »Laura, das brauchst du nicht. Das ist alles hier, was wir brauchen.« »Ich weiß,« meinte Laura und fuhr lächelnd los. Sie liebte ihre Mutti sehr. Damals, als es so schlimm war in der Familie, versuchte ihre Mutter immer, die Kinder zu schützen, ihnen trotz des versoffenen Vaters eine schöne Kindheit zu ermöglichen. Sie tat alles dafür, steckte selbst zurück, damit die Kinder es gut hatten. Natürlich gelang das nicht immer, denn sie hat es nie einfach mit diesem Mann. Umso mehr freute sich Laura, dass ihre Mutter jetzt mit Mario den Richtigen gefunden hatte. Während sie fuhr, sah sie noch mal den zweifelnden Blick ihrer Mutter vor sich. Ja, er ging ihr nicht mehr aus dem Kopf. Wieder hatte sie Holger verteidigt. Warum nur, wollte sie nicht glauben, was ihre Mutter sagte. Sie buxierte das Auto an den Straßenrand, drehte um und fuhr einer Eingebung folgend zu ihrem Haus, um zu sehen, wie es Holger ging. Als Laura das Haus betrat, stand ihr das blanke Entsetzen ins Gesicht geschrieben. War das ihre Wohnung? Sie konnte nicht glauben, was sie sah. Auf den Fliesen überall hässliche Flecken. Doch, das war nicht das Schlimmste. Die Wände sahen aus, als hätte irgendjemand eine eklige Suppe dagegen gekippt. Was war das nur? Es stank entsetzlich, irgendwie nach Erbrochenem. Aber es konnte keine Kotze sein. Wie solltet ihr an die Wände kommen? Sie ging vorsichtig zur Wand und roch daran, machte sofort wieder einen Schritt zurück. Es gab keinen Zweifel. Es war Kotze. Sie fing an zu weinen. Das durfte alles nicht wahr sein. Insgeheim hatte sie gehofft, Holger hier ganz vernünftig vorzufinden, doch es sah nicht danach aus. »Holger«, schrie sie aus voller Kehle, doch keine Antwort. Sie ging vorsichtig durch das Haus, immer im Hinterkopf etwas Furchtbares zu entdecken. Sie betrat das Wohnzimmer und sah durch das Fenster Holger auf der Terrassenbank liegen. »Aha, er schläft. Dann werde ich ihn fragen, was er hier veranstaltet hat.« Sie betrat die Terrasse und das Erste, was sie auffiel, war eine leere Flasche Whisky und fünf ebenfalls ausgesoffene Bierflaschen. Es stand nur ein Glas auf dem Tisch. Demnach hatte Holger alles allein ausgetrunken. Wenn es bloß das Bier wäre, aber die ganze Flasche Whisky. Oh mein Gott, was hat dieser Mensch getan? »Holger«, sie rüttelte ihn. Keine Reaktion. »Holger«, ihr Ton wurde lauter und wütend. Noch immer keine Regung. Meine Güte, schlief der tief. »Holger«, jetzt schrie sie ihm direkt ins Ohr. Holger regte sich und drehte sich vorsichtig in ihre Richtung. »Was willst du?« lallte er kaum verständlich. »Bist doch abgehauen, also was willst du von mir?« Laura wurde mulmig zumute. Das war nicht der Mann, den sie liebte. »Was ist mit dem Flur passiert? Und warum hast du schon wieder gesoffen? Und dann gleich so viel? Willst du dich umbringen? Heute ist der vierte Tag, an dem du trinkst. Bist du jetzt Alkoholiker? Laura bemerkte, dass sie jetzt auch schon das Wort Alkoholiker gebrauchte, obwohl sie Holger vor ihrer Mutter immer in Schutz nahm. Sie wusste nicht mehr, was sie denken sollte. Holger richtete sich auf und sah sie böse an. »Hast wohl ne Macke, oder was? Alkoholiker? Ha! Ich werd niemals eilke, weil ich genau weiß, wann Schluss ist. Anscheinend weißt du es nicht, denn sonst würdest du nicht paar Tage durchsaufen.« Laura steigerte sich schon wieder in eine unermessliche Wut. »Was hast du mit dem Flur gemacht?« »Mann, nerv ihn nicht rum, mir geht's nicht besonders. Also halte deine Klappe, blöde Kuh. Den Flur hab ich vollgekotzt. Das kam nur, weil du die vergammelte Milch nicht aus dem Kühlschrank genommen hast.« »Ach, jetzt bin ich schuld an dem Chaos, was du hier anrichtest. Du musst zum Arzt, Holger, und aufhören mit dem Trinken. Das geht sonst nicht gut aus. Führerschein weg. Den Flur kann man nicht mehr betreten. Du liegst hier rum, tust den ganzen Tag nichts anderes als saufen. Und wo soll das noch hinführen? Geh morgen zum Arzt, sag ihm ehrlich, was mit dir los ist, damit du wieder normal wirst.« »Was soll los sein?« Holger richtete sich auf und wollte sich hinstellen. Doch das war nicht so einfach. Er musste sich an der Fensterbank festhalten, um nicht umzukippen. Dabei schwenkte er hin und her. »Zieh dich doch an, du bekommst ja nicht mal mehr einen Schritt vor den anderen.« Laura sah ihn böse an und ebenso böse schaute er sie an. »Laura, was willst du? Verpiss dich wieder zu deinen Eltern, du blödes Ding, und lass mich hier in Ruhe. Ich komme auch sehr gut ohne dich klar. Laura erkannte ihn nicht wieder und konnte nicht glauben, was er ihr in den Kopf warf. Er war total besoffen. Doch das war er auch schon öfter in der Vergangenheit. Warum verhielt er sich plötzlich so aggressiv? Er hatte die Arbeit verloren. Den Führerschein wahrscheinlich ging es ihm wirklich dreckig, wogegen er immer wieder mit Alkohol gegensteuerte. Doch das alles rechtfertigte nicht sein Verhalten ihr gegenüber. Was, wenn die Kinder jetzt hier wären? Laura konnte keine klaren Gedanken fassen. »Um was jetzt?« lalte Holger ihr wütend zu. »Wirst du dich jetzt scheiden lassen, oder wie? Mach doch! Um die Kinder werde ich kämpfen, und ohne ich komme ich gut klar. Dann brauche ich mir wenigstens nicht mehr dein Gezeter anzuhören.« Er ging einen Schritt auf sie zu und sah sie drohend an, sodass Laura Angst bekam. Sie trat zurück und schaute ihn traurig, fast weinend an. »Ich fahre wieder los. Mach, was du willst. Doch ohne ärztliche Hilfe wirst du da nicht allein rauskommen.« Holger ging wieder auf sie zu und schrie sie an. »Dein Gelaber kannst du dir sparen. Ich weiß selber, dass ich zum Arzt gehe, aber nicht wegen der Papiere, sondern weil ich Kreislaufprobleme habe. Also halt dich zurück, Laura. Sonst wirst du mich mal anders kennenlernen.« Jetzt fing er an, ihr zu drohen. Laura hatte Angst vor ihm und wich wiederum zurück, konnte sich aber nicht verkneifen, ihm zu sagen, dass er sich fragen sollte, woher seine Kreislaufprobleme kommen, die er vorher nicht hatte. In seinen Augen sah sie Zorn, und Holger kam immer mehr in Rage. »Hör endlich mit deinen Vorwürfen auf und reiz mich nicht, du Schlampe. Ich habe in der letzten Zeit ziemlich viel Dreck erlebt, dass die Pumpe dadurch leidet. Ist ja wohl klar.« Das war zu viel. »Schlampe. Blödes Ding.« Laura konnte das nicht ertragen. Und wer weiß, vielleicht würde er sogar noch gewalttätig werden. Sie sagte nichts mehr, ging zum Auto, um zurückzufahren. Beim Weggehen schrie er ihr hinterher. »Ja, hau doch ab und komm am besten nicht wieder. Ich habe es nicht nötig, mir diesen Dreck von dir anhören zu müssen. Vergiss nicht, deinen Eltern alles genau zu berichten, wie schlecht dein Ehemann ist. Die Kinder kannst du herbringen. Ich bin ein guter Vater und habe keine Probleme, mich um sie zu kümmern.« Er schrie immer lauter. »Was bist du bloß bescheuert, Laura? Glaubst du wirklich, dass ich Alki bin? Dein Alter, der war einer. Und wenn du mich mit dem vergleichst, hast du doch nicht alle Tassen im Schrank.« Laura stieg ein und wollte losfahren. Plötzlich stand Holger vor der Fahrertür, schrie immer noch und rüttelte an der Tür. »Laura, mach sofort die Sperre runter und starte den Motor. Hast wohl Schiss vor mir. Ha, ha, Miststück!« Es kam mir vor, als hätte er den Verstand verloren. Irgendwie schaffte sie es, das Grundstück zu verlassen und für völlig aufgelöst zurück zu ihren Kindern und Eltern. Weg war sie. Na und, soll sie doch? War er vielleicht ein bisschen grob zu ihr? Nein, war er nicht. Er wollte ja bloß ein bisschen Angst machen, weil sie ihn stark provoziert hatte. Mit ihm springt keiner so herum, auch nicht lauter. Holger ging zurück auf die Terrasse, um ein Glas zu trinken. Doch die Flasche war leer. Ein Blick auf die Uhr zeigte ihm, dass er sich beeilen musste, wenn er noch Nachschub bekommen wollte. Der Laden machte um 18 Uhr dicht und er hatte noch gerade mal 30 Minuten. Also los! Unterwegs überlegte er, ob die Leute ihn ansehen würden, dass er nicht ganz nüchtern war. Wahrscheinlich nicht. Er benahm sich wie immer, betrat den Laden, machte sich nicht mehr die Mühe, andere Dinge zu kaufen, legte die Flasche aufs Band, bezahlte und war wieder draußen. Die waren alle mit sich selbst beschäftigt, dachte Holger. Hallo, Holger, na? Heute Abend bei euch Party? Holger drehte sich um und Thorsten stand vor ihm. Klar, erwiderte er, wir feiern meine Entlassung von so einem Arschloch wie dir. Das hatte gesessen, waren Holgers Gedanken und er war stolz auf sich. Doch Thorsten lachte nur. Na, dann Prost! Und viele Grüße an deine Frau. Pass auf, dass du nicht wieder in das Auto steigst, du Waschlappen! Holger lief vor Wut rot an, wollte etwas erwidern, doch Thorsten stieg lachend in sein Auto und fuhr los. Dieses Schwein! Holger war außer sich vor Wut und trat heftig gegen den vor ihm stehenden Mülleimer, so dass dieser umkippte und seinen halben Inhalt auf dem Parkplatz entleerte. Der Wind tat sein Übriges. Holger ging weiter, als wäre nichts gewesen. Er war in Gedanken mit Thorsten beschäftigt. Was bildet dieser Mensch sich überhaupt ein? Macht sich noch lächerlich über ihn und als Krönung nennt er ihn Waschlappen. Krass! Als Holger außer Sichtweite des Marktes war, nahm er einen großen Hieb aus der Flasche. Er musste sich beruhigen. Würgegefühle kamen leicht in ihm hoch, verschwanden aber gleich wieder. Zum Glück, nicht, dass er hier noch auf den Weg kotzen müsste, dann hätten erst recht alle was zu reden. Tun sie sowieso schon. In so einem kleinen Dorf bleibt nichts geheim. Anscheinend war seine Misere in den Nachbardörfern schon angekommen, denn woher sollte Thorsten das mit dem Führerschein wissen. Holger konnte sich etwas beruhigen, kam wieder zu Hause an, überlegte dennoch, wie er Thorsten diese Sache heimzahlen konnte. Ihm würde schon etwas einfallen. Dann kam ihm plötzlich in den Sinn, dass er wieder Whisky trank und jetzt auch noch gleich ein Bier dazu. Heute musste definitiv der allerletzte Tag sein. Heute ist Mittwoch. Morgen würde er in die Sprechstunde gehen. Er musste. Schließlich konnte er nicht jeden Tag saufen, sonst ist er nicht besser als die Alkis, die er kannte. Da war Peter auf seiner ehemaligen Baustelle. Peter trank jeden Tag, alle wussten das. Peter schaffte immer sein Soll, also sagte keiner was. Doch Stefan, ein anderer Kollege, trank fünf bis sechs Tage volle Granate durch und war dann eine Woche außer Gefecht. Wenn er wieder auf Arbeit war, soff er ein Viertel oder auch ein halbes Jahr gar nichts mehr. Dann gab es noch die ekligen Alkis, die Flaschen sammelten meistens keine Bude hatten und sich vom Netto trafen, um zu saufen. Das waren die Schlimmsten. Die Typen stanken oft und wechselten nie ihre Klamotten, einfach nur abartig. Mit diesen Gedanken lenkte er sich unbewusst von Thorsten, aber auch von Lauras Auftritt ab. Heute noch mal den Whisky, ein paar Biere, dann konnte er gut schlafen und morgen würde er den Arzt aufsuchen wegen seines Kreislaufproblems. Wenn dieser wieder in einem normalen Bereich liegen würde, dann brauchte Holger nicht mehr so viel trinken. Mit Laura würde sich auch alles zum Guten wenden, denn sie führten eine ganz tolle Ehe, dachte er jedenfalls und Laura dachte bestimmt genauso. Den kleinen Streit vorhin werden sie beide morgen schnell wieder aus der Welt schaffen. Laura kam bei ihren Eltern an, stieg aus dem Auto und bemerkte, dass ihre Beine zitterten. Was war das denn vorhin? Sie hatte Mühe, den Weg bis zur Haustür einigermaßen gerade zu laufen. Ihr war schwindelig und schweißran von ihrer Stirn. Sie betrat das Haus, ging wie in Trance in die Küche und ließ sich auf den nächstbesten Stuhl fallen. Laura, was ist denn mit dir los? Du siehst ja kreidebleich aus. Ist was passiert? Lauras Mutter kam zu ihr und schaute sie besorgt an. Sie gab ihr etwas zu trinken und wartete ab, bis Laura reden konnte. Ich glaube, meine Ehe ist am Ende. Du kannst dir nicht vorstellen, was vorhin bei uns zu Hause abging. Ihre Mutter hatte Mühe, sie so zu verstehen, weil Laura beim Reden sehr schluchzte und immer wieder heftig weinte. Sie sagte zusammen und weinte wie noch nie. Komm erst mal ein wenig zur Ruhe und dann erzählst du alles ganz genau. Danach sehen wir, was wir tun können. Ihre Mutter ahnte nichts Gutes. In dieser Verfassung hatte sie Laura noch nie gesehen. Sie schien einen Nervenzusammenbruch zu haben. Was hatte dieser Mensch nur mit ihr gemacht? Hat er ihr wehgetan? Nein, körperlich war auf den ersten Blick nichts zu sehen. Sollte es mit Holger genauso losgehen wie mit ihrem Ex, musste Laura sich unbedingt trennen. Ihre Mutter wollte unter keinen Umständen, dass ihre Tochter das Gleiche widerfährt wie ihr damals. Dieser Scheißkerl! Sie war unglaublich wütend auf Holger. Laura begann stockend zu berichten, was er ihr alles an den Kopf geworfen hatte. Sie erzählte von den schlimmen Beleidigungen, dass er nicht nüchtern wurde, verschwieg aber die Sache mit der Autotür. Sie wollte nicht schon wieder den Vergleich zu ihrem Vater, den ihre Mutter unweigerlich vorbringen würde. Doch diese hörte aufmerksam zu und sagte zunächst gar nichts. Eine Weile schwiegen beide und hingen ihren Gedanken nach. Mario kam herein und begrüßte Laura. Als er jedoch sah, was mit ihr los war, ließ er die beiden wieder allein. Er hielt es für besser, dass Mutter und Tochter sich uneingeschränkt unterhalten konnten und ging zu den Kindern. Laura ergriff zuerst wieder das Wort. Sie hatte sich einigermaßen beruhigt. Ihre Mutter war da und das war gut so. Ich bin am Ende und habe keine Ahnung, was ich machen soll. Bis vor kurzem war bei uns noch alles im Lot und jetzt habe ich das Gefühl, dass ich machtlos, hilflos und einsam bin. Es fühlt sich alles so leer an. Sie schluchzte wieder. Einsam bist du nicht, Laura. Wir sind für dich da. Justin und Lisa sind hier. Du bist bei uns in Sicherheit. Holger ist ein guter Mensch. Doch wie du gesehen hast, verändert der Alkohol ihn auf eine unkontrollierte Art und Weise. Dies ist symptomatisch für Menschen, die ein Alkoholproblem haben. Nicht jeder wird gewalttätig oder beleidigend, doch verändern tun sie sich alle, egal ob Mann oder Frau. Es gibt auch welche, die ruhiger werden und sich zurückziehen. Ich habe mich eine ganze Weile mit der Wirkung des Alkohols auseinandergesetzt, weil ich dadurch hoffte, deinem Vater helfen zu können, wie du weißt. Es war vergeblich. Zucht ist in den meisten Fällen stärker als die Liebe. Holger ist doch nicht süchtig, warf Laura entrüstet dazwischen. Ihr Holger und süchtig niemals. Er steht sicher noch am Anfang. Er sollte unbedingt zum Arzt gehen. Ihre Mutter redete ruhig mit ihr. Wenn er die Hilfe annimmt, die er zweifellos bekommt, dann kann sich das Blatt wenden und eure Ehe wird nicht zerbrechen. Aber wie soll ich ihn zum Arzt bekommen? Was, wenn er nicht will und jeden Tag so weitermacht? Laura konnte sich nicht vorstellen, dass Holger freiwillig zum Arzt gehen würde. Er kann nicht so weitermachen. Ich sag dir auch warum. Heute ist der fünfte Tag, an dem er verhältnismäßig viel trinkt. Das kann er auf Dauer nicht durchhalten. Er wird selber feststellen, dass er so nicht weitermachen kann. Laura erinnerte sich an die Kreislaufprobleme, die Holger angesprochen hatte. Ihre Mutter hatte recht. Lange würde er das nicht mehr durchhalten. Aber was sollte sie machen, wenn er sie sofort beschimpfte, so wie sie das Thema ansprach? Sollte sie abwarten? Was, wenn ihm etwas passiert? Während sie nicht da ist? Laura machte sich jetzt ernsthafte Sorgen um ihren Mann. Auch überlegte sie, ob von ihrer Seite schlimme Wörter gefallen sind. Hatte sie ihn so sehr gereizt? Wahrscheinlich ja. Holger hat sich ihr gegenüber noch nie so verhalten. Ihr war auch nicht bekannt, dass er anderen Menschen schon mal auf diese Weise behandelt hat. Er war immer ausgeglichen und freundlich zu jedem. Oh mein Gott! Wie konnte sie ihm und dadurch ihrer Ehe helfen? Was sollte sie den Kindern auf Dauer erzählen, warum ihr Papi nicht da ist? Zum Glück hatte sie ihre Eltern. Laura war unendlich froh darüber, auch wenn sie nicht alles teilte, was ihre Mutter sagte. Sie wird jetzt ihre Kinder begrüßen. Danach gibt es das Abendbrot und irgendwann ist dieser entsetzliche Tag zu Ende. Ihr graute vom Morgen. Auf Arbeit wird man ihr ansehen, dass etwas nicht stimmt. Doch sie wusste nicht, ob sie darüber sprechen konnte. Es war ihr peinlich und sie schämte sich, wenn sie daran dachte. Am späten Abend, Laura hatte viel mit ihrer Mutter und Mario gesprochen, fühlte sie sich wieder besser. Sie konnte sogar gut einschlafen, wenn auch mit Hilfe einer Beruhigungstablette. Schon wieder war die Flasche leer. Holger ging es gut. Er hatte keine Probleme mit seinem Kreislauf und auch sonst fand er die Welt in Ordnung. Er saß immer noch auf der Terrasse und lauschte dem Nachtgesang der Vögel. Er lehnte sich entspannt zurück. Schön wohnen sie hier, viel Natur, weg vom Stadtlärm. Es war die richtige Entscheidung, in dieser Gegend das Haus zu bauen. Wie viel Arbeit und Schweiß hatte er hier hineingesteckt? Naja, fertig war man ja nie so richtig, wenn man ein Haus besaß. Doch das Schlimmste hatte er lange hinter sich. Auch für die Kinder war es der richtige Platz. Hier konnten sie spielen, toben und waren mitten in der Natur. Darauf legte er und Laura viel Wert. Heute Nachmittag war sie richtig komisch zu ihm. Holger dachte nicht einen Moment daran, wie er sie behandelt hatte. Und er wußte es nicht mehr. Für ihn war Laura in letzter Zeit eine Zicke. Wieso hatte sie sich denn so verändert? Lag es an ihm? Nur weil er ein paar Tage durchzog? Nein, das glaubte er nicht. Wenn sie ihre Tage hatte, war sie merkwürdig drauf. Aber doch nicht so wie heute. Eigentlich konnte er sich gar nicht mehr richtig an die Einzelheiten erinnern. Wusste nur noch, dass sie Streit hatten. Als er schließlich schlafen ging, machte er sich kurz Gedanken darüber, ob es ihm morgen schlecht gehen würde. Kann nicht sein, redet er so vor sich hin. Heute geht's mir super. Also wird's mir morgen auch super gehen. Kapitel 6 Wie ein schlechter Traum Laura wachte aus einem Tiefschlaf auf und war sofort wach. Hoffentlich wird dieser Tag besser als der gestrige, dachte sie. Irgendwie musste sie es schaffen, Holger vom Arzt zu überzeugen. Wenn sie auf Arbeit ist, wird sie ihn anrufen. Nach dem Aufstehen tat sie alles wie gewohnt, doch es kam ihr mechanisch vor, so als ob sie ganz woanders wäre. Kinder wecken, duschen, Frühstück und dann los. Justin und Lisa stellten zum Glück keine Fragen, die Laura ihnen nicht beantworten wollte. Sie waren so wie immer drauf. Es hatte den Anschein, als wären sie mit der jetzigen Wohnsituation nicht ganz unzufrieden. Bevor Laura ihr Büro betrat, ging sie noch mal auf die Toilette und schaute in den Spiegel. Sie sah schon mal besser aus, aber da war jetzt nichts zu machen. Es war Arbeitsbeginn und sie wollte so, wie man es von ihr gewohnt war, eine sehr gute Arbeitsleistung hinlegen. Doch sie schaffte es nicht, war unkonzentriert, machte Fehler bei den Buchungen und musste schließlich bei ihrem Chef antanzen. Paul war ein cooler Typ, hier duzten sie sich alle, dadurch ging sie nicht zu sehr aufgeregt in sein Büro. Laura, was ist los? Diese Frage hatte sie befürchtet. Nichts, Paul, alles in Ordnung, erwiderte sie unsicher. Ich sehe, dass etwas nicht stimmt mit dir. Bist du krank? Hast du irgendwelche Probleme? Raus mit der Sprache, du weißt doch, dass wir hier alle miteinander offen umgehen können. Das stimmt, dachte Laura, aber über die Probleme, die sie hatte, wollte sie auf gar keinen Fall mit ihren Kollegen sprechen. Was sollten die denken von ihr? Würde sofort Gerede geben, kennt man doch. Am Ende wird Holger als Alki abgestempelt, der er nicht war, und sie würde ebenfalls blöd dastehen. »Du hast recht, Paul, mir geht es nicht gut, weiß auch nicht, was mit mir los ist. Wahrscheinlich steckt mir irgendetwas in den Knochen«, log sie ihn an. Laura hasste Lügen, doch die Wahrheit konnte und wollte sie nicht sagen. »Pass auf«, begann Paul, »du gehst zum Arzt, lässt dich durchchecken und wenn du krank bist, bleibst du eine Weile zu Hause. Punkt.« Er duldete scheinbar keine Widerrede. »Kurier dich ordentlich aus. Wir kommen hier auch ohne dich klar. Für mich ist es wichtiger, eine gesunde Laura im Büro zu haben, als eine, die unkonzentriert ist und Fehler macht.« Das hatte gesessen. Laura war ein bisschen angepisst wegen dieser Aussage, obwohl er natürlich recht hatte. »Okay, ich geh zum Arzt. Denke aber, dass ich bald wieder hier bin und zwar genauso, wie du mich kennst und schätzt. Dann haben wir das geklärt«, sagte Paul. »Übergib deine Arbeit an Anja und sag uns Bescheid, falls es zur Krankschreibung kommt. Erhol dich gut. Damit war das Gespräch beendet. Laura verließ Pauls Büro und ging in ihres, sortierte alles durch und übergab Anja die Arbeit. Diese war für einen mitleidigen Blick zu und meinte, »Das wird schon wieder.« So etwas hatte sie gerade noch gebraucht. Als sie in ihr Auto stieg, fühlte sie eine Riesenerleichterung. Doch jetzt musste sie zu ihrer Ärztin und die Wahrheit berichten. Diese unterlag der Schweigepflicht und Laura nahm sich fest vor, zu erzählen, was los war. Vielleicht konnte diese ihr sogar mit ein paar Ratschlägen weiterhelfen, wie sie mit Holger umgehen sollte. Gott sei Dank war das Wartezimmer nur mit zwei Leuten belegt. Dann brauchte sie nicht so lange zu warten. Nach circa 20 Minuten wurde sie aufgerufen. »Hallo, Frau Jelzer. Wir haben uns ja schon eine ganze Weile nicht gesehen. Was führt sie zu mir?« Lauras Herz pochte. Doch sie musste erzählen. Das tat sie dann auch. Unter Tränen sprach sie über das, was sie so fertig machte. Sie redete sich alles von der Seele und ließ nichts aus. Die Ärztin hörte aufmerksam zu, machte sich ihre Notizen und unterbrach sie nicht. Nachdem Laura fertig war, holte sie Tiefluft, bevor sie sprach. Ihr Mann ist Alkoholmissbräuchler, wenn nicht sogar schon Alkoholiker. Das hatte wieder gesessen. Laura konnte es nicht glauben. Zuerst erzählte ihre Mutter so etwas Ähnliches jetzt auch noch die Ärztin. Hoffentlich irrten sich beide. Nachdem, was sie mir über das Trinkverhalten ihres Mannes erzählt haben, deutet vieles darauf hin. Ich werde sie für zwei Wochen krankschreiben und ihnen ein leichtes Beruhigungsmittel geben, damit sie schlafen können. Außerdem rate ich ihnen, dass sie ihren Mann dazu bringen, zuerst zum Arzt und dann zur Suchtberatung zu gehen. Es wird nicht einfach, denn ihr Mann wird nicht einsehen, dass er ein Alkoholproblem hat. Gehen Sie mit ihm zusammen zur Beratung, dann wird es ihm leichter fallen. Das setzt allerdings eine Versöhnung voraus. Nehmen Sie Kontakt zu ihrem Mann auf. Überzeugen Sie ihn von einem Arztbesuch. Allein wird er da nicht rauskommen. Außerdem ist es gefährlich. Inwiefern gefährlich? Laura wusste nicht so recht, wie sie diese Aussage verstehen sollte. Wenn jemand über mehrere Tage viel Alkohol trinkt und praktisch nicht mehr nüchtern wird, dann könnten bei einem sofortigen Aufhören mit dem Trinken starke Entzugserscheinungen auftreten, bis hin zu Krampfanfällen oder Delirium. Es kam in nicht wenigen Fällen zur Todesfolge. Außerdem ist es wichtig, dass sie sich in allererster Linie um ihr Wohlergehen kümmern. Es ist oft so, dass der Alkoholkranke, sofern ihr Mann es ist, immer die meiste Aufmerksamkeit bekommt, die Partner hingegen dabei auf der Strecke bleiben, weil sie sich allein gelassen fühlen. Doch auch sie könnten Hilfe bekommen, die sie allerdings auch in Anspruch nehmen sollten. Laura sagte innerlich zusammen, sie konnte nicht glauben, was sie gerade gehört hatte. Jedoch vertraute sie ihrer Ärztin und war bereit, mit Holger zu reden. Sie bedankte sich und verließ die Praxis. Es kam ihr alles vor wie ein schlechter Traum. Warum rüttelte sie niemand wach? Doch es war kein Traum. Es war die blanke Realität, was sie gerade erlebte und durchmachte. Bei ihren Eltern angekommen, schilderte sie ganz genau das Gespräch mit ihrer Ärztin. Die Frau hat absolut recht, Laura, sagte ihre Mutter. Holger hat ein Problem und allein wird er es nicht lösen können. Er braucht deine Hilfe. Sie unterhielten sich eine ganze Weile über diese verdammte Alkoholsucht, bis die Zeit dran war, die Kinder abzuholen. Nachdem alles erledigt war, fühlte Laura sich platt. Sie nahm ihre verschriebene Tablette, legte sich in das Bett und googelte in ihrem Tablet noch eine Weile über die Alkoholsucht. Die etlichen Beiträge darüber erschlugen sie förmlich. Es war das erste Mal, dass sie sich so intensiv mit diesem Thema auseinandersetzte. Sie las und las, bis ihr die Augen zu fehlen. Beim Einschlafen nahm sie sich fest vor, morgen mit Holger die ganze Sache wieder in die richtige Spur zu lenken. Nur so konnte sie ihre Ehe retten. Die Dunkelheit verriet ihm, dass es mitten in der Nacht sein musste. Er schaute auf sein Handy. Drei Uhr morgens. Holger hatte Schweißausbrüche und konnte sich an nichts erinnern. War Laura gestern hier? So sehr er auch überlegte, es fiel ihm nicht ein. Er musste aufs Klo. Von diesem Druck war er wahrscheinlich wach geworden. Nachdem er sich erleichtert hatte, bemerkte er, dass die Schweißausbrüche immer noch da waren und in Wellen wiederkehrten. Was war das denn? Warum schwitzte er so sehr? Auf einmal überkam ihn ein heftiger Schüttelfrost. Er legte sich sofort wieder in das Bett und deckte sich bis zur Nasenspitze zu. Zu allem Unglück fing jetzt auch noch sein Herz an zu rasen. In ihm stieg eine unerklärliche Angst auf. Wenn Laura bloß hier wäre, er brauchte sie jetzt. Er griff zum Telefon, legte es aber wieder weg. Es war kurz nach drei und Laura wird schon längst schlafen. Es würde sofort Ärger geben, wenn er sie jetzt anrief. Er stand wieder auf. Die Unruhe hielt ihn nicht länger im Bett und er versuchte, sich anzuziehen. Doch das war eine Herausforderung. Er verlor ein paar Mal das Gleichgewicht, musste sich immer wieder irgendwo abstützen, um nicht zu stürzen. Was war noch mit ihm los? Er stand völlig neben sich. Erinnerung weg, Herzrasen, Schweißausbrüche, dann wieder Kälte und eine Scheißangst. Er war krank, Sophie stand fest. Sollte er einen Notruf starten? Doch trotz alledem fühlte er sich nicht in Lebensgefahr, also verschwand dieser Gedanke wieder sofort. Jetzt bemerkte er, dass ein unbändiger Durst ihn plagte. Milch war sein erster Gedanke, doch plötzlich fiel ihm ein, was gestern geschehen ist, nachdem er Milch getrunken hatte. Der Flur. Laura war bestimmt hier und hatte das Chaos gesehen. Damit hatte er sich wohl einiges versaut bei ihr. So ein Mist. Der Durst ließ nicht nach. Er musste was trinken und ging in die Küche, um zu sehen, was noch vorhanden war. Nichts. Er hätte Leitungswasser trinken müssen, doch das wollte er nicht. Bier? Warum nicht? Ein Bier würde ihn nicht umhauen. Vielleicht geht es ihm dadurch besser, wer weiß. Der Schweiß tropfte schon wieder von seiner Stirn und sein Herz wollte sich nicht beruhigen. Er ging mit einer Taschenlampe, bewaffnet, mit wackeligen Beinen zur Garage. Hoffentlich war noch was da. Ein voller Kasten und ein paar Flaschen, die herumstanden, erfüllten ihn sofort mit einer maßlosen Freude. Er konnte es kaum erwarten, die Flasche aufzumachen. Er schnappte sich vier Stück und ging zurück in das Haus. In der Küche angekommen, zelebrierte er den ersten Schluck. Wunderbar. Einfach fantastisch. Derjenige, der das Bier erfunden hatte, müsste den Nobelpreis bekommen, aber der lebte bestimmt nicht mehr. Holger lachte vor sich hin über seinen überaus lustigen Spaß und stellte dabei fest, dass es ihm langsam besser ging. Er schwitzte nicht mehr so stark. Die Angst hatte sich gelegt. Da war nur noch das schnelle Herz pochen, welches er aber jetzt nicht so genau beobachtete. Gleich das zweite Bier und er könnte sich wieder hinlegen. Nachdem er bei der vierten Flasche angekommen war, hörte die Vögel zwitschern und sah eine langsame Dämmerung vor dem Küchenfenster aufsteigen. Nun gut, heute war Arzttag. Hinlegen brauchte er sich jetzt auch nicht mehr. Er ging festen Schrittes zur Garage, um erneut ein paar Flaschen zu holen. Eine würde er zunächst noch trinken und sich dann in das Bad begeben. Schließlich konnte er nicht wie ein Penner beim Arzt auftauchen. Das bedeutete duschen und vor allem rasieren. Dies hatte er seit Tagen nicht mehr getan. Dementsprechend sah er auch aus. Obwohl ein Vollbad stand ihm nicht schlecht, fand er, als er sein Spiegelbild erblickte. Ob Laura das auch so sah? Heute würde er nach seinem Arztbesuch seine liebe Ehefrau anrufen, denn dann war auch die Sauferei vorbei und Holger könnte wieder richtig durchstarten. So eine Phase hat wohl jeder, wenn alles schiefläuft. Heute Nachmittag kann er gleich mal einige Leute wegen Arbeit anrufen. Am besten irgendwas im Dorf und natürlich wird es zunächst schwarz sein. Holger wusste, dass jetzt viel Schreibkram angesagt war, denn er musste sich beim Arbeitsamt melden. Davor graute ihm. Er selbst war noch nie arbeitslos. Aber was er alles so von Bekannten gehört hatte, war allein der Antrag schon eine enorme Herausforderung. Doch dabei würde ihn Laura unterstützen, das wusste er. Laura hatte bei solchen Dingen keine Probleme, deshalb war sie auch der Finanzminister in der Familie. Als Holger aus dem Bad kam, fühlte er sich deutlich besser. Die Symptome von heute früh waren komplett weg. Er musste dem Doc unbedingt seine Kreislaufprobleme schildern, denn so ging es nicht weiter. Mittlerweile kamen kleine Panikattacken dazu, ein eindeutiges Indiz, dass mit ihm irgendwas nicht stimmte. Jetzt ging es ihm wieder gut. Daraufhin gab es ein weiteres Bier, denn das hatte er sich redlich verdient. Er schaute in sein Handy, um zu sehen, wann der Bus in die Stadt fuhr. Es war jetzt halb neun, um neun Uhr fünfzehn fuhr der Bus. Den Weg zur Bushaltestelle würde er in zehn Minuten bewältigen. Wenn er schnell machte, schaffte er noch ein Bier. Damit hätte er dann vorgesorgt für seine Reise in die Stadt. Wer weiß, wann er zurückkam. Holger steckte sich einige Pfefferminzbonbon ein, checkte die Brieftasche, ob Krankenkassenkarte und genügend Geld vorhanden war. Danach war es Zeit für das vorerst letzte Bier. Zu dumm, dachte er, dass kein Whisky mehr da war. Damit hätte er keine große Fahne. Nicht, dass er sich beim Arzt noch rechtfertigen musste, weil er ein bisschen was gesoffen hatte. Darüber dachte Holger aber nicht lange nach, leerte die Bierflasche und ging zum Bus. Auf dem Weg dorthin traf er einige Bekannte, mit denen er sich allerdings nicht lange aufhalten konnte, wenn er den Bus rechtzeitig erreichen wollte. Geschafft! Er war sogar ein paar Minuten zu früh da. Als Einziger stand er hier herum und fragte sich, warum nicht mehr Menschen mit dem Bus fuhren, hatten wahrscheinlich alle noch ihren Führerschein. Bei diesen Gedanken kam sein Shuttle. Holger betrat die Praxis und sah sich um. Kein bekanntes Gesicht, zum Glück. Er hatte keinen Bock darauf, noch mit irgendwelchen Leuten zu quatschen. Hoffentlich dauerte es nicht so lange. Er hasste warten. Eigentlich war er fast nie krank. Deshalb war er auch eine ganze Weile nicht hier. Er versuchte sich zu überlegen, was er sagen sollte. Der Doc sollte ihn einfach mal durchchecken, das war klar. Von seinen Kreislaufproblemen musste er berichten und auch die Schweißausbrüche und das Herzrasen nicht vergessen. Wenn er so darüber nachdachte, fiel ihm auf, dass er mit seinen 35 Jahren schon eine Menge komische Symptome hatte. Nach einer Stunde war er schließlich an der Reihe. Er plauderte gleich darauf los und fragte den Doktor zum Schluss seiner Rede, wie es sein kann, dass er mit seinen noch jungen Jahren schon so viele Wehwehchen hatte. Der Arzt sah ihn an und fragte, wie viel trinken Sie? Was sollte denn diese Frage? Spinnt der? Er sollte ihm helfen, Blutdruck messen und solche Sachen. Stattdessen stellte er Fragen, die mit seinen Problemen überhaupt nichts zu tun haben. Holger wurde ärgerlich. Wie viel trinken Sie denn? war seine Gegenfrage. Es geht hier nicht um mich, erwiderte der Arzt, sondern um Sie, Herr Jelzer. Also wie viel trinken Sie am Tag? Holger schluckte und erzählte, dass er von heute auf morgen arbeitslos geworden sei und seitdem etwas mehr als sonst trank. Naja, so über den Tag verteilt ein paar Bier, sagte Holger. Haben Sie heute auch schon getrunken? Ja, zwei Bier heute früh, weil ich mit dem Herzrasen nicht klarkam. Danach war es besser. Holger bemerkte zunächst nicht, dass er seinem Arzt frech ins Gesicht log. Ich werde mir Ihre Wunde ansehen. Danach messen wir den Blutdruck und die Herzfrequenz. Danach wird Ihnen die Schwester Blut für ein großes Blutbild abnehmen. Sie kommen am Montag wieder und dann besprechen wir die Ergebnisse. Seit Ihrem Sturz haben Sie jeden Tag getrunken. So etwas geht nicht spurlos am Körper vorbei. Wissen Sie, Alkohol ist kein Grundnahrungsmittel, deshalb rächt sich der Körper nach einer gewissen Zeit. Das sind Warnsignale, die Sie auf jeden Fall ernst nehmen sollten. Hören Sie sofort auf mit dem Trinken. Ich verschreibe Ihnen etwas, das Ihnen den Entzug leichter macht. Entzug? Hat der ein Ding an der Waffel? Was denn für einen Entzug? Doktor, ich bin doch kein Alkoholiker, sagte Holger empört. Sie werden definitiv einen Entzug bekommen, wenn Sie mit dem Trinken aufhören. Das ist völlig normal. Sie haben Ihrem Körper eine ganze Menge zugemutet. Das muss sich erst mal wieder regulieren. Ich kann Sie auch auf eine Entgiftungsstation überweisen. Da wären Sie dann unter ständiger Beobachtung. Holger dachte, er wäre im falschen Film. Was erzählt er Ihnen für einen Blödsinn? Entgiftungsstation? Ja, nee, ist klar. Bekommen Sie Provisionen dafür? Wie viel nehmen Sie denn für so eine Überweisung? Holger bemerkte das Wut in ihm aufstieg. Herr Jelzer, es ist völlig normal, dass Sie so reagieren. Jeder reagiert zunächst etwas heftig. Keiner will wahrhaben, dass er ein Alkoholproblem hat. Es betrifft immer die anderen. Man selbst hat vielleicht mal einen zu viel getrunken. Aber deshalb hat man doch nicht gleich ein Problem. Das ist die Meinung der meisten. Doch glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich spreche. Entweder Sie hören sofort auf, nehmen zum Schutz und zur Beruhigung die Tabletten und den Krampfschutz, oder es wird früher oder später zur Entgiftung kommen. Am Montag sehen wir uns dann wieder. Der Arzt versorgte Holgers Wunde, machte die Messungen und verabschiedete sich mit den Worten, dass Blutdruck und Herzfrequenz wie erwartet zu hoch sind. Die Tabletten dagegen aber gut wirken, wenn kein Alkohol mehr getrunken wird. Holger sagte kein Wort, ließ die Blutabnahme über sich ergehen und ging wort und gruslos aus der Praxis. Als er endlich auf der Straße stand, war er wie betäubt. Er konnte einfach nicht glauben, was dieser Quacksalber ihm erzählt hatte. Vielleicht sollte er noch eine zweite Meinung einholen. Doch den Gedanken wischte er wieder weg. Er hatte keinen Bock mehr und wollte nach Hause. Als er auf sein Handy schaute, er hatte den Ton auf lautlos gestellt, sah er, dass Laura ihn angerufen hatte. Er würde sie zurückrufen, aber erst, wenn er zu Hause ist. Von der Apotheke holte er die verschriebenen Tabletten und fuhr mit dem Bus wieder Mit diesen Worten wurde Laura wach und schreckte hoch. Justin stand vor ihrem Bett. Meine Güte, wie spät ist es? Hatte sie etwa verschlafen? Dann fiel ihr wieder ein, dass sie krank geschrieben war. Erleichtert ließ sie sich auf ihr Kissen fallen. Papi geht es nicht so gut und deshalb lassen wir ihn erst mal ein bisschen in Ruhe, damit er sich erholen kann. Sie hatte so spontan nichts anderes auf Lager. Wann fahren wir denn wieder nach Hause? Justin ließ nicht locker. Wenn es dem Papi besser geht, Mami ruft ihn heute mal an und fragt, wie es ihm geht. Okay, dann müssen wir uns langsam fertig machen. Mit diesen Worten verließ Justin das Zimmer von Laura. Sie fühlte sich unwohl, sie hatte nicht gelogen, aber auch nicht die Wahrheit gesagt, doch was hätte sie Justin erzählen sollen? Mami und Papi haben sich gestritten, sie wollte ihre Kinder da nicht mit einbeziehen, deshalb empfand sie ihre Worte als richtig. Ihre Eltern hatten wie jeden Morgen den Frühstückstisch schön gedeckt, die Kinder waren gewaschen und angezogen, Laura war dankbar. Guten Morgen Laura, wenn du willst, bringen wir die Kinder heute weg, dann kannst du alles in Ruhe regeln. Ihre Mutter machte sich Sorgen, ließ sich aber nichts anmerken, zumindest nicht vor den Kindern. Nachdem alle aus dem Haus waren, wusste Laura zunächst nicht, was sie mit sich anfangen sollte. Es war für sie ungewohnt, diese spontane Krankschreibung. Normalerweise wäre heute ein ganz normaler Arbeitstag gewesen, aber was ist in diesen Tagen noch normal? Nichts. Sie machte sich in Ruhe fertig und dachte über die Worte ihrer Ärztin nach. Wie sollte sie Holger dazu bewegen, zum Arzt zu gehen? Und dann auch noch zur Suchtberatung? Der denkt sofort, sie vergleicht ihn mit ihrem Vater und würde kurzerhand wieder ausrasten. Wenn er immer noch trinkt, darf sie ihm auf keinen Fall so etwas sagen. Im Geheimen wünschte sie sich, dass Holger total am Ende war, dann blieb ihm nichts anderes übrig als der Arzt sollte sie ihn anrufen. Was, wenn er wieder beim Sprechen lallte und sie sofort wusste, dass er immer noch trank? Dann war der Tag gleich versaut. Wieder dachte sie an ihre Ärztin. Natürlich wollte sie ihre Ehe retten, aber das war leichter gesagt als getan. Dazu mussten beide bereit sein. Seine Handgreiflichkeiten und die Beleidigungen würde sie nicht vergessen. Jedoch könnte sie ihm verzeihen. Doch das totale Vertrauen, was sie beide gegenüber hatten, war vorerst zerbrochen. Sie schluchzte schon wieder leise vor sich hin. Er war so ein lieber Kerl. Die ganzen zehn Jahre war alles in Ordnung und lief super. Doch jetzt war es anders. Sie sah Holger mit anderen Augen nach den Vorfällen der letzten Tage. Warum nur hat Thorsten ihm den Job gekündigt. Damit fing alles an. Sie griff zitternd zu ihrem Telefon und wählte Holgers Nummer. Nach dreimal Klingeln war die Mailbox dran. Das war ungewöhnlich, denn Holger ging immer an sein Handy. Ob er noch schlief? Doch auch das wäre ungewöhnlich, denn Holger ist Frühaufsteher. Nicht, dass ihm etwas passiert ist. Laura steigerte sich schon wieder in irgendetwas hinein. Sie bemerkte es, doch der Gedanke ließ sie nicht mehr los. Sie traf eine Entscheidung und ging zum Auto. Zitternd drehte sie den Schlüssel im Zündschloss. Der Motor sprang an. Sie war völlig unsicher, fuhr dann aber los. Kapitel 7 In guten wie in schlechten Zeiten Zu Hause angekommen wurde er immer mulmiger. Holger sie bekam keine Antwort. Laura wusste nicht, ob es ein gutes oder schlechtes Zeichen war. Als ihr Blick über den Flur schweifte, kamen sofort die Erinnerungen von gestern hoch. Egal, sie musste ihn jetzt erst mal finden. Die Küche sah chaotisch aus. Auf den Tisch leere Bierflaschen, angebissene Stullen lagen herum und in der Spüle türmte sich das Geschirr. Töpfe halb voll mit irgendwelchen Suppen ließen erahnen, dass er versucht hatte, sich etwas zum Essen zu machen. Laura suchte das gesamte Haus ab, doch Holger war nirgends, auch nicht auf der Terrasse, die sie als letzte betrat, zu finden. Dort standen zwei leere Whiskeyflaschen und wiederum eine ganze Menge leere Bierpullen. Oh mein Gott, was hat dieser Mann nur alles in sich hineingekippt? Wo war er jetzt? Sie setzte sich auf den Terrassenstuhl und wollte zunächst einmal überlegen, was sie als nächstes tat. Sauermachen? Das konnte sie vorerst nicht, weil ihr Gedankenkarussell sich immer noch sehr schnell drehte. Endlich! Holger kam mit einem normalen Schritt auf die Terrasse. Gott sei Dank, er war nicht besoffen, dachte Laura. Hi Laura, alles klar bei dir? Er schien sich an das gestrige Geschehene nicht mehr erinnern zu können. Außerdem hatte er auch nicht die beste Laune, das bemerkte sie sofort. Alles klar, und bei dir? Wie geht's dir, und wo warst du? erwiderte Laura. Holger lag auf den Lippen, das geht dich gar nichts an. Doch er sagte, dass er in der Stadt beim Arzt war, sein Handy auf lautlos hatte und dadurch ihren Anruf nicht mitbekommen hatte. Hoffentlich will sie nicht alles ganz genau wissen. Er kannte Laura, die ließ nicht locker. Er wird sich zusammenreisen und vernünftig mit was Was hat der Arzt gesagt? Ich hätte ein Alkoholproblem, solle sofort mit dem Trinken aufhören, meine Tabletten nehmen und am Montag wiederkommen. Er wollte mir einreden, dass es eigentlich besser wäre, eine Entgiftung zu machen. Nachdem habe ich was erzählt. Ob er glaubt, dass ich Alkoholiker bin oder ob er Kohle für die Einweisung bekommt. Der hat sie nicht alle. Werd wohl den Arzt wechseln müssen. So etwas brauche ich mir wirklich nicht bieten zu lassen. Holger redete sich schon wieder in Rage. Was sagst du denn dazu? Bist du der gleichen Meinung wie der Arzt? Würde mich nicht wundern. Holger fing an, ungerecht zu werden. Daran merkte Laura, dass er auch heute schon wieder getrunken hatte. Vielleicht hast du wirklich ein Problem. Laura versuchte vorsichtig mit ihm umzugehen. Sie wollte nicht, dass er sofort wieder aus der Haut fuhr. Nur weil ich mal ein paar Tage gesoffen habe. Nach diesen Worten holte er sich drei Bier aus der Garage und setzte sich zu ihr. Das erste trank er auf Ex. Laura konnte gar nicht hinsehen. Klar hatte er ein Alkoholproblem. Der Arzt und auch ihre Mutter hatten recht. Sie musste jetzt absolut vorsichtig mit ihm reden. Sie kannte Holger. Er würde sofort zumachen. Oder sie vielleicht sogar wieder beschimpfen. Plötzlich sagte Holger, ich werde mich den ganzen Tag langsam mit Bier runterfahren. Morgen trinke ich nichts mehr und nehme die Tabletten. Bin gespannt, wie das Zeug wirkt und ob dadurch mein Kreislauf zur Ruhe kommt. Nur deshalb bin ich zum Arzt gegangen. Konnte doch nicht wissen, dass der gleich mit Alkoholproblemen anfängt. Hätte ich das geahnt, wäre ich da gar nicht hingefahren oder woanders hingegangen. So ein Idiot. Und der hat einen Doktortitel wahrscheinlich irgendwo abgeschrieben. Kennt man doch alles aus der Zeitung. Holger wurde immer aggressiver und war schon wieder auf 180. Du könntest doch auch schon heute mit dem Aufhören anfangen, warf Laura vorsichtig ein. Dazu bin ich noch viel zu wütend und aufgeregt. Mit dem Bier kann ich mich ganz gut beruhigen. Nee, nee, Laura, lass mich mal machen. Ab morgen ist Schluss und es wäre schön, wenn du mit den Kindern wiederkommst. Ich vermisse euch. Wow. Laura war überrascht über diese Worte, die Holger gerade gesagt hatte. Doch sie konnte es ihm nicht so einfach machen. Was, wenn er jetzt versprach und morgen wieder trinkt, weil ihn irgendetwas aufregt? Oder es geht ihm so dreckig, dass er diesen Zustand sofort mit Alkohol bekämpft? Sie würde ihm liebend gerne glauben, doch leider konnte sie nicht. Wenn du morgen wirklich aufhörst, deine Tabletten nimmst, können wir zunächst mal telefonisch Kontakt haben. Holger, zieh das durch. Geh am Montag wieder zum Arzt. Frag nach den Blutwerten und befolge seine Ratschläge. Ich denke, das wäre das Beste. Du hast jetzt vier Tage zur Erholung. Dann solltest du eine ganze Weile nichts mehr anfassen. Nur so kannst du beweisen, dass kein Problem vorliegt. Holger hörte mürrisch zu. Unterbrach Laura aber nicht. Sie dachte immer noch, er wäre zum Suffi mutiert. Zum Glück wirkte das Bier. Er wurde langsam ruhiger und hatte sich ganz gut im Griff. Okay. Der Deal steht. Wie gesagt, ich höre morgen auf. Und auch alles Weitere werde ich machen. Dann werde ich dir und diesem merkwürdigen Arzt beweisen, dass ich locker ohne Alkohol auskomme und trotzdem gut gelaunt sein kann. Kommst du dann auch mit den Kindern übermorgen zurück? Seine Frage klang zaghaft. Wahrscheinlich regte sich endlich sein schlechtes Gewissen, dachte Laura. Sie wollte aber heute nicht über das Geschehene der vergangenen Tage reden. Möglicherweise wußte er es auch nicht mehr. Darüber würde sie mit ihm sprechen, wenn er nüchtern und wieder richtig aufnahmefähig war. Ja, wir kommen zurück. Aber ich möchte wieder den Holger haben, den ich bis vor kurzem noch hatte. Deine Kündigung und den Führerscheinverlust müssen wir jetzt wegstecken und du musst versuchen, dir eine neue Arbeit zu besorgen. Laura sprach außerordentlich ruhig mit ihm, denn sie wusste nicht, ob das Gesagte etwas bei ihm auslösen würde. Als er nickend seine Zustimmung zeigte, war sie erleichtert. Gut, dann werde ich wieder zu Mutti und Mario fahren, Mittag kochen und dort noch ein wenig im Garten arbeiten. Laura stand auf und wollte gerade zum Auto. Warum bist du eigentlich hier? Hörte sie Holger sagen. Stimmt. Sie hatte nicht darüber gesprochen, dass sie krank geschrieben war. Sie konnte ihm natürlich nicht das Gespräch zwischen ihr und der Ärztin erzählen, denn das hätte ihn mit Sicherheit wieder aus der Fassung gebracht. Also bagatellisierte sie es. Mir ging's gestern nicht so gut im Büro und Paul hatte mir geraten, zum Arzt zu gehen. Wahrscheinlich Magen-Darm-Probleme. Bin zwei Wochen krank geschrieben. Geht aber schon besser. Wieder musste sie lügen, aber auch hier ging es nicht anders. Tschüss, bis in zwei Tagen, sagte sie zum Abschied und fuhr los. Tschüss, Schätzchen, murmelte Holger ihr hinterher. Er hatte mit keiner Silbe erwähnt, wie aggressiv er gestern war. Laura war sich sicher, dass er es tatsächlich nicht mehr wusste. Irgendetwas musste der Alk bei ihm im Gehirn durcheinander gebracht haben, denn volltrunken war er gestern nicht. Dann hätte sie den Filmriss verstehen können. Sie war dennoch einigermaßen erleichtert. Holger nannte es Diehl. Es war ihr egal. Hauptsache er zieht es endlich durch. Mit diesen Gedanken fuhr sie zurück. Holger war wieder allein und der Tag noch lang. Er hatte jetzt den ganzen Nachmittag und den Abend. Eigentlich könne er sich jetzt um den Flur kümmern, doch dazu fühlte er sich zu schwach, denn er musste schließlich auf sein Herz aufpassen. Gartenarbeit? Mal sehen. Er verspürte einen tierischen Hunger und hatte plötzlich Lust auf Döner. Den gab es beim Edeka und genau da wird er jetzt hingehen, sich einen großen Döner holen und diesen genüsslichen sich reinstopfen. Bevor er losging, ließ Holger sich ein weiteres Bier schmecken und machte sich dann auf den Weg. Beim Markt angekommen, hatte er eine Blitzidee. Warum nicht auch gleich eine Flasche Whisky kaufen? Heute sollte der letzte Trinktag sein. Da konnte er sich nochmal richtig zuschütten. Laura ist nicht da, also was soll's, entweder richtig den letzten Tag genießen oder gar nicht. Sein Motto, halb besoffen ist weggeschmissenes Geld. Mit dem Döner und der Flasche Whisky setzte Holger sich wieder auf seine Terrasse und trank zunächst einen Whisky on the rocks. So viel Zeit musste es sein, um noch ein paar Eiswürfel aus dem Gefrierschrank zu holen. Das Glas in der Hand, den lauen Frühlingswind genießen, dachte Holger, das Leben ist schön. Zwei Stunden später war die Flasche fast leer. Er konnte kaum noch laufen, als er zu seinem Bett wollte. Scheiß auf das Bett, er schaffte es gerade so bis zur Couch, ließ sich auf dieselbe fallen und schlief augenblicklich ein. Nach dem gemeinsamen Abendessen bei ihren Eltern schaute sich Laura die Hausaufgaben von Justin an. Alles richtig und alles in Ordnung, mein Schatz. Sie freute sich, dass Justin keine Probleme in der Schule und beim Lernen hatte. Mami? Justins Stimme klang zaghaft. Geht es Papi wieder gut? Ja, mein Schatz. Vielleicht fahren wir in zwei Tagen wieder nach Hause zu Papi. Sie sah wie Justin sich erleichtert freute. Er vermisste Holger, das war klar. Doch noch konnte und wollte sie nicht zurück. Sie musste erst sehen, dass Holger genau das tat, was er ihr versprochen hatte. Morgen wollte er aufhören. Zum ersten Mal in ihrem Leben betete sie im Stillen zu Gott. Sie hoffte so sehr, wieder in ein normales, schönes Familienleben zurückkehren zu können. Wenn sie über die letzte Zeit nachdachte, konnte sie es immer noch nicht richtig fassen. Was war nur aus ihrem geliebten Holger geworden? Wie konnte er sich so stark verändern? Die Kinder und sie bedeutete ihm nichts, wenn er trank. Meine Güte, genau wie bei ihrem Vater. Sie versuchte, die Tränen zurückzuhalten, denn noch befand sie sich bei ihren Kindern. Die durften auf keinen Fall bemerken, dass ihre Mami traurig war, aber Laura hoffte auf einen Neuanfang. Später, als die Kinder schliefen, ging sie zu Mario und ihrer Mutter und erzählte von ihrem Gespräch mit Holger. Zum Glück hatte sie die beiden. Ihre Mutter hatte Ratschläge parat und Mario beruhigte sie. Es war endlich ein netter Abend und zum ersten Mal seit ihrem Hochzeitstag ging Laura wieder entspannt ins Bett. Sie schlief schnell ein. Ihr letzter Gedanke, es wird alles wieder gut. Totenstille. Holger hörte nur das Ticken der Uhr. Wo war er? Er lag auf der Couch. Das stellte er schnell fest. Er versuchte langsam, seine Gedanken zu sortieren. Das Letzte, was ihm in den Sinn kam, war der Whisky und der Rocks hatte er etwa schon wieder die gesamte Flasche weggeballert. Ihm ging es fürchterlich. Sein Herz schlug so schnell, dass ihn schon wieder Angst beschlich. Was war nur los mit ihm? Seine Kehle war wie ausgetrocknet und er schwitzte am ganzen Körper. Und die Couchdecke, mit der er sich warm gehalten hatte, war klitschnass. Eine enorme Unruhe herrschte in ihm. So langsam kamen ein paar Gedanken an die vergangenen Tage zurück. Laura, die Kinder, sie waren nicht hier. Nach langem Überlegen fiel ihm wieder ein, dass er gestern Nachmittag mit Laura gesprochen hatte. Doch worüber nur? Beim Arzt war er auch. Das wusste er. Sofort kamen die Erinnerungen an die Aussagen seines Docs und ihm stieg wieder Wut hoch. So ein Spinner, dachte Holger, behandelte ihn wie ein Alki. Doch mit diesen Gedanken konnte er sich jetzt nicht lange aufhalten. Ihm ging es immer beschissener und er musste etwas dagegen tun. Schweren Schrittes ging er zur Terrassentür, um zu sehen, ob draußen etwas Alkoholisches stand. Er hatte Glück. Ein gutes Drittel befand sich noch in der Whiskyflasche. Außerdem stand ein ungeöffnetes Bier auf dem Tisch. Sein Durst war so groß, dass er zitternd die Bierflasche öffnete und gierig austrank. Warum zitterte er? Holger wusste es nicht, doch seine Unruhe, die ihn kaum ruhig gehen ließ, machte ihm zu schaffen. Er setzte sich auf den Korbsessel und hörte in sich hinein. Was er hörte, kam ihm nicht normal vor. Dann bemerkte er ein Flimmern vor seinen Augen. Voller Angst stand er wieder auf und ging ein paar Schritte durch den Garten. Er musste bei jedem Schritt aufpassen, dass er nicht stürzte. Es war noch dunkel und die kleinen Solarleuchten, die überall herumstanden, spendeten nicht genug Licht. Er versuchte, tief durchzuatmen, ging vorsichtig zur Garage, um zu sehen, ob Bier vorhanden war. Hoffentlich, dachte er. Das erste zeigte zwar schon eine kleine Wirkung, aber die würde nach einer Stunde wieder verschwunden sein. Überall leere Kästen. Mein Gott, was hatte er gesoffen in der letzten Zeit. Kein Wunder, dass er sich so scheiße fühlte. Doch das Saufen allein war nicht die Ursache für seine Befindlichkeit. Davon war er überzeugt. Es musste noch ein anderes körperliches Problem vorliegen. Warum hatte er nur diesen bekloppten Arzt? Dann fiel ihm wieder ein, dass dieser ihm Tabletten verschrieben hatte gegen Entzugserscheinungen. So ein Blödsinn, als ob er einen Entzug bekommen würde. Oder war er wirklich mittendrin? Konnte es sein, dass es ihm aufgrund von Entzugserscheinungen so schlecht ging? Da, ein Kasten mit ein paar vollen Bierflaschen. Er atmete tief durch. Gerettet. Den Durst konnte er bezwingen. Schnell öffnete er, jetzt nicht mehr so stark zitternd, die Flasche und trank. Wieder zog er die Luft danach tief ein und ging zurück zur Terrasse. Ha, da stand ja auch noch der Whisky. Ein Glas wird nicht schaden. Er trank auch dieses mit einem Zug aus. Dann nahm er die Flasche und ging zurück ins Haus, denn draußen froh er stark. Er versuchte wieder nachzudenken und bemerkte dabei, dass sein Herz nicht mehr raste. Keine Schweißausbrüche vorhanden waren und es ihm tatsächlich besser ging. Zwei Bier und ein Glas Whisky, das war das Rezept. Er lachte. Wenn das sein Arzt hörte, was für ein tolles Rezept er entdeckt hatte, würde er sich an den Kopf fassen. Fünf Uhr. Langsam wurde es hell draußen. Die Whiskyflasche war leer. Er hatte drei Bier mit reingenommen, die ebenfalls leer waren. Doch es ging ihm gut. Richtig gut. Er konnte ganz normal zum Klo gehen. Er konnte sich waschen. Ja, er hatte sogar Hunger. Er vermisste seine Frau und seine Kinder. Das wurde ihm schmerzhaft bewusst. Holger wusste, er hatte zu viel gesoffen. Deshalb war seine Familie nicht hier. An Einzelheiten konnte er sich nicht mehr erinnern. Jedoch an das, was er Laura gestern versprochen hatte. Aufhören. Er durfte nicht mehr trinken. Dann kommt sie zurück. Holger war fest entschlossen, Laura zu beweisen, dass er ohne weiteres die Sauferei beenden konnte. Er hatte einen Plan. Wenn er jetzt nur noch die letzten zwei oder drei Bier trank, gab es nichts mehr. Losgehen würde er nicht. Darauf hatte er keinen Bock. Dafür müsste er sich noch mal richtig waschen, sich umziehen, weil er aussah, als wenn er aus einem Erdloch kam. Außerdem roch er merkwürdig und das wollte er alles nicht. Also, auf geht's. Die letzten drei Bier und dann ab ins Bett. Das tat er auch. Er wusste nicht, was ihn erwartete, wenn er erwachte. Doch darüber machte er sich jetzt keine Gedanken. Zur Not hatte er die komischen Tabletten. Holger schlief ruhig ein. Laura hatte eine angenehme Nacht hinter sich. Sie fühlte sich gut ausgeschlafen. Heute war Freitag und sie freute sich auf das Wochenende. Sie war fest überzeugt, dass Holger sein Versprechen hielt. Doch was, wenn nicht? Schon wieder Zweifel. Sie wischte diese Gedanken sofort wieder weg. Er wird es tun. Seine Familie war ihm wichtig. Mit guter Laune fuhr Laura nach dem Frühstück die Kinder zur Kita und zur Schule. Sie sangen sogar alle drei zusammen im Auto. Sie machten das oft und die Kinder freuten sich. Manchmal sang jeder ein anderes Lied, was ihnen besonders viel Freude bereitete. Ja, dachte sie, er wird es durchziehen und dann können alle wieder gemeinsam im Auto singen. So schnell geht die Familie nicht kaputt. Holger hatte viel gesoffen, doch er war nicht süchtig. Davon war Laura überzeugt. Sie wusste, was Alkoholiker sind. Sie brauchte nur an ihren Vater zu denken, der sich total gehen ließ damals, der völlig abgewrackt aussah und der keinen Wert mehr auf sein Aussehen lag. Sie sah oft solche Menschen, wenn sie einkaufen ging. Da standen sie in dreckigen Klamotten vor dem Markt, immer mit einer Flasche in der Hand, herumpöbelnd, einfach abstoßend. Sie versuchte immer schnell an diesen Typen vorbeizukommen und hoffte, dass sie nicht angequatscht wurde. Nein, ihr Holger war nicht von dieser Sorte und würde auch niemals so enden. Dafür war er zu intelligent. Sie sah die Alkis vor den Märkten als dumm und ungebildet an. Warum sonst benahmen sie sich so unmöglich? Kein normaler Mensch stellt sich mit einer Flasche vor den Discounter. Das war so was von peinlich. Laura konnte sich nicht vorstellen, warum manche Leute dies taten. Es konnte nur die ungenügende Bildung sein und das war bei Holger zum Glück nicht der Fall. Sie fuhr zurück, nachdem sie die Kinder abgeliefert hatte und dachte darüber nach, ob sie Holger anrufen sollte, mal nachfragen, wie es ihm geht. Sie musste sich eingestehen, dass sie sich Sorgen machte. Hoffentlich leidet er nicht so sehr. Nach den vielen Tagen im Suff hatte er es sicher schwer. Doch sie konnte sich zurückhalten mit dem Anrufen. Vielleicht morgen. Jetzt wird sie den Tag genießen. Das Wetter war schön und sie konnte sich vorstellen, einen ausgedehnten Spaziergang zu machen. Das Rauschen der Wellen, das Geschrei der Möwen, das Barfußlaufen durch den Sand und die scheinbar unendliche Weite des Meeres. In Gedanken spürte sie das schöne Gefühl der kühlen Nässe unter ihren Füßen, den salzigen Geschmack auf den Lippen und ihre vom Wind zerzausten Haare. Das alles wollte sie jetzt genießen und fuhr zur Ostsee, die nur ein paar Kilometer entfernt war. Was für ein Segen, dass sie in diesem Landstrich wohnten. Holger öffnete die Augen. Er lag im Bett und erinnerte sich, dass er aufhören wollte mit Saufen. Er musste aufhören. Als ihm dies so richtig bewusst wurde, beschlich ihn eine Scheißangst. Wie lange hatte er geschlafen? Der Blick auf die Schlafzimmeruhr verriet ihm, dass es elf Uhr dreißig war. Er war allein und wusste, dass es keine Möglichkeit gab, etwas zu trinken, denn er hatte heute Morgen alles aufgebraucht. Dann soll es so sein, dachte er und wollte aufstehen. Dabei bemerkte er sofort ein starkes Schwindelgefühl und setzte sich gleich wieder auf die Bettkante. Meine Güte, das konnte ja heiter werden. Doch er musste hoch, weil seine Blase zu platzen schien und er unmöglich ins eheliche Bett pinkeln konnte. Ein neuer Versuch. Wieder dieser Schwindel. Er stützte sich an der Wand ab und tastete sich vorsichtig zur Tür. Zum Glück hatten sie beim Bau des Hauses ein weiteres Bad auf der oberen Etage beachtet. Jetzt machte es sich bezahlt. Er schaffte es bis aufs Klo, ließ sich fallen und erleichterte sich. Während er saß, fing er an zu heulen. Kein Bier mehr. Was sollte er noch tun? Laura anruft, dass sie ihn mit Bier versorgte. Sollte er ihr erzählen, dass es ihm total dreckig ging und er unbedingt etwas brauchte? Sie würde bestimmt ablehnen. Dazu kannte er sie zu gut. Wieder im Schlafzimmer angekommen, checkte er seine Möglichkeiten. Zu trinken hatte er nichts mehr oder war es möglich, dass sich in der Garage doch noch Bier befand? Ihm wurde plötzlich schmerzhaft bewusst, dass er diese unbändige Gier nach etwas Alkoholischem in sich spürte. Abhängig war er nicht, das wusste er. Doch wie war es möglich, dass er sich trotzdem so stark nach Bier sehnte? Es war bestimmt der Durst, der in ihm brannte. Ihm fielen seine Tabletten ein. Ob die ihm helfen konnten? Er bezweifelte es, denn seine Unruhe, das starke Zittern, das Wechselbad von heiß und kalt, der unsichere Gang, das Herzrasen, all das sollten die Tabletten wegzaubern? Wohl kaum. Doch er hatte keine Wahl. Selbst wenn sich in der Garage noch Bier befand und es ihm wieder halbwegs auf die Beine half, was war danach? Irgendwann musste er aufhören und vor allem durfte er es nicht noch mal so übertreiben wie die letzten Tage. Mal eine ordentliche Saufparty ist okay. Danach ein bisschen durchhängen. Das kannte er, aber jeden Tag? Nein, so etwas kam für ihn nicht mehr in Frage. Diese Vorstellung war für ihn nicht annehmbar, obwohl er in der momentanen Situation alles für ein Bier gegeben hätte. Holger versuchte, in das Erdgeschoss zu kommen. Krampfhaft am Treppengeländer sich festhalten, ging er die Stufen hinunter. Wer ist bloß auf die Idee gekommen, eine so ellenlange Treppe einzubauen? Endlich hatte er es geschafft und stand auf dem Flur. Der Rucksack, den musste er finden. In ihm befanden sich die angeblichen Wundertabletten. Er fand ihn schließlich auf der Terrasse. Dort stand die leere Flasche Whisky auf dem Tisch. Er konnte nicht anders und setzte die Budel gierig zitternd an seinen Mund, um den letzten Rest auszusaugen. Der Geschmack war eine Wohltat. Doch sie war leer. In den Bierflaschen befand sich nicht es mehr. Jetzt wurde ihm auch noch schlecht. Er befürchtete kotzen zu müssen. Es war der schale Geruch des Bieres, der ihm so zusetzte. Während er diese Erkenntnis bekam, brach es in hohen Bogen aus ihm heraus. So eine Scheiße! Er kotzte und kotzte und versuchte wenigstens bis zum Rasen zu kommen. Er saß auf den Knien, mitten in seiner Wiese und holte alles aus sich heraus. Währenddessen glaubte er, jetzt geht's zu Ende. So sehr hatte er noch nie gekotzt. Zum Schluss kam nur noch eine gelblich-schleimige Flüssigkeit aus ihm heraus. Holgers Magen krampfte sich zusammen und er hatte innerliche Schmerzen. Er ließ sich auf den Rücken fallen und schaute in den Wolken verhangenen Himmel. Nach dieser unglaublichen Kotzaktion war er umso mehr überzeugt davon, dass es eine Krankheit war, die in ihm schlummerte und langsam zum Ausbruch kam und der blöde Arzt erzählte ihm was vom Alkoholismus. Nach einer gefühlten Ewigkeit versuchte er sich langsam aufzurichten. Zumindest schaffte er es zu sitzen. Nur aus reiner Neugier musste er die Garage erreichen, doch das war leichter gesagt als getan. Er wälzte sich auf die andere Seite und saß jetzt auf allen Vieren mitten in der Wiese. Hoffentlich beobachtete ihn keiner, denn dieses Bild sah bestimmt sehr lustig aus. Doch nach Spaß war ihm nicht zumute. Ganz langsam verschwanden seine krampfhaften Schmerzen, doch diese Unruhe war da und Holger hatte das Gefühl, dass sie immer stärker wurde. Er richtete sich mühsam auf. Sofort war der Schwindel wieder allgegenwärtig, doch er musste es bis zur Garage schaffen. Monoton schleppte er sich den Rucksack greifend zu seiner Garage. Gott sei Dank hatte er nicht abgeschlossen, der Schlüssel war im Haus und das hätte einen weiteren mühsamen Weg bedeutet. Sich zögern und langsam umschauen bot sich ihm ein grässliches Bild. Scherben von zerdepperten Flaschen, ungefeinen Bierkästen und eine große Lache auf dem Fußboden, der einen schrecklichen Geruch absonderte, sodass Holger schon wieder Würgegefühle bekam. Was hat er nur getan? Wie konnte dieses Chaos sein? Er durchsuchte flatternd die Flaschen, fand aber nichts. Nicht ein einziges Bier war mehr vorhanden. Insgeheim hatte er so sehr darauf gehofft, etwas zu finden. Diese Hoffnung zerplatzte wie eine Seifenblase. Eine angefangene Flasche Cola stand noch herum, doch die konnte ihm jetzt auch nicht weiterhelfen. Er fing wieder an zu heulen. Womit hatte er diese Scheiße verdient? Normalerweise hatte er immer Bier da und jetzt. Er zerfloss ihm selbst mit Leid, doch zum Glück war er allein und konnte seinen Tränen freien Lauf lassen. Irgendwann beruhigte er sich. Was war er nur für eine Memme, ein Weichei? Heulte hier herum wie ein kleiner Junge. Er wollte kein Weichei sein, noch nie. Hier sah ihn niemand zu, dennoch musste er sich zusammen reißen. Holger überlegte, ob er es schaffte, zum Edeka zu kommen, da wäre die Rettung. Bei diesem Gedanken ging es ihm ein wenig besser, doch er war zu kraftlos, diesen Weg in Angriff zu nehmen, blieben nur die Tabletten. Mühsam ging er ins Haus zurück und kramte aus seinem Rucksack die Pillen hervor. Tavor, die sollten ihm helfen? Er hatte so etwas noch nie genommen und bezweifelte, dass die Pillen seine merkwürdigen körperlichen Erscheinungen lindern konnten. Außerdem war da diese ständige unerklärliche Angst, die immer wieder in ihm hochstieg. Der Arzt hatte zu ihm gesagt, morgens eine und abends eine. Nun gut, es war mittags, doch das war hoffentlich egal. Er schluckte eine von diesen Dingern. Danach holte er sich eine Flasche Wasser und legte sich vorsichtig die Treppe erklimmend sofort wieder in das Bett. Kaum lag er, verspürte er den starken Drang aufzustehen. Seine Gedanken kreisten wirr umher und er dachte ständig an Bier. Wo zum Teufel bekam er nur eine einzige Flasche her? Vom Nachbarn? Doch Holger befürchtete, dass dort niemand war, denn Martina und Siegfried kamen immer erst gegen 16 Uhr nach Hause. Diese Option hatte er also auch nicht. Wieder schwitzte er fürchterlich, so dass er die Bette geforden sich warf. Kurz darauf wurde ihm kalt und er musste sich bis oben hin zudecken. Urplötzlich das Herz hatte sich seit einiger Zeit beruhigt, fing es wieder an heftig zu rasen. Er spürte den Puls bis in seinen Hals. Dadurch kam diese gewaltige Angst in ihm hoch. Sein Blick streifte unkoordiniert durch das Schlafzimmer. Er suchte das Handy, falls er den Notarzt anrufen müsste, doch er fand es nicht. Seine verdammte Scheiße, es war garantiert unten auf der Terrasse. Er lag mit Klamotten im Bett, das ersparte ihm das umständliche Anziehen, doch nun musste er wieder diese grausame Treppe hinunter. Es ging nicht anders, Holger brauchte sein Handy. Diesmal fiel es ihm leichter, die Treppe runter zu kommen. Auch schlotterten seine Beine nicht mehr zu sehr. Ob die Tablette Wirkung vielleicht gleich noch eine hinterher zu schieben. Jedoch wollte er zunächst abwarten. Tatsächlich fand er sein Handy auf dem Terrassentisch. Hatte er etwa während seines morgendlichen Gelages telefoniert? Nein, die Anrufliste zeigte nichts an. Auf dem Weg zum Bett nahm er vorsichtshalber die Tablettenpackung mit, falls er noch eine zu sich nehmen würde. Er lag im Bett. Sein Herzrasen kam und ging. Er versuchte sich daran zu gewöhnen, doch jedes Mal, wenn es kam, war auch die Angst wieder vorhanden. Was, wenn er hier im Bett rauf geht? Er wollte noch nicht sterben. Diese Todesangst machte ihn fast verrückt. Wieder dachte er an das Bier, das wäre seine Rettung, diesen ganzen Scheiß zu lindern. Doch er hatte keins. Zitternd drückte er sich eine zweite Tablette aus der Packung und schluckte sie gierig runter. Hoffentlich brachte diese wenigsten sein Herz zur Ruhe. Mit dem Zittern und den ekligen Schweißausbrüchen konnte er sich arrangieren. Holger versuchte Erinnerungen an die letzten Tage zu rekonstruieren. Es war sehr schwer und er hatte etliche Lücken. Ja, es fehlten ihm sogar Tage. Jedenfalls wusste er nicht mehr, was er an diesen getan hatte. Ihm fiel aber ein, dass Laura gestern hier war und sie sich zum Glück im Guten verabschiedet hatten. Er hatte ihr versprochen aufzuhören. Das wollte er schaffen. Er musste diese Qualen in Kauf nehmen. Laura, Justin und Lisa, sie fehlten ihm gerade. Jetzt, wo er total am Ende war. Sollte er Laura anrufen, um ihr zu sagen, wie schlecht es ihm geht und ob sie nicht mit den Kindern zurückkommen wolle. Doch aus irgendeinem Grund traute er sich nicht. Holger bemerkte, dass sein Herzrasen schon längere Zeit nicht wiederkam. Super, Gott sei Dank. Diese Belastung war er zunächst los, dennoch ging es ihm nach wie vor sehr schlecht. Ob er noch eine dritte Pille nehmen sollte? Er tat es. Nach einer halben Stunde fingen seine Lieder an zu flackern und die Augen fielen immer wieder zu. Wenig später schlief er ein. Als Laura am Strand ankam, spürte sie sofort den lauen Wind, der ihre Haare durcheinander wirbelte. Der Geruch der Ostsee war einmalig. Hier war sie geboren und aufgewachsen. Hier hatte sie Holger kennengelernt. Dieser Landstrich war ihre Heimat. Sie konnte sich nicht vorstellen, jemals woanders zu wohnen. Als sie ihre Schuhe auszog, genoss sie den noch etwas kalten Strand Sand unter ihren Füßen. Sie wollte abschalten, doch es gelang ihr nicht lange. Ihre Gedanken schweiften immer wieder zu Holger. Sie machte sich Sorgen um ihn. Schließlich war sie seine Frau und das Versprechen in guten wie in schlechten Zeiten sagt man nicht einfach so vor dem Standes amt. Sie hielt es für ihre Pflicht, ihrem Mann zu helfen, wo immer sie konnte. Wenn er heute aufhört, wird sie morgen mit den Kindern zurückgehen. Justins Fragen wurden immer eindringlicher und auch Lisa fragte jetzt häufiger nach ihrem Papi. Sie selbst vermisste ihn ebenfalls. Zumindest vermisste sie den Mann, der er vor der Party war. Sie wünschte sich so sehr die Harmonie zurück, die zwischen ihnen immer vorhanden war, die liebevollen Zärtlichkeiten, die Berührungen von Holger, seine Streichleinheiten und das wunderbare Gefühl des Kuschelns. Holger wusste immer genau, welche Punkte er bei ihr berühren musste, damit sie sich voller Hingabe fallen lassen konnte. Sie sehnte sich nach ihm. Doch dann dachte sie wieder an das Geschehene auf der Terrasse, bei dem sie fiel, und daran, als Holger sie bis zum Auto verfolgte, sein höhnisches Lachen hallte immer noch im Ohr. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie das erste Mal Angst vor ihm. Es wird sich nicht wiederholen. Da war sie sicher. Holger muss aufhören, sich helfen lassen und alles wird wieder gut. Mit diesen schönen hoffnungsvollen Erwartungen fühlte sie sich endlich wohl während ihres Strandspaziergangs. Es dauerte nicht lange, da überlegte sie schon wieder ihn anzurufen, um zu hören, ob er wirklich aufgehört hatte. Wenn sie das tat, würde Holger bestimmt sofort denken, dass Laura ihn kontrollieren wolle. Also ließ sie es. Der Spaziergang bekam ihr gut, dennoch konnte sie nicht komplett ihre Unruhe ablegen. Sie fuhr zurück, um die Kinder heute mal etwas früher als sonst abzuholen. Justin und Lisa würden sich freuen und sie werden alle zusammen diese zusätzlichen Stunden gemeinsam verbringen. Holger wurde wach. Sein Blick fiel auf die Schlafzimmeruhr. Er hatte ungefähr zwei Stunden geschlafen. Er wollte aufstehen, doch da war sofort wieder dieser Schwindel. Auch spürte er diese nicht beschreibbare Unruhe in sich sowie seinen Herzschlag, der immer noch sehr unregelmäßig schlug. Anfangs konnte er sich das überhaupt nicht erklären. Die Tabletten hatten vorhin ganz gut gewirkt. Dann wurde ihm aber klar, dass er vor zwei Stunden noch einen beachtlichen Pegel hatte. Jetzt aber wahrscheinlich alles raus war. Müsste er pusten, wäre er mit Sicherheit auf Null. Mein Gott, blieb, machten ihm alle seine körperlichen Beschwerden und sein schlechtes Gewissen schwer zu schaffen. Langsam wurde ihm klar, dass er ziemlich viel Mist gebaut hatte. Am schlimmsten war das mit Laura. Er fing an zu heulen. Was hatte er bloß getan? Seine Erinnerungslücken ließen keine komplette Rekonstruierung zu, die er aber dringend brauchte. Es kam ihm vor, als wären Laura und seine Kinder schon eine Ewigkeit weg. Seiner Meinung nach hatte er sie beleidigt, aber womit nur? Sein Herz fing schon wieder an, merkwürdige Sprünge zu machen. Zwischendurch setzte es sogar aus. Zumindest waren das seine Empfindungen. Er dachte wieder an den Notarzt. Das Handy lag neben ihm. Er schwitzte und trank zitternd aus der Wasserflasche, bis sie leer war. Wieder versuchte er langsam aufzustehen diese Tablettenpackung. Konnte er schon wieder etwas davon nehmen? Wahrscheinlich nicht. Eine morgens, eine abends, hatte sein Arzt gesagt. Holger hatte Angst. Er wusste nicht genau wovor, doch sie wurde immer stärker, sodass er aufstand, den Schwindel nicht beachtend und versuchte nach unten zu gehen. An der Treppe angekommen, kehrte er sofort wieder um. Nein, es geht nicht. Er konnte vor lauter Unruhe nicht mehr normal gehen. Es war klar, der Notarzt musste her, sonst würde er drauf gehen. Zwei Tabletten drückte er sich noch aus der Packung, ging ins Bad und trank gierig aus dem Wasserhahn, um sie runter zu spülen. Danach ging er mit unsicherem Schritt zurück ins Bett und versuchte tief durch zu atmen. Er musste sich ablenken, um nicht zu stark in sich hinein zu hören. Doch womit? Wenn er an die vergangenen Tage dachte, wurde ihm auch nicht besser, ganz im Gegenteil, es machte ihn noch mehr fertig. Warum nur ging es ihm so dreckig? Er konnte es sich nicht erklären. Er hatte das früher doch nicht. Angst, die er gar nicht mal beschreiben konnte. Angst davor, dass er stirbt? Wahrscheinlich war es so. Er wollte noch nicht sterben und schon gar nicht auf diese erbärmliche Art, bei der er es nicht mal schaffte, die Treppe herunter zu kommen. Holger spürte ein leichtes Hungergefühl. Wann hatte er zum letzten Mal gegessen? Keine Ahnung. Doch dies war bestimmt die Ursache für seine Kreislauf Probleme. Also musste er essen. Doch wie? Hier im Schlafzimmer gab es nichts und die Treppe war eine unüberwindbare Hürde. Außerdem wusste er nicht, ob sich noch etwas im Kühlschrank befand. Laura, wo bist du? Warum lässt du mich hier krepieren? Leichte Wut machte sich in ihm breit, die aber sofort durch eine erneute, wie aus heiterem Himmel kommende Panikattacke verflog. Er schmiss seine Bettdecke zur Seite und stand erneut auf. Dann wieder Kälte, er musste ins Bett und deckte sich zu. Die Tabletten, wann kam die Wirkung? Er beschloss in seiner Panik Laura anzurufen, ob sie zu ihm kommen könnte. Laura hatte beide Kinder im Auto und sie fuhren zu ihren Eltern. Alle drei waren fröhlich und plapperten wild durcheinander. Das Handy klingelte. Laura sah auf das Display. Holger, sollte sie rangehen, jetzt während das Klingen verstummte wieder. Sie hatte zu lange überlegt. Laura beschloss sofort, wenn sie angekommen sind, zurückzurufen. Das tat sie auch, nachdem die Kinder versorgt waren und draußen spielen konnten. Ihr war es wichtig, dass die beiden so viel wie möglich an der frischen Luft waren. Heute war das Wetter wieder sehr schön. Sie hätte gern mitgespielt, musste aber zunächst ihren Mann anrufen. Sie wollte wissen, was los ist. Mit gemischten Gefühlen wählte sie Holgers Nummer und dachte dabei, hoffentlich leilt er nicht. Doch genau das Gegenteil war der Fall. Laura hörte sie jämmerlich fast schon schreien. Bitte hilf mir, ich glaube, es geht zu Ende. Er hatte nicht getrunken. Das beruhigte sie. Anscheinend hatte er mit seinen körperlichen Problemen zu kämpfen. Kannst du bitte, bitte herkommen. Bitte Laura. Seine Stimme klang flehend. Ja, ich komme, Holger, aber nur kurz. Ich möchte heute noch bei meinen Eltern bleiben. Bis gleich. Sie legte auf. War sie zu kurz angebunden? Nein, sie konnte nicht einfach umschalten und wieder auf heile Welt machen. Laura ging zu ihrer Mutter und erzählte von dem Telefonat. Entzugserscheinungen typischer Entzug mein Kind. Lauras Mutter war sich sicher. Fahr hin, wer weiß, was er sonst aus lauter Verzweiflung anstellt. Laura konnte sich zwar nicht vorstellen, dass Holger wirklich Entzugserscheinungen hatte. Ihre Mutter übertrieb wahrscheinlich wieder, doch sie machte sich sofort auf den Weg. Sie betrat das Haus und lenkte ihre Schritte in das Schlafzimmer. In der Tür stehend sah sie ihren sonst so taffen Mann in einem erbärmlichen Zustand. Er sah furchtbar aus, unrasiert, das Gesicht eingefallen, die Augen weit aufgerissen. Sie erkannte ihn kaum wieder. Der Geruch, der ihr entgegenströmte, war auch nicht gerade betörend. Meine Güte, Holger, wie siehst du bloß aus? Laura, ich kann nicht mehr. die Pillen helfen, ich kannst du mir bitte ein Bier besorgen, ich gehe sonst kaputt. Laura glaubte nicht, was sie da hörte. Sag mal, spinnst du? Meine Mutter meint, du bist auf Entzug. Da musst du jetzt durch und dass mit den Tabletten nicht alles gleich wieder gut wird, ist doch normal. Jetzt, als sie ihn so sah, glaubte sie ihrer Mutter. Wenn ihr Vater auf Entzug war, bettelte er auch ständig nach Alkohol, den ihm ihre Mutter meistens besorgte, nur damit sie Ruhe hatte. Die Ruhe währt dann aber nicht lange. Sobald ihr Vater wieder einen Pegel hatte, ging die Tyrannei erneut los. Manchmal verfluchte Laura ihre Mutter dafür, dass sie immer wieder nachgab. Sie wird das auf keinen Fall tun. Von mir bekommst du nichts. Ihre Worte klangen rigoros. Holger hatte gehofft, dass Laura ihm etwas zu trinken holen würde, wusste aber im Stillen, sie würde es nicht tun. Auf Entzug. Ihre Mutter hatte Laura mal wieder einen Floh ins Ohr gesetzt. Ja, war ja klar, wieder der Vergleich mit ihrem Alten. Innerlich war er wütend, hatte aber nicht die Kraft zur Widerrede. Er bemerkte auch, dass die bloße Anwesenheit seiner Laura ihn ruhiger werden ließ. Er wollte, wenn sie ihm schon nichts holte, dass sie hier blieb. Die Kinder waren versorgt. Es sprach nichts dagegen. Bleib bitte bei mir, Laura, ich überstehe die Nacht nicht. Es ist so furchbar ruhig hier, bitte bleib. Holger flehte sie an. Ich werde jetzt ein oder zwei Stunden bei dir bleiben, dann aber wieder zurück fahren. Morgen kommen wir zurück. Wenn du willst, reden wir ein wenig, egal über was. Laura wollte und konnte es ihm nicht so leicht machen. Würde sie hier bleiben, könnte Holger denken, alles wäre wieder gut. Doch das war es nicht. Außerdem waren ihre Gefühle für ihn angeknackst. Er musste sich zunächst im Klaren darüber sein, dass so etwas niemals mehr passieren dürfe. Das Vertrauen war ebenfalls weg und würde sich erst langsam wieder aufbauen. Dazu die Handgreiflichkeiten. All das konnte sie nicht so einfach vergessen. Allerdings wollte sie jetzt nicht mit ihm darüber sprechen. In seinem derzeitigen Zustand könnte es bei ihm zu unnötigen Stresssituationen kommen. Liebling, ich verspreche dir, es wird nie wieder vorkommen. Ich schwöre es, niemals mehr werde ich dir wehtun. Laura musste innerlich schmunzeln. Obwohl es alles andere als lustig war, doch genau diese Gedanken gingen ihr gerade durch den Kopf. Sein momentaner Zustand schrie förmlich nach Hilfe. Er würde ihr alles versprechen. Nein, jetzt wird sie nicht diskutieren und ihn schon gar nicht mit Vorwürfen belasten. Holger tat ihr leid. Es war ehrliches Mitleid. Schließlich liebte sie ihn und musste nun mit ansehen, wie sehr erlitt. Sie setzte sich auf den Bettrand und streichelte seinen Kopf. Gleichzeitig liefen bei Holger die Tränen. Er hielt ihre Hand fest und sagte immer und immer wieder, wie sehr er sie liebe. Er wird sobald er fit ist, alles gut machen, sodass sie sich wieder voll und ganz auf ihn verlassen könne. Laura glaubte ihm, zumal sie ihn noch nie hatte weinen sehen. Es mussten ehrliche Tränen sein. Holger fühlte sich besser, seit Laura da war. Er hoffte so sehr, dass sie hier blieb. Er fürchtete sich vor der Nacht. Was, wenn er nicht schlafen konnte? Was, wenn sich sein Gesundheitszustand verschlechterte? Er brauchte Laura. Sie gab ihm Sicherheit. Wie konnte er nur so tief fallen? Nächste Woche beim Arzt musste er herausbekommen, ob er wirklich auf Entzug war. Das wäre krass. Dann musste er kürzer treten mit dem Saufen, bisschen weniger und auf keinen Fall den nächsten Tag weiter. Er wollte nie wieder so durchhängen wie jetzt. Laura erzählte ihm von den Kindern und dass sie ihren Papi vermissten. Dann kommt doch heute noch zurück, sagte er zaghaft. Das geht nicht, Holger. Die Kinder müssen dich nicht in diesem Zustand sehen. Du siehst furchtbar aus, sie würden sich erschrecken. Dann bleib du wenigstens über Nacht. Die Kinder sind versorgt bei deinen Eltern. Ein Anruf und alles wäre geregelt. Laura war hin und her gerissen. Sollte sie bei ihm bleiben? In guten wie in schlechten Zeiten, dachte sie. Dies waren zweifellos die schlechtesten Zeiten, die sie seit Beginn ihrer Liebe erlebten. Gut, ich bleibe, werde meine Mutter anrufen und dann noch notdürftig aufräumen. Holger war unglaublich erleichtert, als sie dies sagte. Ich lieb dich, Laura, sehr sogar. Ich dich auch. Mit diesen Worten ging sie hinunter, um mit ihrer Mutter zu telefonieren. Danach ging sie wieder zu ihm, sorgte dafür, dass er seinen Krampfschutz einnahm und beide der Reden über alles Mögliche, bis sie einschliefen. Kapitel 8 Regina Lauras Mutter machte sich große Sorgen um ihre Tochter. Für sie war eindeutig klar, Holger hatte ein Alkohol Problem. Er stand am Anfang. Vielleicht hatte er die sogenannte rote Linie bereits überschritten. Dies wäre eine Katastrophe, für alle Beteiligten. Für Laura, Justin und Lisa aber auch für sie. Die ganze Zeit, in der Laura mit den Kindern bei ihr und Mario wohnten, ließ sie sich nicht anmerken, wie sehr ihr die Situation zusetzte. Doch wenn sie mit ihrem Mann allein war, weinte sie sich bei ihm aus. Warum nur wiederholt sich die Geschichte? Muss Laura etwa das gleiche durchmachen wie ich? Er versuchte sie dann zu beruhigen, was ihm leider nur bedingt gelang. Lange Zeit hatte sie nicht mehr an ihre eigenen Erlebnisse gedacht, bis zu dem Zeitpunkt, als Laura mit den Kindern vor der Tür stand. Auf einmal war alles wieder gegenwärtig und die Erinnerungen so real, als wäre es gestern erst passiert. Ihre Gedanken gingen viele Jahre zurück. Sie war damals 18, als sie Frank kennenlernte. Regina verliebte sich sofort in ihn, gut aussehend, witzig, liebevoll, einfühlsam. Er las ihr jeden Wunsch von den Lippen ab und war immer gut gelaunt. Frank arbeitete als Bauzeichner zu DDR-Zeiten. Er war selbstbewusst und hatte permanent einen passenden Spruch parat. Bei seinen Kollegen war er beliebt und Regina mochte sein ganzes Wesen. Nach einer kurzen Kennenlernphase heirateten sie beide. Es war eine wunderbare Hochzeit. Zu diesem Zeitpunkt war Regina bereits mit Laura schwanger. Ein Wunschkind. Mit 20 gebar sie ihre erste Tochter. Im Abstand von ungefähr drei Jahren kamen dann Anne und Marie zur Welt. Bei der Geburt von Marie ließ Frank sich zum ersten Mal so richtig voll laufen und trank auch die nächsten Tage weiter. Er hatte sich während dieser Zeit Urlaub genommen und holte Regina und Marie mit einer gehörigen Fahne fünf Tage nach der Geburt aus dem Krankenhaus ab. Auf ihre Fragen, warum er so lange durchzog, bagatellisierte er und meinte nur, dass morgen ja wieder Schluss wäre und er keinen Alkohol mehr sehen könne. Er hatte sich so sehr über seine dritte Tochter gefreut, dass er ein wenig über die Stränge schlug. Frank hielt Wort und trank am nächsten Tag nicht weiter. Es schien ihm auch nicht besonders schlecht damit zu gehen, soweit Regina dies einschätzen konnte. Zwei Tage später war er wieder in seinem Betrieb und alles ging seinen gewohnten Gang. Sie teilten sich zu Hause die Arbeit und führten eine schöne solide Ehe, die nicht zerschüttern konnte. Nach einem Jahr veränderte sich das Trinkverhalten von Frank. Er trank immer häufiger. Wochenende sowieso. Doch mittlerweile soff er wochentags jeden Abend Bier und immer häufiger kam auch Schnaps dazu. Regina sagte oft zu ihm, dass sein Trinkverhalten nicht mehr normal wäre, zumal er einige Arbeiten die im Hause anfielen oder ihre Töchter betrafen vernachlässigte. Frank antwortete darauf hin, dass er schon genug tue und sie sich mal nicht so anstellen solle. Schließlich hatte er in seinem Betrieb eine Menge zu tun. Da müsse sie ihm dann einiges zu Hause abnehmen. Regina tat es. Nach und nach wurde Frank immer gereizter. Sein Alkoholkonsum nahm zu, jeden Abend eine Flasche Schnaps. Sie hatte damals den Verdacht, dass er auch auf Arbeit heimlich trank. Er war oft auf Baustellen unterwegs, wurde zu Richtfesten eingeladen und da blieb es nicht aus, dass bereits am Tag getrunken wurde. Abends wollte er nur noch seine Ruhe haben und Regina musste alles alleine tun. Sie brachte Marie zur Krippe, Anne zum Kindergarten und Laura zur Schule. Alle drei brauchten viel Aufmerksamkeit, die Regina ihnen auch gab. Manchmal war sie allerdings damit überfordert, denn zum einen hatte sie ihren Job als Verkäuferin, der nicht immer einfach war, zum anderen bekam sie von Frank keinerlei Hilfe mehr. Was war nur aus ihrer Ehe geworden? Die Veränderung von Frank ging so schnell voran, dass sie es fast nicht bemerkte. Auf einmal war er ein völlig anderer Mensch. Den liebevollen Mann, den sie geheiratet hatte, gab es nicht mehr. Manchmal weinte sie leise nachts im Schlaf. Was sollte sie tun? Wenn sie Frank auf sein Gesaufe ansprach, wurde er sofort wütend und warf ihr Dinge an den Kopf, die sie erschrecken ließen. Es wurde immer schlimmer. Frank wurde überhaupt nicht mehr nüchtern und entwickelte sich zum Spiegeltrinker. Er musste immer einen gewissen Pegel haben, um zu funktionieren. Deutschland war mittlerweile vereint und Frank hatte vorerst noch seine Arbeit. Viele seiner Kollegen wurden im Zuge der Wende entlassen. Keine ausreichende Qualifikation war die Begründung. Auch bei ihr tat sich einiges. Die Kaufhalle wurde zum Supermarkt. Dort wurden ebenfalls Kollegen entlassen, mussten wechseln oder wenn diese Möglichkeit nicht bestand, in die Arbeitslosigkeit gehen. Regina hatte Glück und wurde übernommen, jedoch musste sie jetzt an vielen Schulungen teilnehmen, denn das Verkaufssystem hatte sich komplett geändert. Dies schloss wiederum abends lernen für sie ein. Zeit, die sie normalerweise für ihre Töchter gebraucht hätte. Laura war mittlerweile acht, Anne und Marie fünf und drei Jahre alt. Was sie vor der Wende als Überforderung angesehen hatte, war jetzt die Steigerung davon. Sie wusste nicht mehr, wo vorne noch hinten war. Wochentags vier Stunden Schlaf, dann ging der Wahnsinn weiter. Am Wochenende hätte sie Erholung gebraucht, doch an diesen beiden Tagen versuchte sie die Hausarbeit zu erledigen und den Kindern viel Aufmerksamkeit zu geben. Ihr versoffener Kerl tat keinen Handschlag mehr. Er war der Meinung, sie sei die Frau und hatte sich gefälligst um die Kinder zu kümmern. Was hatte Regina nur für einen Scheusal geheiratet? Sie konnte es nicht fassen, wie ein Mensch sich so verändern konnte. Frank wurde immer häufiger handgreiflich, ihr gegenüber und manchmal auch bei Laura. Bei ihr war es schon eine gemeine, nicht hinzunehmende Sache. Doch wenn er die Kleine anfasste, rastete sie völlig aus. Dies hatte wiederum zur Folge, dass sie von ihrem Mann verprügelt wurde, weil sie es gewagt hatte, ihm zu widersprechen. Es kam nicht selten vor, dass er sie an den Haaren packte, in den Heizungskeller zog, damit die Kinder ihr Gewimmer nicht hörten und sie dann auf brutalste Art und Weise vergewaltigte. Wenn sie sich ihm verwehren wollte, schlug er so lange zu, bis sie es über sich ergehen ließ. Die Schmerzen waren fast unerträglich, doch der Ekel und Abscheu den sie für diesen ihr mittlerweile völlig fremden Mann empfand, war nicht zu beschreiben. Häufig musste sie wirken und wenn er mit ihr fertig war, erbrach sie alles aus sich heraus. Sie sah furchtbar aus, danach furchtbar aus, musste er aber wieder funktionieren. Den Kindern blieb nichts verborgen, was mit ihrer Mami geschah und Laura fing als erste an, ihren Vater zu hassen. Der wiederum spürte das und wurde auch ihr gegenüber immer häufiger handgreiflich. Mit all ihrer Kraft versuchte Regina ihre Kinder vor diesem Monster zu schützen. Während das alles in ihr hochkam, brachen die Tränen nur so aus ihr heraus. Sie wollte sich nicht mehr an diese schlimme Zeit erinnern, doch durch Laura konnte sie nicht anders und schweifte wieder in die Vergangenheit. Franks Trinkverhalten blieb auf seiner Arbeitsstelle nicht unbemerkt. Ihm wurde nahegelegt, sich in Therapie zu begeben, dies tat er auch, wurde aber kurz darauf wieder rückfällig. Im Zuge dessen verlor er seine Arbeit und war jetzt zu Hause. Ab diesem Zeitpunkt war er jeden Tag besoffen. Seine Gewalt nahm zu und Regina musste immer öfter ihre Kinder beschützen. Es gab fast nur noch Geschrei und Gewein im Haus. Alle waren froh, wenn Frank nicht da war, denn dann kamen sie für eine Weile zur Ruhe. Kam er heimwärts von seinen Ausflügen zu anderen Frauen, kehrte die Angst zurück. Was wird er als nächstes tun? Wenn Regina nicht rechtzeitig das Essen auf dem Tisch hatte, schlug er ihr sofort die Faust ins Gesicht. All das mussten ihre Kinder mit ansehen. Laura, die eine gute Schülerin war, hatte einen rapiden Leistungsverlust. Sie war eingeschüchtert und hatte keine Freundinnen. Die meisten in ihrer Umgebung wussten, was bei ihnen zu Hause los war. Freunde und Bekannte von Regina redeten immer wieder auf sie ein, wie oft war die Polizei im Haus, weil Nachbarn das wehleidige Geschrei von Regina angezeigt hatten. Manchmal nahmen sie Frank mit in die Ausnüchterungszelle, dann konnten sie alle endlich in Ruhe schlafen. Wenn er am nächsten Morgen wieder da war, hatte er eine Fahne, zeigte sich oft einsichtig und versprach hoch und heilig, es wird nie mehr vorkommen. Nachdem er am Abend seinen Pegel komplett überschritten hatte, ging alles von vorne los. Regina war am Ende, sie lebte ständig in Angst, ihre Kinder waren zurückhaltend und verunsichert. Besonders Laura hatte ein enormes Schamgefühl ihren Mitschülern gegenüber. In ihrem Supermarkt funktionierte Regina ebenso wie bei ihren Kindern und im Haushalt. Sie hätte so gerne ein wenig Zeit für sich gehabt, einmal die Seele baumen lassen in der Natur oder ein schönes Buch lesen, aber auch mal wieder das Frauliche in ihr entdecken. Wie gerne würde sie mit ihren Kindern richtig ausgelassen herumtoben, doch das alles gab es nicht mehr für sie. In ihr war tiefe Leere und es wurde immer dunkler. Sollte Regina sich von diesem Scheusal trennen? Es wäre das Normalste von der Welt gewesen. Niemand konnte verstehen, warum sie immer noch bei ihrem Mann war. Doch da waren diese anderen Gedanken. Sie kannte ihren Mann auch von seiner herzlichen Seite. Sie wusste von seiner liebenswerten Art, sein Verständnis, seine Einfühlsamkeit. Sie kannte diesen Mann mit seinen lieben und netten Eigenschaften. Genau deshalb hatte sie ihn damals vor fast zehn Jahren geheiratet. Ja, sie hatte ihn geliebt. Schlummerte tief in ihr die Hoffnung, dass dieser Mann mit all seinen schönen Charakterzügen zurückkam? Oder hatte sie Angst vor dem Alleinsein? Drei Kindern ein halbwegs schönes Leben zu bieten war nicht einfach, wenn man alleinerziehend ist. Das Einzige, was Frank zu dieser Ehe noch beitragen konnte, war seine hohe Erwerbsumfähigkeitsrente, kaputtgesoffen hatte. Wenn die wegfiel, mussten sie das Haus, aber auch einige andere Privilegien aufgeben. Konnte es sein, dass Regina aufgrund der finanziellen Situation die Angst vor dem Alleinsein und die Hoffnung auf einen lieben Frank nicht von diesem Menschen loskam? Oder war es ein Verantwortungsgefühl für ihn, welches in ihr wohnte, dass er nicht komplett vor die Hunde geht? Regina musste eine Entweder sie nahm dieses nicht nur für sie, sondern auch für ihre Kinder furchtbares Leben in Kauf, oder aber sie reichte die Scheidung ein. Sie wusste, den alten lieben Frank wird es nicht mehr geben. Diese Hoffnung konnte sie begraben. Finanziell werden sie sich einschränken und in eine Wohnung ziehen müssen, doch es war zu schaffen. Das Alleinsein? War sie das wirklich? Ihre drei großen Halt. Außerdem hatte sie im Gegensatz zu Frank Freunde, liebe Bekannte und ihre Familie. Nein, sie war nicht allein. Die Verantwortung für Frank, die noch ein wenig in ihr vorhanden war, musste sie abgeben. Sie war nicht verantwortlich für das Leben ihres Mannes. Sie wusste, wenn sie sich trennte, würde er noch mehr zugrunde gehen. Doch es war nicht ihre Schuld. Allein den Kindern war sie es schuldig, das Ganze zu beenden. Sie hätte es schon längst tun müssen, dann bräuchte sie jetzt nicht mit Selbst Vorwürfen kämpfen. Am nächsten Tag reichte Regina die Scheidung ein. Er wirkte dabei, dass Frank sich eine Wohnung suchen musste. Danach änderte sich das Leben. Nicht nur ihre Töchter atmeten auf. Regina selbst spürte eine ungeheure Last von sich abfallen. Zuerst plagten sie Gewissensbisse. Sie hatte das Gefühl, ihn im Stich zu lassen. Sie hoffte anfangs noch, dass er sich nach der Trennung änderte, doch all dies begrub sie schnell. Frank lehnte jegliche Hilfe, die ihm geboten wurde, ab und richtete sich immer mehr zugrunde. Wenn man es ganz genau nahm, hatte nicht sie ihn, sondern er sie im Stich Zeit für ihn. Nach dem Trennungsjahr folgte die Scheidung. Acht Jahre später fand man Frank tot in seiner Wohnung. Er musste schon ein paar Tage dort gelegen haben, wie aus dem polizeilichen Bericht hervorging. Er verstarb kurz vor seinem 44. Geburtstag an Leberkrebs. Fünf Jahre nach ihrer Trennung lernte sie Mario kennen. Regina war anfangs sehr misstrauisch in Bezug auf Männer, erzählte nur stückweise und zurückhaltend, was sie und die Kinder in der Vergangenheit ertragen mussten. Sie hatte große Angst, noch mal so verletzt zu werden, wie sie es mit Frank durchgemacht hatte. Man sagt ja, dass Frauen, die diese Situation erlebt hatten, immer wieder die gleiche Sorte Männer anziehen. Außerdem musste sie ihre Kinder schützen. Sie sollten nie wieder so etwas Schlimmes erleben. Mario und Regina sprachen im Laufe der Zeit sehr viel miteinander. Ganz langsam konnte sie sich wieder öffnen. Mario hatte dabei die wunderbare Gabe, ihr zuzuhören. Sie empfand das alles als sehr schön, denn sie konnte sich nicht mehr erinnern, wann ihr jemand so aufmerksam Gehör schenkte. Ihr Vertrauen zu Mario wuchs. Er erzählte ihr, dass er Christ sei und an Jesus glaube. Na gut, dachte sie, es gibt Schlimmeres. Sie glaubte nicht an diesen Quatsch, hatte sie noch nie, aber wenn es ihm gut tat, war es okay für sie. Aus Alkohol machte er sich zum Glück nichts. Mario war der Meinung, dieses Zeug hat der Teufel den Menschen gegeben, um sie in ihrer Persönlichkeit zu verändern und um sie dumm zu halten. Wer seuft, stellt keine Fragen und kümmert sich nicht um die wichtigen Dinge des Lebens. Regina dachte manchmal über seine Worte nach. Hatte er Recht damit? Sie war Zeuge davon, wie sehr ein Mensch sich durch den Alkohol veränderte. Anfangs fragte sie ihn aus reiner Höflichkeit, ob er mit ihr über seinen Glauben sprechen möchte. Das tat er dann auch. Er erzählte ihr gerne von Jesus, wie er war und ist, was er lehrte und wofür er gekommen war. Sie hörte zwar aufmerksam zu, denn sie sah, wie sehr sich sein Gesicht erhellte, wenn er von Jesus sprach, doch sie verstand nicht viel von dem, was er sagte. Laura, Anne und Marie mochten Mario, sie waren froh, dass ihre Mama endlich einen lieben Mann hatte. Mario schenkte ihnen viel Aufmerksamkeit und so nach und nach waren sie wieder eine fröhliche Familie. Drei Jahre nach der ersten Begegnung mit Mario heiratete Regina zum zweiten Mal. Diesmal sollte es für immer sein. Sie liebte ihren Mann so sehr, wie sie noch nie vorher einen Mann geliebt hatte. Regina schmunzelte vor sich hin und kam zurück in die Gegenwart. Ja, der Mario, er war wunderbar. Das Gleiche sagte er auch immer von ihr. Sie beide passten prima zusammen. Vor einem Jahr hatte sie dann auch zu Jesus gefunden. Unvorstellbar, wenn sie darüber nachdachte, wie das vonstatten ging. Wenn ihr das vor ein paar Jahren jemand vorhergesagt hätte, sie hätte ihn für verrückt erklärt. Sie und an Gott glauben. Doch durch die wunderschönen Gespräche mit Mario wollte sie von sich aus immer mehr über die Bibel und Jesus wissen. Er Gegenteil, er sagte stets zu ihr, das entscheidet jeder für sich selbst. Doch bei Regina vollzog sich eine spürbare Veränderung. Sie bemerkte, dass ihr Herz sanfter wurde, dass sie Frieden fand und diese Verwandlung tat ihr unglaublich gut. Als Mario dann sagte, es wäre Jesus, der in ihr wirkte und sie brauchte ihn nur noch anzunehmen, da tat sie es, ohne zu zögern und hat bis heute nicht ein einziges Mal bereut. Doch nun kamen ihr wieder die Tränen, denn sie dachte an Laura. Sie musste jetzt abwarten, wie es sich bei den beiden entwickelte. Konnte Holger noch aufhören und die Katastrophe stoppen? Regina betete jeden Tag für ihre Tochter und hoffte, dass der Herr ihre Gebete erhört. Sie wird immer für Laura da sein und ihr jegliche Hilfe geben, egal was noch passiert. Kapitel 9 Absturz Laura wurde zuerst wach. Holger schlief noch ruhig. Leise stieg sie aus dem Bett. Sie dachte über das Gesagte der letzten Nacht nach und beschloss heute Nachmittag mit den Kindern zurück zu kehren. Sie vertraute ihm jetzt wieder und war fest davon überzeugt, dass es sich um eine einmalige, wenn auch sehr üble Erfahrung für beide handelte. Laura gab Holger noch einen Kuss, flüsterte, ich liebe dich und machte sich auf den Weg zu ihren Eltern. Als er seine Augen öffnete, war sein schöner Traum verschwunden. Er konnte sich nur noch schwach erinnern, wusste aber, dass er wunderbar war. Jetzt war er in der Realität und bemerkte, dass Laura nicht da war. Doch er erinnerte sich, dass sie ihm einen Kuss gegeben hatte. Erleichterung durchzog seinen Körper. Sie hatten viel geredet, das bekam ihm einerseits gut, doch sie erzählte auch Dinge, die er getan haben sollte und damit kam er überhaupt nicht zurecht. Er hatte Laura noch nie bedroht oder auf andere Weise wehgetan und jetzt das? Holger schämte sich und es tat ihm unendlich leid, was er mit ihr gemacht hatte. Wie konnte er sich nur so plötzlich verändern? Das war er nicht. So kannte er sich nicht. Niemand kannte ihn als gewalttätig. Er war immer der höfliche, zuvorkommende Mensch und das nicht nur bei Laura. Niemals kam er bisher auf die Idee, jemandem etwas anzutun, schon gar nicht bei seiner geliebten Frau. Der Alkohol hatte ihn zu diesem gewaltbereiten Typen gemacht. Holger stand auf und bemerkte, dass es ihm längst nicht mehr so schlecht wie gestern ging. Für ihn war klar, die Pillen zeigten jetzt eine gute Wirkung, zumal er sogar schlafen konnte. Prima, dachte er, und nahm sofort eine von den Tavor und von der Tablette gegen Krämpfe. Er konnte sich zwar nicht im geringsten vorstellen, dass er epileptische Anfälle bekommen würde, aber sicher war sicher. Der Schwindel war verschwunden und auch seine enorme Unruhe hielt sich in Grenzen. Gott sei Dank. Was war das gestern für ein furchtbarer Tag? So etwas Grausames möchte er nie wieder erleben, vor allem weil er teilweise Todesangst hatte. Er war froh und glücklich darüber, dass er normal die Treppe heruntergehen konnte. Seine Gewaltbereitschaft lag definitiv am Alkohol. Doch bei seinen schweren Kreislaufbeschwerden konnte er sich nicht vorstellen, dass diese mit dem Trinken zu tun hatte. Er wird am Montag seinen Arzt aufsuchen und ein vernünftiges Gespräch mit ihm führen. In der Nacht, als sie beide so viel geredet hatten, sagte Holger immer wieder unter Tränen zu Laura, wie sehr ihm alles leid tat. Er entschuldigte sich bei ihr mehrfach und versprach, dass es niemals mehr vorkommt. Für ihn war jetzt erst mal eine Trinkpause absolut notwendig. Er würde allen beweisen, dass er das Zeug nicht brauchte. Keiner, auch nicht sein Arzt, sollte auf die Idee kommen, ihn mit Alkoholikern in einen Topf zu werfen. Es war lächerlich, weil er genau wusste, dass er keiner war. Er musste nicht saufen, fröhlich zu sein oder Hemmungen abzubauen. Er konnte auch mit Schwierigkeiten umgehen ohne Alkohol und Probleme waren jetzt zu Genüge angesagt. Holger brauchte sich nur die Terrasse und den Flur anzuschauen. Er dachte über seine merkwürdige Kündigung nach und über den Führerschein Verlust. Nun musste er Laura beweisen, dass er es wirklich ernst meinte, denn er liebte sie und wollte sie und seine Kinder niemals verlieren. Bis dass der Tod euch scheidet. Dies kam ihm in den Sinn und so sollte es auch sein. Laura verbrachte bis zum Nachmittag bei ihren Eltern und hatte mit ihrer Mutter ein sehr ausführliches Gespräch. Regina warnte sie eindringlich, dass Holger Hilfe braucht und diese annehmen sollte. Es ist nicht normal, wenn jemand mit 1,7 Promille Auto fährt. Ein Mensch, der kein Alkoholproblem sein eigen nennt, würde bei dieser Promillezahl nicht einmal die Autotür öffnen können. Zum Abschluss des Gesprächs umarmten beide sich innig und Regina bot ihrer Tochter noch mal jegliche Hilfe an, sofern diese benötigt wird. Laura freute sich auf Justin und Lisa. Sie strahlte, weil sie nach Hause fuhren und sie die Kinder nicht mehr anlügen musste. Sie erzählte ihnen, der Papi sei wieder gesund. Die drei freuten sich dermaßen, dass sie im Auto alle zusammen ihre altbekannten Lieder sangen. Dabei dachte Laura, nach einer Talfahrt geht es immer wieder aufwärts. Jetzt war es soweit, nach vorne zu blicken und mit Holger gemeinsam Lösungen zu finden. Doch eine Sache ließ sie nicht ganz los. Ihre Mutter hatte das mit der Promillezahl erwähnt und damit hatte sie recht. Kein normaler Mensch kann mit 1,7 Promille noch Auto fahren. Doch vielleicht ist es bei Holger einfach nur so, dass er viel ab konnte, was den Alkohol betraf. Damit beruhigte sie sich wieder. Er hatte jetzt eindringlich und ehrlich versprochen, zunächst keinen Alkohol zu trinken. Sie glaubte ihm, wenn er das ein paar Wochen schaffe, dann war er auch nicht suchtkrank. Das Wochenende war fantastisch. Endlich waren sie vier wieder zusammen und konnten ausgelassen und fröhlich miteinander umgehen. Holger bewies seine handwerklichen Fähigkeiten und brachte schon am Samstag Vormittag den Flur so weit seinem Aussetzer zu sehen war. Das gleiche traf auf die Terrasse zu. Laura kümmerte sich um die alltäglichen Hausarbeiten und um das Essen. Nachmittags machten sie zusammen schöne Ausflüge. Laura fühlte sich so wohl wie schon lange nicht mehr. Holger umsorgte sie, wo er nur konnte, machte seine üblichen schönen Komplimente und ließ sie wissen, dass er sie sehr liebte. Justin und Lisa lachten viel über ihren Papi, da dieser allerlei Spaß mit ihnen trieb. Sie waren wieder vereint und eine wunderbare Familie. Am Montag hatte sie der Alltag zurück. Laura nutzte die Woche, in der sie noch krank geschrieben war, um Dinge zu erledigen, die sie in der letzten Zeit aufgeschoben hatte. Holger ging es körperlich wieder sehr gut. Doch nun kamen Angelegenheiten auf hinzu, die unangenehm waren. Er besprach mit Laura ins Gericht zu gehen. Holger brach mit seiner Freundschaft zu Torsten und musste sich nun eine andere Arbeitsstelle suchen, die entweder mit dem Bus erreichbar war oder indem er von jemand anderem mitgenommen werden konnte. Dann war da noch der Führerschein Verlust. Er wusste, dass die Sache beim Staatsanwalt landete und musste sich nun in Geduld üben, um zu sehen, was ihn erwarten würde. Heute war Montag und einem Arztbesuch stand nichts mehr im Wege, doch dieser verlief völlig anders, als Holger sich das vorgestellt hatte. Dr. Friese erzählt ihm die gleichen Dinge wie beim letzten Mal. Er solle sich Hilfe bei der Suchtberatung holen, sich einer Selbsthilfegruppe anschließen und das ganze bla-bla. Holger beteuerte, dass er jetzt eine Weile nicht trinken wird, keinen Tropfen mehr und somit dann ja wohl beweisen kann, dass er kein Alkoholiker ist. Doch sein Arzt blieb seiner Linie treu. Glauben Sie mir, selbst wenn Sie jetzt ein paar Wochen oder sogar Monate nicht trinken, bedeutet es nicht, dass Sie kein Problem mit dem Alkohol haben. Sollten Sie noch mal so viel wie beim letzten Mal trinken oder einige Tage hintereinander durchziehen, Entscheidungen, die Tabletten können Sie ab heute langsam reduzieren und Sie werden sehen, Ihre Kreislaufprobleme werden verschwunden sein, solange Sie nicht trinken. Wieder musste Holger tief durchatmen, als er aus der Praxis kam, er konnte das alles nicht glauben. Aber egal, sein Doc wird schon sehen, wie er das alles in den Griff bekommt und mit seinen körperlichen Problemen muss er zunächst abwarten. Am Ende der Woche, so hatte der Arzt empfohlen, sollte er keine Tabletten mehr nehmen. Holger war jetzt schon gespannt, wie es ihm dann gehen würde. Bestimmt hatte er immer noch diese komischen Symptome. Nun gut, der Arztbesuch war jetzt auch erledigt. Die Jobsuche stellte sich anfangs für ihn als eine enorme Herausforderung dar. Doch nach einigem Suchen gelang es ihm, ein paar Kilometer von ihrem Dorf entfernt eine Anstellung als Maurer zu bekommen. Die Geldeinbuße zu seiner vorherigen Stelle würde er mit Schwarzarbeit ausgleichen, so konnten sie ihren gewohnten Lebensstandard aufrecht erhalten. Mit Laura und ihm war Gott sei Dank alles wieder in Butter. Er darf es nie wieder so weit kommen lassen. Schon gar nicht, dass er ihr körperlich etwas antat. Er konnte noch immer nicht richtig glauben, was Laura ihm erzählte, doch er wusste, seine Frau würde ihn nicht anlügen. Wie konnte er sich nur so verändern, wenn er ein wenig mehr trank? Holger gab dem Whisky die Schuld und beschloss, dieses Gesöff nicht wieder zu sich zu nehmen. Wer weiß, was da reingemischt wird. Mit Bier war bisher alles okay gewesen. Das würde er auch nach einiger Zeit wieder ohne Probleme trinken können. Da war er sich sicher. Die Normalität in ihrer Familie war zurückgekehrt. Alles lief wieder genauso wie vor Holgers Absturz, der seit vier Wochen der Vergangenheit angehörte. Er lebte völlig abstinent und hatte damit scheinbar keinerlei Probleme. Er ging wieder einer geregelten Arbeit nach und an den Wochenenden kümmerte er sich entweder um Haus und Hof oder arbeitete bei Bekannten. Laura konnte endlich wieder ihren fröhlichen Charakter ausleben. Auf ihrer Arbeitsstelle blieb dies nicht unbemerkt. Paul, ihr Chef, war der Einzige, mit dem Laura über das Geschehene sprach. Er war ein guter Zuhörer und gab ihr den einen oder anderen Tipp, sagte ihr aber auch klipp und klar, dass sie und Holger sich Hilfe bei einer Suchtberatung holen sollten. Das überraschte Laura, denn sie war felsenfest davon überzeugt, dass Holger kein Alkoholproblem hatte, auch wenn sie es zu dem damaligen Zeitpunkt, als er handgreiflich wurde, zunächst dachte. Doch nach diesen Wochen, während denen sie sah, wie Holger ohne Bier und anderen alkoholischen Getränken wieder ihr Holger war, konnte sie nicht annehmen, was Paul, aber auch ihre Mutter sagten. Sie ließ sich dadurch nicht ihre Laune verderben, machte gewohnt sehr gewissenhaft ihre Arbeit und sorgte mit ihrer Freundlichkeit für gute Stimmung im Büro. Also, alles so wie immer. Laura war unendlich erleichtert. Insgeheim hatte sie befürchtet, ihre Ehe geht zu Ende, als Holger sie so stark am Auto bedrängte. Für sie stand fest, sollte Holger noch einmal bei einer Feier etwas mehr trinken, wird sie ihn am nächsten Tag mit all ihrer Macht daran hindern, weiter zu saufen. Beim letzten Mal hatte sie nicht bemerkt, dass er weiter trank, sonst hätte sie eingreifen können. Sie gab sich eine Mitschuld an seinem Trinkverhalten. Es wird nicht wieder passieren, dass es so weit kommt, denn Holger selbst möchte diese Situation nicht noch einmal erleben. Sie hatten beide lange darüber gesprochen. Für ihn war sein Verhalten ihr gegenüber befremdlich, doch auch die körperlichen Eigenarten, die die Konsequenz des Trinkens waren, möchte er nicht mehr tragen. Er bemerkte nach dem Absetzen der Tabletten, dass er keine Probleme mit seinem Kreislauf hatte und es dann doch wohl am Saufen lag. Endlich Freitag. Holger hatte die Woche über schwer gearbeitet. Sein neuer Job forderte ihn mehr als der bisherige. An diesem Wochenende hatte er endlich mal frei. So konnte er sich am Vormittag Dingen widmen, die er vernachlässigt hatte. Das Aufräumen der Garage war schon lang überfällig. Er würde heute Abend anfangen und auch morgen noch damit zu tun haben. Für die Nachmittage am Wochenende hatten Laura und er Ausflüge geplant. Er freute sich darauf, denn er wollte mit seiner Frau und den Kindern diese Zeit genießen. Die Garage Damit konnte er beginnen. Morgen war Einkaufstag und sie könnten das Leergut mitnehmen. Während des Stapelns fiel sein Blick auf eine Flasche, die noch einen Kronenkorken trug. Sieh mal an, da ist eine volle Pulle. Er nahm die Flasche und betrachtete sie, als hätte er so was noch nie gesehen. Plötzlich überkam ihn ein starkes Verlangen, die Budel zu öffnen und auszutrinken. Warum nicht, dachte er und tat es im selben Augenblick. Es schmeckte wunderbar. Seit Wochen hatte er keinen Tropfen Alkohol angefasst und dieses Bier ließ schöne Erinnerungen in ihm wach werden. Durch dieses Gesöff fühlte er sich noch entspannter, als er ohnehin schon war. Deshalb suchte er weiter nach einer vollen Flasche, um dieses Gefühl steigern zu können. Tatsächlich fand er eine. Diesmal trank er nicht sofort, sondern widmete sich dem weiteren Aufräumen der Garage. Nach etwa einer Stunde musste er auch die zweite Flasche dran glauben. Danach ging er fröhlichen Schrittes in das Haus und erzählte Laura von den zwei Flaschen. Laura fand es nicht besorgniserregend, denn Holger hatte eine Ewigkeit nichts getrunken. Warum sollte er es nicht mal wieder tun? Während sie das Laura wollte erst nicht, weil sie kaputt von der Arbeit war, doch schließlich willigte sie ein. Dadurch konnte sie morgen vormittag andere Dinge tun und das gefiel ihr. Nach dem Abendbrot ging es los. Die Kinder konnten für diese kurze Zeit allein bleiben und saßen vor dem Fernseher. Holger stapelte die Kästen in das Auto und sie fuhren in die Stadt. Während des Einkaufens stellte Holger einen Kasten Bier in den Einkaufswagen. Laura schaute ihn etwas merkwürdig an, sagte aber nichts. Es war wie früher. Sie hatten immer während des Wochenende Einkaufs Bier und manchmal auch Wodka oder Whisky gekauft. Schatz, wir könnten uns doch heute mal einen schönen Abend machen. Für dich Wein und ich nehme noch eine Flasche Wodka mit. Holger, meinst du nicht, dass Bier reicht? Du findest sonst wieder kein Ende. Lass uns das Bier mitnehmen. Ich brauche keinen Wein und wir machen uns trotzdem einen gemütlichen Abend. Laura war nicht ganz wohl bei dem Gedanken, dass Holger wieder mit harten Sachen anfangen wollte. Andererseits was sollte passieren? Sie war sich sicher, ihn morgen am Weitertrinken hindern zu können. Außerdem würde Holger nicht locker lassen. Sie kannte ihn. Wenn er sich das in den Kopf gesetzt hatte, wollte er es auch haben. Sie gab schließlich nach. Also gut, sagte sie, eine Flasche Wodka, die brauchst du ja nicht auszutrinken. Mach ich auch nicht, meinte Holger. Dann bin ich wieder knackenhart und bekomme morgen nichts auf die Reihe. Hab mich so sehr auf das Wochenende mit dir und den Kindern gefreut. Paar Bier, ein, zwei Gläser Wodka und dann reicht's mir. Dadurch, dass ich so lange nichts getrunken habe, werde ich sowieso nicht viel abkönnen. Holger war überzeugt, dass er das Gesagte genauso durchziehen kann. Am Abend hielt er Wort, trank ein Paar Bier, zwei Gläser Wodka und genoss die Zeit mit seiner Frau. Später, als sie beide zu Bett gingen, taten sie endlich mal wieder das, was sie schon sehr lange nicht getan hatten. Danach fühlten sich beide wohl, redeten noch ein wenig, gaben sich einen liebevollen Kuss und schliefen ein. Holger wurde mitten in der Nacht wach. Starke Kopfschmerzen und Unruhe plagten ihn. Geht das schon wieder los? dachte er. In der letzten Zeit ging es ihm körperlich sehr gut und nun hatte es etwa doch mit dem Alkohol zu tun. Er hatte gestern Abend nicht viel getrunken, das konnte es nicht sein. Er hatte wochenlang nichts angefasst, vielleicht bekam ihm der Wodka nach seiner langen Zeit nicht. Zudem hatte er starken Durst, den er stillen musste. Leise, um Laura nicht zu wecken, stieg er aus dem Bett, um nach unten in die Küche zu gehen. Dort angekommen trank er sofort Wasser, gleich aus der Leitung. Sein Durst war vorerst gestillt, dennoch waren die Unruhe und seine Kopfschmerzen noch vorhanden. Plötzlich erinnerte er sich, was er beim letzten Saufgelage dagegen getan hatte. Er brauchte nur ein Bier zu trinken und es würde ihm besser gehen. Danach wieder ins Bett und alles ist gut. Gesagt getan. Das erste Bier lief durch seine Kehle und er genoss es. Laura durfte davon allerdings nichts mitbekommen, sonst war wieder Holland in Not. Nach ein paar Minuten fühlte er sich deutlich besser. Er wollte, dass dies auch so bleibt und war dabei, sich ein zweites Bier zu holen. Dazu ging er zunächst in das Wohnzimmer, um zu sehen, ob dort noch eins stand. Sein Blick fiel sofort auf die Flasche Wodka, die fast zu zwei Drittel voll war. Nein, davon durfte er nicht trinken, oder vielleicht doch ein Glas? Holger war hin und hergerissen. Nach einigem Überlegen goss er sich etwas ein. Was sollte schon passieren? Dieser Schluck würde ihn nicht besoffen machen und danach könnte er super einschlafen. Er trank mit Genuss. Dabei spürte er diese enorme nicht beschreibbare Wärme, die er schon lange nicht mehr kannte. Wieder gab es diese wunderbare Entspannung. Schmerzen und Unruhe waren verflogen. Plötzlich stand Laura in der Tür. Sie wurde wach, bemerkte, dass Holger nicht neben mir lag und wollte nachsehen, was er trieb. Sie glaubte nicht, was sie sah. Holger war schon wieder beim Saufen und das mitten in der Nacht. Sag mal, bist du nicht mehr ganz dicht? fragte sie ihn. Du kannst doch nicht schon wieder nachtanken. Holger, wir hatten eine Abmachung. Holger war sehr erschrocken, als sie ihn auf einmal anschrie. Er hatte sie nicht kommen hören. Fast fiel ihm das zweite Glas Wodka aus der Hand, welches er sich kurz vorher eingegossen hatte. Schätzchen, nun mach doch nicht so ein Drama draus. Ich komme gleich wieder mit ins Bett. Es ist kein Problem für mich. Nur noch dieses Glas und dann verschwinden wir beide ins Schlafzimmer und können da weitermachen, wo wir gestern Nacht aufgehört haben. Er wollte sie mit seinen Worten beschwichtigen, doch es gelang ihm nicht. Wenn du weiter trinkst, bist du wieder genau an der Stelle, wo du vor ein paar Wochen warst. Möchtest du das? Willst du unsere Ehe aufs Spiel setzen? Laura war völlig verzweifelt. Warum nur trank er weiter? Trink aus und komm sofort ins Bett. Dieser Befehlston passte Holger nicht und auch sein Ton wurde schärfer. Ich muss mir von dir nicht sagen lassen, was mir gut tut und schon gar nicht in dieser Lautstärke. Was willst du denn? Es ist alles in Ordnung bei mir. Hast du Angst, dass es ausartet oder was? Holger steigerte sich schon wieder in eine Gereiztheit hinein, doch das wollte er nicht. Er versuchte seinen Ton zu drosseln, im Gegensatz zu Laura. Sie schrie ihn immer mehr an und sparte nicht mit Vorwürfen. Jetzt geht der ganze Mist schon wieder los. Darauf habe ich keinen Bock mehr. Was sollen die Kinder von dir denken, wenn du wieder flach liegst? Mensch Holger, es war alles so schön gestern, hör wieder auf, bitte. Laura bettelte ihn fast an. Holger wurde wütend. Was warf sie ihm eigentlich vor? Er saß ganz normal auf der Couch und trank ein bisschen Wodka. Na und? Was war denn nun so schlimm dran? Weißt du, Laura, lass mich einfach in Ruhe und schrei nicht hier so rum, als hättest du nicht mehr alle Tassen im Schrank. Was sollen die Kinder denn von dir denken, wenn du hier rumbrüllst? Geh du in dein Bett und lass mich einfach hier sitzen. Manchmal kotzt du mich richtig an. Was hatte er da gerade gesagt? Das war zu viel. Sie ging wieder in das Schlafzimmer um weiter zu schlafen. Sollte er sich doch voll saufen. Reden konnte man mit ihm nicht. Wahrscheinlich hatte er schon wieder einen beachtlichen Pegel. Laura ließ ihn allein. Doch an Schlafen war nicht mehr zu denken. Es ließ ihr keine Ruhe, was Holger schon wieder tat. Sie war wütend und gleichzeitig traurig. Doch wie hätte sie ihn daran hindern können? Sie hatte geschlafen, während er erneut nachkippte. So ein Mist. Tränen rannen ihr über das Gesicht. Hatte sie ihren Mann verloren oder konnte sie ihm helfen? Sie musste. In guten wie in schlechten Zeiten. Das hatten sie sich beide geschworen. Sie wollte den Morgen abwarten, um dann mit ihm zu reden, wenn das überhaupt möglich war. Laura ging davon aus, dass Holger jetzt den Rest der Flasche auch noch austrank. Irgendwann schlief sie dann doch ein. Schatz, hast du Lust auf Sex? Laura schreckte aus dem Schlaf. Wieder hatte sie wirre Träume. Sie starrte Holger entsetzt an. Er stand vor dem Bett und schwankte hin und her. Willst du nun Sex oder nicht? Nein, doch nicht mit dir, schnell fügte sie noch hinzu. Nicht in deinem Zustand, du bist ja völlig mit durch. Ich und mit durch? Mir geht's gut, Liebling, es ist alles okay. Holger leillte vor sich hin und ließ sich dann mit voller Wucht und in Klamotten auf das Bett fallen. Meine Güte, hatte der eine Fahne. Laura stand sofort auf und verließ das Schlafzimmer. Zum ersten Mal spürte sie Ekel vor ihrem Mann. Als sie kurze Zeit später nach Holger sah, schnarchte der und schlief fest. Das war's dann wohl, mit seinem Versprechen. Er hätte alles im Griff und brauchte nicht weiter trinken. Lauras schöne Welt, die es in den letzten Wochen wieder gegeben hatte, brach so gewaltig zusammen wie die Twin Towers. Ihr erster Gedanke Scheidung. Dann kamen ihr wieder Zweifel. Sie konnte sich doch nicht einfach so von dem Mann trennen, den sie liebte. Er brauchte Hilfe und musste sie annehmen. Dafür wird sie sorgen. Sollte er nicht dazu bereit sein, konnte sie sich immer noch überlegen, wie es weitergeht. Sie weckte die Kinder und bereitete das Frühstück vor. Währenddessen fragte Justin, wo denn der Papi sei. Wieder konnte Laura nicht die Wahrheit sagen. Der Papi ist schon wieder krank und muss im Bett bleiben. Warum habt ihr euch gestern in der Nacht so angeschrien? fragte Justin. Was sollte sie antworten? Manchmal kommt es vor, dass sich Mami und Papi streiten. Mehr konnte sie jetzt dazu nicht sagen, weil sie schon wieder den Tränen nah war. Doch sie riss sich zusammen und zum Glück stellte ihr Junge keine weiteren Fragen. Wir machen heute zu dritt einen schönen Ausflug und fahren in die Therme. Laura wusste, dass sie sich mit dieser Idee selbst ablenken musste. Die Kinder waren begeistert. Nach dem Frühstück fuhren sie los und kamen erst gegen Abend zurück. Als sie Holger auf der Terrasse mit einer Flasche Wodka und etlichen Bieren sitzen sah, gefror ihr das Blut in den Adern. Er konnte nicht mehr aufhören. Sie beeilte sich, die Kinder ins Haus zu bringen, um mit ihnen Abendbrot zu essen. Justin und Lisa waren ziemlich kaputt von dem langen Tag im Schwimmbad, aber sie hatten glückliche Gesichter. Danach gingen die beiden auf ihr Zimmer und spielten noch eine Weile miteinander, bis sie schließlich müde wurden und schlafen gingen. Laura war froh, als die Kinder im Bett waren und freute sich über die strahlenden Gesichter der beiden. Dieser Tag hatte ihnen viel Freude bereitet. Sie setzte sich nach getaner Arbeit in das Wohnzimmer und wollte einfach nur abschalten. Doch wenn sie ihren Mann durch das Fenster sah, der sich immer wieder einschenkte und selbst Gespräche führte, gelang es ihr nicht. Jetzt mit ihm zu reden, erschien ihr sinnlos, denn so verpeilt wie der war, würde keine vernünftige Kommunikation wankend ins Wohnzimmer. Da bist du ja wieder. Wolltest mich wohl verlassen, oder was? Hast jetzt einen anderen, der nicht seufzt, oder wo bist du gewesen? Sein Ton machte Laura Angst. Ruhig erzählte sie ihm, dass sie mit den Kindern im Schwimmbad war. Ha, das kann ja jeder sagen, hast die Kinder bei deinen Alten abgeliefert und dich mit einem anderen Kerl vergnügt. Hältst es wohl nicht mehr aus mit mir? Trinke ich zu viel? Kann es ruhig ehrlich sein, Laura? Ich bekomme sowieso raus, wo du warst. Warum nur griff er sie so sehr an? fragte Laura sich. Sie wiederholte noch mal ganz ruhig, dass sie mit den Kindern in der Schwimmhalle war. Lüg mich nicht an, du Miststück, du bist fremd gegangen. Wie lange geht das schon so? Er schrie immer lauter und kam bedrohlich näher. Laura wollte aufstehen und den Raum verlassen, doch im selben Augenblick stieß Holger sie zurück auf die Couch. Sag mal, spinnst du? sagte sie. Fass mich nicht noch mal an. Ich werde dir zeigen, wer dich anfassen darf und wer nicht, du Schlampe. Ich bin dein Mann und nur ich habe das Recht dich anzufassen, sonst niemand merkte das. Laura spürte starke Angst in sich aufsteigen, jedoch gleichzeitig eine große Wut. Du versoffener Kerl, schrie sie ihn an, was erwartest du denn von mir? Soll ich etwa den ganzen Tag mit dir verbringen? Was ist mit deinen Vorsätzen? Nicht weiter zu trinken? Du hängst schon wieder an der Flasche, du behandelst mich wie Dreck, sag mal, merkst du eigentlich noch was? Zack, er schlug ihr die Faust ins Gesicht. Du redest nicht so mit mir, merk dir das ein für allemal, du blödes Stück. Er ließ sich in den Sessel fallen und fing an zu holen. Laura, das wollte ich nicht, bitte glaub mir, es war eine Kurzschlussreaktion, weil du mich so genervt hast. Laura ging ohne Worte ins Bad und betrachtete ihr Gesicht. Sie blutete stark aus der Nase und ihr Auge schwoll an. Jetzt bemerkte sie auch die höllischen Schmerzen, die dieses Monster ihr zugefügt hatte. Eine andere Bezeichnung konnte sie für ihn nicht mehr finden. Was sollte sie am Montag auf der Arbeit erzählen? Sie konnte sich nicht schon wieder krank schreiben lassen, doch ihre Kollegen waren nicht blöd und würden sofort sehen, was passiert ist. Sie schämte sich jetzt schon in Grund und Boden. Sollte sie erzählen, dass ihr lieber Mann sich plötzlich verändert hatte, ein Säufer ist und dazu noch gewaltbereit? Nein, das ging nicht, auf keinen Fall. Alle dachten, sie führte eine perfekte Ehe. Sie musste eine andere Lösung finden. Morgen würde sie Paul anrufen und ihm alles erzählen. Er war der Einzige, der wusste, was abging. Vielleicht konnte er ihr wieder eine Weile freigeben. Jetzt musste sie nur noch Antworten auf die Fragen der Kinder finden. Plötzlich stand Justin in der Badezimmertür. Mami, was ist bloß los? Ich bin wach geworden, weil ihr euch schon wieder angeschrien habt. Oh Gott, Mami, wie siehst du aus? Hat Papi dir weh getan? Er fing an zu weinen. Nein, nein, sagte er immer wieder. Papi darf so etwas nicht tun. Warum macht er das? Ich hasse ihn. Laura fragte sich in diesem Moment, wie er so genau wissen konnte, dass Holger zugeschlagen hatte. Er musste alles gehört haben, auch ihren Schrei nach dem Faustschlag. Sie versuchte ihn zu beruhigen und brachte ihn wieder ins Bett. Sie schloss das Kinderzimmer ab und blieb bei den beiden. Lisa schlief meistens in Justins Zimmer, weil sie nicht allein sein wollte. Jetzt waren sie zu dritt in seinem Kinderzimmer und Laura hatte wieder diese außergewöhnliche Angst, die er sehr zu schaffen machte. Hoffentlich kommt er nicht hier rein, dachte sie und betete ins Geheim. Am nächsten Morgen war Laura die erste, die wach wurde. Die Kinder schliefen noch. Zum Glück ist seltsamer Weise war sie sehr ruhig und überlegte, was jetzt zu tun war, denn mit diesem Mann unter einem Dach zu verbringen, erschien ihr unmöglich und nicht annehmbar. Wieder zu ihren Eltern? Nein, er musste ausziehen, Trennung, Scheidung. Es schoss ihr schon wieder alles blitzschnell durch den Kopf. Sie dachte an die gestrige Nacht. Komischer weise war sie sehr gefasst nach seiner Stadt sie immer noch unter Schock. Laura fand keine Antworten. Sie zog sich an und ging langsam und leise nach unten die Küche. Dort versuchte ihr Mann sich eine Stulle zu schmieren. Dementsprechend sah die Küche aus. Das, was er versuchte, auf sein Brot zu bekommen, war breitflächig auf den Fliesen verteilt. Er murmelte irgendwas vor sich hin. War er immer noch zugeballert oder Er musste sich gestern, als sie und die Kinder nicht da waren, alles gekauft haben. Sie beschloss in die Garage zu gehen, um nachzusehen, wie viel noch vorhanden war. Dort angekommen traute sie ihren Augen nicht. Drei Kästen Bier und noch zwei volle Flaschen Wodka. Na das konnte ja heiter werden. Hatte er jetzt vor, sich tot zu saufen? Irgendjemand musste ihm den Alkohol gebracht haben, oder aber, und sie wollte nicht darüber nachdenken, er ist selbst gefahren. Sie schaute sich sofort sein Auto an, ob es irgendwelche Merkmale gab, auf die man schließen konnte, dass er gefahren ist, doch sie fand nichts dergleichen. Laura ging zurück in die Küche, wo sie fast mit Holger zusammen stieß. Wie siehst du denn aus? lallte er ihr zu. Hast wohl einen sich hin. Pass mal auf, du Schwein! Laura hatte sich vorgenommen, ihn nicht zu provozieren, doch dieses Geschwafel von ihm brachte sie auf mehr als 180. Du warst das! Du hast mich geschlagen! Wahrscheinlich hast du deinen Verstand versoffen! Wie kann man nur so feige sein? Ist dir überhaupt klar, was du damit angerichtet hast? Holger starrte sie mit großen Augen an. Er sollte sie geschlagen haben. Niemals! Die spinnen sich schon wieder was zusammen. Feige? Laura hatte ihn als feige bezeichnet. Das wird ihr noch leid tun. Er verließ seine Stulle mampfend die Küche, sagte aber noch in einem scharfen Ton zu Laura, dass ihn niemand feige nennen dürfe, auch sie nicht. Danach fiel er mit einem lauten Knall auf die Fliesen, bei dem er sich den Kopf so heftig aufschlug, dass sofort Blut umher spritzte. Nein! Dauras Schrei ließ wahrscheinlich die gesamte Nachbarschaft aus dem Schlaf erschrecken. Im selben Moment kamen bei ihr grausame Erinnerungen aus der Kindheit hoch. Sie zitterte am ganzen Körper und befand sich kurz vor einem Nerven Zusammenbruch. Wie oft hatte sie ihren Vater so gesehen? Sie bemerkte, dass ihre Atmung immer schneller ging, jetzt nur Laura musste ruhiger werden, den Kopf klar bekommen und schob die Erinnerungen an ihren Vater weit von sich. Holger versuchte sich aufzurappeln, hielt sich an der Flurgarderobe fest, um diese mit sich nach unten zu reißen. Laura wollte nicht glauben, was sie sah. Alles voller Blut und plötzlich stand Justin im Flur. Mami, Mami, was ist mit Pappi? Wieso blutet er? Er muss ins Krankenhaus? Justin weinte und schluchzte lautstark. Laura nahm ihn in den Arm, ihre eigenen Tränen unterdrückend und ging mit ihm in das Wohnzimmer. Dort sah es nicht viel anders als in der Küche aus, leere Flaschen über den ganzen Tisch verteilt oder auf dem Fußboden liegend. Auf der Couch zeichnete sich ein riesiger Fleck ab. Oh nein, er hatte eingepinkelt. Warum sieht das hier so schmutzig aus? Habt ihr eine Feier gehabt? Du musst Papi ins Krankenhaus bringen. Justin stellte weiterhin schluchzend seine Fragen. Du blöder Bengel, schrie Holger vom Flur aus herüber. Hör endlich auf zu heulen, bist du eine Memme? Das war zu viel. Laura musste jetzt ihre Fassung bewahren. Das Handy in der Hand wählte Laura zitternd die 112. Wenige Minuten später waren die Rettungssanitäter und der Notarzt bei ihnen im Haus. Was jetzt wohl die Nachbarn denken? Laura machte sich in diesem Moment mehr Gedanken über so etwas als um ihren Mann. Sie war froh, wenn die Rettungsleute ihn mitnehmen würden. Das taten sie auch, denn Holgers Kopfwunde blutete immer noch sehr stark. Außerdem war er bewusstlos. Die Sanitäter fragten Laura, ob sie mitkommen wolle, was auch in ihrem Nachthemd im Flur und beide weinten laut. Holger war weg. Laura konnte die Kinder beruhigen und räumte nach dem Frühstück seine Hinterlassenschaften auf. Nachdem sie bis auf die Couch und die blutverschmierten Flurtapeten alles wieder sauber hatte, brach es aus ihr wie ein reißender Strom heraus. Sie weinte und weinte und konnte nicht aufhören. Jetzt, nachdem er nicht mehr hier war, spielten draußen zusammen und sie konnte ihren Tränen freien Lauf lassen. Es war fast wie eine Erleichterung für sie. Nachdem sie sich ein wenig beruhigt hatte, versuchte sie wieder klare Gedanken zu fassen, was ihr nur bedingt gelang. Wie sollte es jetzt weiter gehen? Wahrscheinlich wird er nachher gleich wieder hier sein und sich sofort auf seine Flaschen stürzen. Laura musste im Krankenhaus quasi an seinem Wohlergehen interessiert. Sie liebte ihn. Das war unumstößlich. Er hatte seine zweite Chance erhalten, sie ein paar Wochen genutzt, doch dann ist er abgestürzt, schlimmer als je zuvor. Er hatte sie sehr heftig geschlagen. Ob sie ihm das jemals verzeihen konnte? Sie selbst hatte immer gesagt, sollte Holger irgendwann einmal seine Hand gegen sie erheben, würde sofort und ohne Gnade die Trennung kommen. Und jetzt? Sie war unsicher. Wie würde sie mit einer Trennung klarkommen? Was kommt auf sie und die Kinder zu? Die Kinder brauchten ihren Vater, sie liebten ihn und sie. Ja, sie liebte ihn auch. Es war merkwürdig. Er hatte ihr Gesicht entstellt, wusste davon selbst nichts mehr und trotzdem liebte sie ihn und konnte nicht einfach eine Trennung durchziehen. Es hing zu viel davon ab. Laura hatte die Hoffnung, dass ihre Familie wieder genauso werden würde, wie sie vor dem 10. Hochzeitstag war. Plötzlich wurde ihr bewusst, dass es an dem Tag alles angefangen hatte. Sollte der 10. Hochzeitstag für immer eine schlimme Erinnerung für sie bleiben? Oder konnte Holger noch mal die Kurve kriegen? Worin bestand ihr Anteil an diesem ganzen Hintern weiter zu trinken? Doch wie hätte sie dies auch tun sollen? Hatte Laura eine Mitschuld daran, dass Holgers Trinkverhalten sich so rapide veränderte? Konnte sie ihm nicht genug bieten? Sie fand keine Antwort auf all die Fragen, die ihr in diesem Moment durch den Kopf schossen. Sie wird sich jetzt nach seinem Befinden erkundigen und sich danach um Justin und ihrer kleinen Lisa kümmern. Justin hatte eine ganze Menge mitbekommen, vielleicht konnte sie ihm diese Belastung nehmen. Eins war auf jeden Fall klar, Holger musste etwas tun, denn er brauchte Hilfe. Ohne ging es nicht mehr bei ihm. Ihre Mutter hatte Recht, Holger ist Alkoholiker. Kapitel 10 Ein erneuter Versuch Holger erwachte, saß sich um und lag in einem Bett. Die Tür ging auf und eine Krankenschwester trat ein. Hallo Herr Jelzer, wie geht es Ihnen? Holger wusste nicht, wie er hierher gekommen war. Geht so, murmete er leise. Was ist passiert? Warum bin ich im Krankenhaus? Er fasste sich an seinen schmerzenden Kopf und bemerkte einen verbannt. War er irgendwo hingeflogen oder hatte Laura immer einen Schlag versetzt? Er traute ihr alles zu. Sie sind in Ihrem Haus gestürzt und haben sich heftig ihren Kopf aufgeschlagen, sagte die Schwester. Die Wunde musste genäht werden, sie waren bewusstlos und wir möchten sie zur Beobachtung hier behalten. Holger setzte sich senkrecht im Bett auf und widersprach sofort. Ich bleib nicht hier, gut. Er wollte aufstehen, um sich anzuziehen, denn er hatte das übliche Krankenhaus gewandt an. Dabei bemerkte er, dass ein Schlauch in seinem Arm hing. Was soll dieser Scheiß? schrie er die Schwester an. Diese blieb ruhig und erklärte ihm in einem zwar nicht mehr freundlichen, jedoch sachlichen Ton, was es mit dem Tropf auf sich hatte. Seine Blutkontrolle gab einen »Wann kommt der Arzt?« fragte Holger im barschem Ton. »Heute ist Sonntag. Der Arzt hat eine Menge zu tun und wird zu einem späteren Zeitpunkt auch bei Ihnen reinschauen. Mit diesen Worten verließ die Schwester das Zimmer. Holger schaute sich um. Viel zu sehen gab es nicht. Ein typisches Krankenhauszimmer. Gegenüber stand ein zweites Bett, welches nicht belegt war. »Na Er musste hier so schnell wie möglich raus. Hoffentlich lässt sich der Arzt bald blicken. Er bemerkte, dass der Alkohol langsam sein Blut verließ und es ihm dadurch von Minute zu Minute schlechter ging. Auch das war schon ein Grund hier wieder abzuhauen. Er brauchte Nachschub. Nachdem er ein wenig geschlafen hatte, klopfte es und im selben Moment öffnete sich die Tür. Der Arzt war da. Na, Herr Jelzer, wie fühlen Sie sich? Ihre Frau hat sich nach Ihnen erkundigt. Wir haben ihr gesagt, dass es Ihnen den Umständen entsprechend gut gehe. Es aber hätte schlimmer kommen können. Sie haben eine Menge getrunken. So etwas kann sehr schnell mit einer Alkoholvergiftung enden. Wann kann ich wieder raus? Holger fragte in einem jetzt nicht mehr so forschen Ton. Der Arzt zog sich einen Stuhl an das Bett und setzte sich. Wissen Sie, Herr Jelzer, Sie hatten 3,2 Promille im Blut. Dieser Wert wird jetzt langsam abgebaut und Sie werden dabei auf Entzug kommen. Wenn Sie dies allein durchziehen wollen, kann es lebensgefährlich sein. Der Arzt klärte Holger über bestimmte Dinge auf, die bei einem Kalten Entzug entstehen könnten. Schwere Kreislaufprobleme, Herzrasen, Schweißausbrüche, aber auch, und das betonte der Doktor ganz besonders, Delir oder Krampfanfälle. Was halten Sie davon, wenn Sie hier bei uns eine Entgiftung machen? Wir haben in unserem Haus eine qualifizierte Entgiftungsstation. Dort können wir Sie aufnehmen. Das Ganze wird circa drei Wochen dauern. Danach können Sie sich für verschiedene Therapiemöglichkeiten entscheiden. Ja, nee, ist klar. Glauben Sie etwa, ich bin ein Alki oder wie kommen Sie auf diese schwachsinnige Idee? Meine Frau hat Ihnen bestimmt die abenteuerlichsten Geschichten über mich erzählt oder was? Hier bleiben? Entgiftung? Geht's noch? Geben Sie mir ein paar Tabletten mit, das hat mein Hausarzt auch schon mal gemacht und es hat wunderbar funktioniert. Holgers Ton war unfreundlich, fast aggressiv. Der Arzt blieb ruhig. Es war nicht neu für ihn, dass Patienten, die ein Alkoholproblem hatten, sich gegen eine Entgiftung sträubten. Erstens war es ihnen nicht bewusst, dass sie suchtkrank sind. Zweitens wollen die meisten es nicht wahrhaben und drittens war dieser Patient noch stark alkoholisiert. Sie werden auf Entzug kommen, betonte der Arzt erneut. Wir können Ihnen jetzt nichts gegen die Unruhe geben, da noch zu viel Alkohol im Blut ist. Überlegen Sie sich in Ruhe meinen Vorschlag. Selbst wenn Sie den kalten Entzug gut überstehen, einige Zeit nicht trinken, werden Sie früher oder später wieder mit dem Trinken anfangen und glauben Sie mir, es wird immer schlimmer. Wir haben hier die Möglichkeit zu entgiften. Sie sind unter Beobachtung und werden an Dinge herangeführt, die sehr suchtkrank gut gebrauchen können. Ich schaue nachher noch mal bei Ihnen vorbei und denken Sie über meinen Vorschlag nach. Der Arzt verließ das Zimmer. Holger war baff. Er war auf keinen Fall suchtkrank oder etwa doch. Jetzt kamen Zweifel bei ihm auf. Warum sollte der Arzt ihm dies alles erzählen, wenn es nicht so wäre? Wow! Das musste er sacken lassen. Gehört er zu diesen Pennern die nicht mehr vom Alkohol wegkamen? Die Typen, die er hasste, weil er sie als willenlos sah? Wie oft hatte er diese Menschen verspottet und seine Witze gerissen? Nein, er gehörte nicht zu diesem Abschaum. Schließlich stand er nicht jeden Tag mit einer Pulle Bier vor dem Netto, war unrasiert und roch unangenehm. Mit diesen Vollpfosten konnte der Arzt ihn unmöglich vergleichen. Die waren suchtkrank, keine Frage, aber er doch nicht. Klar, er konnte manchmal nicht aufhören und dass er Laura geschlagen haben sollte, war kaum zu glauben. Vielleicht erzählte sie ihm nur diese Dinge, um ihm ein schlechtes Gewissen einzureden. Wäre möglich, doch eigentlich ist Laura eine ganz ehrliche Haut. Wahrscheinlich stimmte das alles und bei ihm wurde eine kranke Programmierung im Gehirn ausgelöst, wenn er trank. Bei Bier Holger war immer mehr überzeugt, dass in den hochprozentigen Getränken irgendetwas reingemixt wurde von der Industrie. Was, wenn sie die Scheidung einreicht? Laura hat es immer gesagt, sollte er mal seine Hand gegen sie erheben, wäre sofort Schluss. So sehr sie ihn auch liebte, denn das müsse eine Frau sich nicht bieten lassen. Bei diesen Gedanken stellte er fest, dass allmählich sein Kreislauf rebellierte, so ein Mist. Normalerweise könnte er jetzt etwas draufkippen und dann ging es ihm wieder gut. Hier im Krankenhaus gab es aber nichts und er hing am Schlauch. Sollte er auf eine Entgiftung eingehen? Wenn er ehrlich war, wusste er genau, dass es mit dem Saufen nicht mehr so weiter ging, zumal er anscheinend aggressiv seiner Frau gegenüber war. Die Kinder. Hatte er die auch geschlagen und mussten sie etwas sehen, wie er Laura schlug? Oh mein Gott, was hat er getan? Gierig nahm er einen tiefen Schluck aus der Wasserflasche, die man ihm auf den Nachttisch gestellt hatte. Der Entzug wurde immer schlimmer. Alles wie beim letzten Mal, nur noch heftiger. Das, was der Arzt ihm vorhin erzählte, Herzrasen, Unruhe und so, trafen ihn mit voller Wucht. Aus Erfahrung wusste er, dass es nur mit Alkohol oder Tabletten auszuhalten war. Er hatte keine Alternative. Selbst wenn er aus dem Krankenhaus rauskam und sich sofort etwas zu trinken holen würde, was wäre morgen? Wieder Entzug, wenn es einer war. Wieder diese verdammte Unruhe, die ihn allmählich schwer zu schaffen machte. Er musste hier bleiben. Holger wollte seine Ehe retten. Die setzte voraus und Laura würde es erwarten, dass er sich auf das volle Programm einließe. Die Schwester betrat das Zimmer, gab ihm eine Dosis und meinte, sie würde immer mal wieder reinschauen. Holger schluckte die verschiedenen Sorten Pillen, ohne zu fragen, welche Wirkung diese hatten, ließ sich in sein Kissen sinken und heulte. Irgendwann schlief er ein. Als er erwachte, entschied er sich für diese Entgiftung. Er tat es für Laura und seine beiden Kinder. Dennoch konnte er nicht glauben, dass er Alkoholiker sei. Es kehrte wieder Ruhe ein. Holger machte zunächst die Entgiftung mit und ging danach für zwölf Wochen in eine Langzeittherapie. Laura war unendlich froh, dass er sich darauf einließ. Es waren enorme Überredungskünste von Seiten des Arztes, der nötig. Doch jetzt war er dort gelandet und anscheinend gefiel es ihm ganz gut. Danach wird er geheilt sein. Da war sie sich sicher. Gott sei Dank. In ihrem Umfeld wussten mittlerweile alle Bescheid, was mit Holger los war und sein Arbeitgeber war so kulant, ihn für diese Zeit freizustellen, um ihm danach wieder seine Stelle zu geben. Finanziell mussten sie sich vorerst einschränken, da das Schwarz Arbeitsgeld wegfiel und das machte fast genauso viel aus wie Holgers Gehalt. Außerdem bekam Holger jetzt nur noch Krankengeld, welches seinen Lohn nicht ausgleichen konnte, doch auch das würden sie überstehen. Laura wusste nicht, ob sie seine Gewalt jemals vergessen könne. Zunächst hatte sie ihm aber verziehen. Holger entschuldigte sich tausendmal bei ihr, versprach immer wieder, es komme nie mehr wieder vor und war der Meinung, dass er nach der Therapie nie wieder trinken müsse und wenn doch, dann gesittet. Lauras Mutter sah das anders und warnte ihre Tochter eindringlich, dass mit einer Therapie nicht gleich alles gut ist. Man würde ihm dort einiges beibringen können, was die Abstinenz betrifft, jedoch beginnt erst dann im richtigen Leben die Bewährung. Außerdem mussten die Ursachen gefunden werden, die Holgers Trinkverhalten erklärten. Laura ärgerte sich über die Worte ihrer Mutter. Immer diese Skepsis, sie sollte endlich mal aufhören, Holger mit ihrem Vater zu vergleichen. Holger war anders. Sie war absolut sicher, dass ihre Ehe nach der Therapie endlich wieder schöner wird. Laura wird ihrem Mann eine dritte Chance geben. Während Holger seine Therapie durchlief, offenbarte Laura sich Paul, ihrem Chef. Sie erzählte ihm die gesamte furchtbare Geschichte, die sie mit Holger erlebt hatte. Für Paul war so etwas nicht neu. In seiner Familie gab es auch jemanden, der diese teuflische Sucht hatte. Sein Bruder Carsten. Was seine Familie mit Carsten schon alles durch hatte, ging auf keine Kuhhaut. Er versprach, immer und immer wieder aufzuhören. Er manipulierte sämtliche Familienmitglieder. Er belog alle, nur um an sein Geliebtes gesürft zu kommen. Pauls Mutter wäre dabei fast zugrunde gegangen. Immer wieder hoffte sie, ihr Sohn würde die Kurve kriegen. Doch jedes Mal musste sie Enttäuschungen hinnehmen. Irgendwann konnte sie nicht mehr. Es machten sich Depressionen so stark bei ihr bemerkbar, dass sie kurz vor dem Suizid stand. Auch Paul und seine Geschwister litten durch den Lebensstil ihres Bruders, zumal sie den Verfall ihrer Mutter mit ansehen mussten. Alle versuchten, ihr zu helfen. Sie sollte sich von Carsten lossagen, ihm kein Geld mehr zum Saufen geben, doch so richtig schaffte sie es nie. Sie gab sich die Schuld an Carstens Versagen, fragte sich ständig, was hatte sie nur falsch gemacht bei diesem Jungen. Jetzt ist sie eine alte, traurige und verbitterte Frau, die keine Freude mehr am Leben hat. Paul und seine Geschwister brachen den Kontakt zu ihrem Bruder ab. Dadurch rutschte er noch tiefer in den Abgrund, doch helfen lassen wollte er sich nicht. So sehr sich alle bemühten, er schlug jegliche Unterstützung aus. Zum Schluss sahen alle ein, dass es keinen Sinn machte, sich für Carsten abzustrampeln. Heute sieht Paul seinen Bruder hin und wieder, völlig abgewrackt, Flaschen aus den Papierkörben sammeln und jedes Mal bricht es ihm das Herz. Dennoch möchte er keinen Kontakt mehr zu seinem kleinen Bruder. Wie oft hatten sich alle gefragt, was wohl schiefgelaufen sei in Carstens Leben. Die Antwort darauf fanden sie nicht. Dies alles erzählte er Laura. Diese war überrascht über die Offenheit ihres Chefs. Wahrscheinlich musste auch er sich mal alles von der Seele reden. Paul sagte ihr zum Abschluss ihres Gespräches, dass er ihr jegliche Unterstützung zukommen lassen werde, sofern sie welche benötigte. Das ist sehr lieb von dir. Aber jetzt, wo Holger auf Therapie ist, wird wieder alles gut. Wenn er nach Hause kommt, wird er wieder so wie früher sein. Ab und zu mal ein Bier kann er sich dann ruhig mal genehmigen, aber nicht mehr. Paul meinte, dass Holger eigentlich nie wieder trinken dürfe. Doch das sah Laura nicht so verbissen. Wenn er ein bisschen trinkt, ist er völlig normal. Bei ihm wurde es immer nur schlimm, wenn er am nächsten Laura klang fast fröhlich. Doch Paul hatte durch die Erfahrungen mit seinem Bruder Bedenken. Er wollte Laura jedoch nicht runterziehen. Deshalb behielt er diese für sich. Kapitel der Alte erzählte viel über seine Therapie und war froh, dass er diese in Angriff genommen hatte. Hier sind ganz normale Leute aus allen Gerufen. Kann man sich gar nicht vorstellen, wie viele Menschen Probleme mit dem Alkohol haben. Was glaubst du, was ich hier schon für Geschichten gehört habe? Dagegen bin ich ein Waisenknabe. Holger redete wie ein Wasserfall. Tagebuch müssen wir jeden Tag führen. Er lachte. Das ist nicht mein Ding. Manchmal weiß ich nicht, was ich schreiben soll, aber es gehört nun mal zur Therapie. Ich kritzel immer irgendeinen Schwachsinn rein, damit die Therapeutin Ruhe gibt. Er tobte sich beim Sport aus und die Arbeitstherapie im Garten war auch okay. Eigentlich hatte er erwartet, hier die krassesten Typen zu sehen, doch dem war nicht so. Mit vielen kam er gut aus, mit einigen nicht. Die Therapeuten waren ganz okay, aber die Einzelgespräche hasste er. Dort ging es ständig um persönliche Dinge, die er nicht erzählen wollte. Er war der Meinung, dies gehe niemanden etwas an. Zum Glück gab es die nicht so oft. Laura hörte zu, fragte hin und wieder etwas und war unendlich froh, dass Holger diesen Schritt gegangen war. Für die Kinder war es auch normal, dass ihr Papi hier war, denn er war krank und musste diese Kur durchziehen. Danach ist er gesund und zu Hause und dann wird alles wieder so wie früher sein. Justin und Lisa freuten sich darauf, dass ihr Papi bald wieder bei ihnen war. Doch er sollte dann ihr Papi sein, den sie lieb hatten und nicht der, der immer so viel Bier trinkt. Die Entlassung rückte näher. Holger freute sich. Er hatte die zwölf Wochen durchgezogen und wenn er ehrlich war, hatten sie ihm nicht geschadet. Ganz im Gegenteil, er hatte ja eine Menge bezüglich des Alkohols und der Sucht gelernt. Es wurde ihm immer wieder eingebläut, dass er nie mehr trinken dürfe, da er sonst tief abrutschen könne. Rückfall nannte man das hier. Es klang zwar teilweise plausibel, was die Therapeuten ihm mit auf den Weg gaben und er würde auch eine ganze Weile nicht trinken, aber nie wieder. Das war wohl ein wenig zu weit hervorgeholt. Er wusste jetzt sehr viel über diese Krankheit und mit diesem Wissen würde er sein Trinkverhalten kontrollieren können. Holger kam zurück zu seiner Familie und in sein Zuhause. Mann war er froh, wieder hier zu sein. Vorher war alles selbstverständlich, das Haus, der Garten, die schöne Einrichtung. Doch jetzt sah er dies alles mit anderen Augen. Während der Therapie wohnte er in einem Zwei-Bett-Zimmer. Sein Bett-Nachbar war zwar okay, aber man hatte nie so richtig eine Privatsphäre. Fernsehen musste man gemeinsam und sich außerdem noch einigen, was geschaut wird. Na ja, er war glücklich, wieder hier zu sein. Er hatte alles durchgezogen, Entgiftung und Therapie. Jetzt müsste er sich nach einer Selbsthilfegruppe umschauen, doch er war sicher, dass er diese nicht bräuchte. Holger hatte seine Frau und die beiden Kinder, da war die Selbsthilfegruppe überflüssig. Auch die empfohlenen Nachsorge konnte er sich sparen. Was sollte das bitte bringen? Er würde wieder seiner Arbeit nachgehen und für seine Familie da sein, genau wie vorher. Jetzt sind zunächst ein paar Wochen Trockenheit angesagt und danach wird er weitersehen. Er hatte mit Laura darüber gesprochen, dass er geheilt wäre und ihr nie mehr wehtun wird, selbst wenn er wieder ein Papierchen trinkt. Er hob in Hauptes wollte er jetzt eine neue Zeit beginnen. Kapitel 12 Sucht ist stärker als Liebe Laura und Holger harmonisierten sehr gut miteinander. Nur manchmal, wenn Laura das Gespräch auf eine Selbsthilfe oder einer ambulanten Nachsorge richtete, blockte Holger ab. Er bräuchte das nicht, sie sähe doch, dass er nicht trinken muss. Er sei ja nun nicht der Hardcore Alki, der schon etliche Entgiftungen und Therapien hinter sich Für ihn kam so etwas nicht in Frage. Wir führen noch wieder ein glückliches Leben, sagte er. Das wird sich auch nicht mehr ändern. Glaub mir, Laura, ich habe doch auch keinen Bock mehr auf diesen Hammer Entzug, wenn ich wieder übertreibe. Für Laura war es jetzt, da er gerade von der Therapie kam, noch sehr schwer, das alte Vertrauen zu ihm wiederherzustellen. Sie dachte sehr oft daran, was ist, wenn es nochmal so ausartet. Sie sprachen viel miteinander und Holger schaffte es immer wieder, sie zu beruhigen. Manchmal dachte sie daran, was ihre Mutter und Paul ihr erzählt hatten. Sie war nicht sicher, ob Holger alkoholkrank ist oder nicht. Wenn er krank ist, darf er normalerweise nie wieder trinken. Sie hatte sich belesen und verstand jetzt einiges über diese Sucht. Jedoch wusste sie auch, was es bedeutet, co-abhängig zu sein. Was sie darüber alles gelesen hatte, machte ihr Angst und so wollte sie niemals enden. Diese Menschen kamen nicht von ihrem Partner los und erduldeten alles. Von Schlägen über Vergewaltigungen ja sogar Mordandrohungen waren dabei, wenn der Co-Abhängige es irgendwann schaffte, seinen suchtkranken Partner verlassen zu wollen. Meistens waren Kinder im Spiel, die nicht selten ebenfalls verprügelt wurden. Es war furchtbar. Laura war fassungslos, als sie dies alles las. Es gab sogar Selbsthilfegruppen für die Partner. Meistens betraf es Frauen. Aber auch Männer können co-abhängig werden, ganz zu schweigen von den Kindern, die ebenfalls diese Abhängigkeit verinnerlichen, weil sie sich von ihren Klassenkameraden schämten und deshalb alles verschwiegen. was zu Hause abging. Dies wiederum hatte oftmals zur Folge, dass die Kinder in ihren schulischen Leistungen nachließen, verschlossen und ohne Selbstbewusstsein waren. Selbst wenn der Partner es schaffte, sich zu trennen, kam es nicht selten vor, dass er gestalkt wurde. Es muss die Hölle sein. Die Partner sorgten sehr oft dafür, dass der suchtkranke Schnaps bekam, nur um ihre Ruhe zu haben. Ohne Hilfe war es ebenso wie beim Suchtkranken selbst fast unmöglich, dieser Abhängigkeit zu entfliehen. Laura wusste auch, dass die Co-Abhängigkeit ein Krankheitsbild ist, welches sich als Beziehungsstörung ausdrückt. Sie hatte das so gelesen. War sie etwa auch schon beziehungsgestört? Nein, sie war es nicht, zum Glück. Sie würde es auch nicht so weit kommen lassen. Holger war der Meinung, dass ihm ein paar Bier nicht schaden könnten. Sie hoffte so sehr, dass er recht hatte, doch ein wenig Restangst blieb. Es wurde langsam Herbst. Schade. Laura mochte den Sommer, doch nun war er dabei, sich zu verabschieden. Es war schon wieder früh dunkel, die Blätter raschelten und es war kühl, doch sie sagte sich, der Herbst hat auch seine schönen Zeiten und außerdem geht es jetzt auf Weihnachten zu. Sie spürte die Vorfreude darauf in sich aufsteigen, denn es war immer wunderbar, das Essen, die Weihnachtsstimmung und besonders die staunenden Kinderaugen zu sehen. Holger hatte seit fünf Monaten nicht einen Tropfen getrunken. Die Abstinenz bekam ihm gesundheitlich sehr gut. Von Kreislaufproblemen oder Angstattacken keine Spur mehr. Er freute sich darüber, dachte aber jetzt wieder häufiger daran, mal ein Bier zu trinken. Besonders nach Feierabend kamen ihm diese Gedanken. Er stellte sich vor, wie das Gesöff ganz langsam seine Kehle durchlief und der kleine Rausch einsetzte. Von den harten Sachen wollte er nichts mehr wissen. Damit würde bloß wieder alles chaotisch werden. Vor allem der nächste Tag wäre dann nicht so erfreulich für ihn. Was jedoch am wichtigsten war, Laura wollte auf keinen Fall mehr wehtun. Auch hatte er keinen Bock darauf, am nächsten Morgen mit Kopfschmerzen, Unruhe, Kotzgefühl und so weiter aufzuwachen. Also würde er besser auf Wodka und Co. gerne verzichten. Er musste mit Laura sprechen. Ob bestimmt hatte sie nichts dagegen. Ihre Liebe war wieder einzigartig. Das hatten beide während der letzten Monate festgestellt. Laura war während der Therapie immer für ihn da. Das rechnete er ihr hoch an. Es hätte auch alles anders kommen können. Nach dem, was es sich ihr gegenüber geleistet hatte, wäre es nicht überraschend gewesen, wenn sie ihn verlassen hätte. Doch Gott sei Dank war sie noch da. In guten wie in schlechten Zeiten. An dieses Versprechen dachte Holger jetzt. Sie hatte ihm zum Glück seine Aussitzer verziehen und er würde sie nie wieder enttäuschen. Dazu liebte er sie zu sehr. Schatz! Holger war nervös, denn er wollte Laura fragen, ob er sich einen Kasten Bier beim Einkaufen mitbringen könne. Was meinst du, darf ich wieder ein Paar Bier gönnen? Laura überlegte kurz, was sie antworten solle, sagte dann aber, wenn du möchtest, warum nicht, darfst nur nicht übertreiben, du weißt, noch ein Ding und ich bin mit den Kindern weg. Holger schluckte bei diesen Worten, denn anscheinend traute sie ihm immer noch zu, dass er wieder vom Weg abkam. Das erste Bier nach über fünf Monaten, was für ein Genuss. Holger trank gesittet mit einem Glas. Wow, Laura, es schmeckt himmlisch. Irgendwie hat mir das die ganze Zeit gefehlt. Er bereute sofort diesen Satz, denn Laura sollte nur nicht denken, dass es ihm wirklich gefehlt hatte und vielleicht noch falsche Schlüsse aus dem Gesagten ziehen. Naja, gefehlt war nicht der richtige Ausdruck, aber es schmeckt wieder richtig gut nach so langer Zeit, beeilte er sich zu sagen. Ich gönne es dir, Liebling, lass es dir schmecken, erwiderte Laura. Sie verbrachten einen schönen Abend miteinander, kuschelten und lachten viel. Als sie zu Bett gingen, hatte Holger fünf Bier getrunken. Er fand das okay, so kann es weitergehen, er hatte alles im Griff. Der nächste Morgen. Holger wachte zuerst auf, überprüfte, wie es ihm ging, stellte keinerlei Beschwerden fest, stieg aus dem Bett und beeilte sich, Brötchen zu holen, als er zurückkam, hatte Laura schon den Tisch gedeckt, die Kinder waren anwesend und sie zelebrierten das gemeinsame Frühstück. Holger war sehr stolz auf sich und wiederholte immer wieder, siehste Schätzchen, hab doch gesagt, dass ich alles im Griff hab, ich freue mich so sehr, dass ich doch kein Alki bin, ich kann ganz normal trinken, wie früher, die Therapie war super und hat richtig was gebracht. Seit vier regelmäßig, jeden Abend meistens drei bis vier Bier und am Wochenende auch mal ein paar mehr. Alles lief gut, Laura war zufrieden mit ihrem Mann, sie atmete innerlich auf. Noch mal Glück gehabt, dachte sie. Doch dann kam alles anders. Mario wurde 60 und veranstaltete zu diesem Jubiläum eine große Party. Dazu lud er seine gesamte Familie ein. Insgesamt waren ca. 30 Menschen bei diesem Fest anwesend. Der Geburtstag war zwar Montag, doch die Feier fand am Samstag statt, sodass auch wirklich alle kommen konnten. Los ging es mit dem Mittagessen, danach gemütliches Beisammensein im Haus von Regina und Mario. Platz war genug vorhanden und es bildeten sich nette Gesprächsrunden. Die meisten kannten sich von früheren Festen und waren erfreut, den einen oder anderen wiederzutreffen. Marios Bruder Werner hatte ein gutes Verhältnis zu Holger. Die beiden konnten schon immer gut miteinander und so war es nicht erstaunlich, dass sie sich fast ohne Pause unterhielten. Auch in Marios Familie wurde viel getrunken. Dies beschränkte sich allerdings ausnahmslos auf Feiern wie diese. Werner gehörte zu den trinkfestesten Typen, wusste aber genau, wann es ihm nicht mehr bekam. Holger trank Bier, zunächst zurückhaltend, doch zu späterer Stunde hatte er immer ein volles Glas Bier vor sich, welches er meistens in einem Schluck leer trank, um es sich gleich danach wieder voll zu gießen. Laura beobachtete dies mit Sorge. Hoffentlich weiß er, wann er aufhören muss. Sie hatte nicht mitgezählt, aber ab dem Mittagessen bis jetzt hatte er bestimmt schon zehn Bier getrunken. Sie nahm ihn kurz zur Seite und wies ihn darauf hin, nicht zu viel zu trinken und rechtzeitig aufzuhören. Holger tat dies lachend ab und meinte, sie würde sich zu viel Sorgen machen. Sechzig wird man nur einmal, also muss dieser Geburtstag ordentlich begossen werden. Er trank weiter sein Bier, doch plötzlich sah sie, Werner ihrem Mann ein volles Schnapsglas hinstellte. Sie erschrak. Bloß nicht das noch. Sie stand auf und wollte Holger davon abhalten, doch er hatte die Flüssigkeit bereits in sich hineingekippt. Scheiße, dachte Laura, mit dem Bier war es schon zu viel. Wenn jetzt noch der Schnaps dazu kam, brauchte sie keine große Fantasie, um sich auszumalen, was geschehen würde. Gegen Mitternacht bestellte Laura ein Taxi. Die Kinder durften bei Oma und Opa schlafen, sodass sie mit Holger allein nach Hause fuhr. Dort angekommen musste sie ihrem Mann aus dem Auto helfen, weil er kaum noch laufen konnte. Na toll. Hoffentlich bekam sie ihn ins Bett. Sie schaffte es, ihm die Klamotten auszuziehen und auch noch die Treppe hoch schön die Feier war. Endlich hatte sie ihn im Bett. Kurze Zeit später schlief er ein. Laura war unendlich erleichtert. Nun musste sie dafür Sorge tragen, dass er nicht nach dem Aufwachen sofort wieder zur Buddel greift. In der Garage standen noch acht Bier im Kasten. Was sollte sie nur tun? Fünf Flaschen nahm sie raus und versteckte sie sorgfältig. Die anderen drei ließ sie stehen. Warum tat sie das eigentlich? Wenn Holger morgen aufwacht, werde sie im Sau dreckig gehen, das wusste sie. Entweder er blieb so, wie früher, den ganzen Tag im Bett, das wäre ein gutes Zeichen und fast wie ein Sechser im Lotto. Für sie war dann klar, er wäre nicht abhängig. Oder aber, er hatte morgen früh den Drang weiter zu tränken, das wäre die Katastrophe. Die ganzen Wochen verlief alles super, sie waren wieder eine Familie. Justin fragte zwar manchmal, warum der Papi so laut redete, wenn er Bier trank, und dass ihm dies Angst mache. Doch Laura konnte ihn immer wieder mit ihren Worten beruhigen. Der Papi ist jetzt wieder lieb und Justin bräuchte keine Angst zu haben. Jedes Mal, nachdem sie ihn beruhigt hatte, dachte sie darüber nach, was wohl in dem Jungen vorging. Sorgenvoll legte Laura sich ebenfalls ins Bett und schlief wenig später ein. Sie schreckte hoch. Wie spät war es? Der Blick auf die Uhr verriet ihr, dass es kurz nach acht war. So lange hatte sie geschlafen? Wo war Holger? Das Bett neben ihr war leer. Sie hatte nicht mitbekommen, dass er vor ihr aufgestanden ist. Sie zog sich schnell etwas über und ging nach unten, um ihn zu suchen. Holger saß mit glasigen Augen in der Garage und hielt eine Bierflasche in der Hand. Ihre Vorahnung bestätigte sich. Laura hätte in diesem Moment heulen können. Es war wie eine Ohnmacht, weil sie nichts tun konnte. Er soff wieder, und was dabei rauskommen würde, ahnte sie. Moin Liebling, na, alles klar bei dir? Holger schien gut drauf zu sein. Bei mir ja, und wie läuft's bei dir, wie ich sehe, trinkst du schon wieder? Ist nur ein Bier, Schatz, waren noch drei im Kasten, hab ich mir reingezogen und nun ist auch gut. Holger sprach immer noch oder schon wieder ein wenig lallend. Sollte sie das glauben, dass es genug war für ihn? Oder heckte er etwas aus? Sie kannte ihren Mann und noch zu gut wusste sie, wie es war, als er das erste Mal weiter getrunken hatte. Ihr wurde langsam kalt und sie ging zurück ins Haus. Holger wunderte sich, dass Laura nicht sauer war. Plötzlich bemerkte er, dass nur drei Bier im Kasten waren, doch er wusste genau, es waren gestern noch acht vorhanden. Laura musste sie versteckt haben, da gab es keinen Zweifel bei ihm. Er regte sich innerlich darüber auf. Ihm war auch bewusst, dass wenn er nüchtern wird, es ihm nicht besonders gut gehen wird. Und das wollte er vermeiden. Er hatte keinen Bock auf diesen ganzen Entzug Scheiß. Zu diesem Zeitpunkt waren ihm alle seine Versprechen egal. Holger musste jetzt dringend eine Lösung finden, um an Alkohol zu kommen. Heute war Sonntag und die nächste Tankstelle zehn Kilometer entfernt. Bisschen weit zu Fuß. Mit dem Rad würde es aber eher gehen. Er war stolz auf seine geniale Idee. Was Laura dazu sagen würde, interessierte ihn nicht, denn sie war diejenige, die sein Bier versteckt hatte. Außerdem würde ohne Probleme aufhören können. Er brauchte sich einfach nur runtersaufen. Mit diesen Gedanken und dem Portemonnaie in der Tasche stieg er auf sein Rad und fuhr in Richtung Nachbarsdorf. Laura erschrak zu Tode, als sie Holger mit dem Rad vom Hochfahren sah. Der holt sich Nachschub. War es ein Fehler, das Bier zu verstecken? Sie stellte sich schon wieder das Schlimmste vor. Er konnte es nicht. Er ist Alkoholiker. Wie sollte es nur weiter gehen? Trennung? Immer wieder dieser Gedanke. Doch es gab auch einen kleinen Hoffnungsschimmer. Konnte die Liebe zwischen ihnen diese teuflische Sucht besiegen? Sie kannte einige Paare, bei denen einer Sucht krank war und meistens kam es früher oder später zur Scheidung. Oder aber es war so wie bei ihrer Freundin Sabine, dass der Partner kapitulierte. Jedes Mal machte der Suff die ganze Familie kaputt. Jedes Mal mussten ausnahmslos alle Familienmitglieder leiden. Laura wollte das nicht. Sie wollte nicht leiden und schon gar nicht ihre Kinder. Schaffte sie es, dass sich ihr Mann statt des Alkohols für seine Familie entschied? Mit bangen Warten saß sie am Fenster und hoffte so sehr, dass Holger gleich wieder hier ist. Dass sie vielleicht nur mit ein paar Bier nach Hause kam. In ihrem Inneren war jedoch diese schreckliche Ahnung, dass er knackenhart zurückkommen würde. Das Fahren mit dem Rad war kein Problem für Holger. So viel hatte er noch nicht gesoffen, sodass es reibungslos verlief. Sollte er erwischt werden und schon wieder pusten müssen, hatte er ein Problem mehr an der Backe. Radfahren unter Strom war genauso strafbar wie mit dem Auto. Er wusste das, es war ihm aber egal, wie ihm fast alles momentan egal war. Darüber verschwendete er keinerlei Gedanken mehr. Jetzt musste er für Nachschub sorgen, das war sein Ziel. Bei der Tanke angekommen saßen schon ein paar Jungs draußen und tranken gemütlich aus der Flasche. Er gesellte sich zunächst zu ihnen. Na, macht ihr Frühschoppen? Klar, du weißt doch, die Flamme muss am Loran bleiben, antwortete einer von ihnen. Alle brachen ihn laut dem Lachen aus. Holger haute auch einen rein. Zwischen Lehm und Milz passt immer noch ein Piss. Wieder lachten alle. Holger fragte, ob er einen Schluck bekommen könne. »Hier, dazu ist er doch da«, meinte einer von den dreien. Holger kannte alle flüchtig vom Sehen. Normalerweise hat er diese Sorten Mensch immer verabscheut. Während er jetzt aber hier mit ihnen herum alberte, fand er sie ganz okay. So schlimm wie er immer dachte, sind die gar nicht. Ganz normale Männer, die sich genau wie er gern mal einen gönnen. »Ich gehe erst mal rein und hole Nachschub«, erwiderte Holger. »Hey, gute Idee, Alter, dann bis gleich.« Die drei freuten sich. Als Holger wiederkam, war einer von ihnen verschwunden. »Wo ist der hin?« fragte er die anderen beiden. »Ach, seine Olle hat ihn gerade angerufen, wenn er nicht nach Hause kommt, kann er was erleben.« Holger lachte lauthals. »Soweit kommt es noch, dass ich mir alten vorschreiben lasse, wann ich wieder zu Hause bin.« Die Flasche ging herum und kurze Zeit später war sie leer. Holger hatte noch eine zweite dabei und auch diese wurde ruckzuck ausgesoffen. Danach gingen die anderen beiden nach Hause. Für Holger wurde es Zeit, ebenfalls den Heimweg anzutreten. Er holte noch eine Flasche aus der Tanke und setzte sich auf sein Rad. Während er angekommen war, der zurück in sein Dorf führte, machte er eine Pause und setzte sich ins Gras. Etwas später lag er auf dem Rücken und schlief ein. Als er erwachte, wusste er zunächst nicht, wo er war und wie er hergekommen ist. Ganz langsam rappelte er sich auf und bekam einen heftigen Schreck. Wo war sein Beutel? Hat er ihn etwa unterwegs verloren? Dann müsste Sein Rad lag neben ihm. Doch wo befand sich der Beutel? Plötzlich durchzog ihn eine nicht beschreibbare Freude. Drei Meter von ihm entfernt lag er. Vorsichtig öffnete er sein Behältnis und zog bedächtig die Flasche heraus. Ein paar Bier waren auch noch darin. Alles da. Holger freute sich, nahm einen großen Schluck und setzte seinen Weg fröhlich vor sich her singend Manchmal gefährlich hin und her mit seinem Rad, konnte sich aber immer noch rechtzeitig abfangen. Dann war er endlich zu Hause. Du hast dir schon wieder etwas geholt. Holger, du kannst nicht aufhören. Was soll dieser Mist? Laura versuchte sich zurückzuhalten, doch es gelang ihr nicht. Halt deine Klappe, was willst du von mir? Du hast doch mein Bier versteckt und ich hatte Durst. Holger bildete die sich ein. Nimmt ihm sein Bier weg und dann diese Begrüßung? Laura konnte froh sein, dass er wieder heil angekommen ist. Weißt du eigentlich, was für einen Weg ich auf mich genommen habe? Ich musste zur Tanke fahren, nur weil du so blöd bist und mir das Bier weggenommen hast. Laura war klar. Wenn sie jetzt weiter mit ihm diskutierte, wird er wieder ausrasten. Davor hatte sie Angst. Er war schon wieder höchst aggressiv und gereizt. Sie ging in das Haus. Justin fragte sofort wieder, was los sei. Lisa weinte. Beide hatten den Streit ihrer Eltern mitbekommen. Alles gut, meine Süßen, wir gehen jetzt nach draußen spielen. Holger kam rein und schrie sofort herum. Wo ist das Mittag? Bist du jetzt auch noch zu faul zum Kochen? Laura bekam immer mehr Angst. Ich hab dir das Essen warm gestellt. Hast du mal auf die Uhr geschaut? Es ist bald wieder Abendbrot Zeit. Halt deine Klappe! Vielleicht bestimmst du noch, wann ich auf die Uhr schau. Her mit dem Essen! Laura gab ihm schweigenden Teller, nachdem sie noch mal in die Mikrowelle gestellt hatte. Sie war gerade dabei, mit den Kindern nach draußen zu gehen, als Holger schrie, Was ist das denn für ein Fraß? Das kannst du einem Köter vorsetzen, aber nicht mir. Hast wohl mit Absicht gemacht, weil ich wieder losgezogen bin. Er schmiss mit einer Handbewegung den Teller vom Tisch, stand auf und kam mir bedrohlich nahe. Beruhige dich Holger, hörte Laura sich sagen, ich hab so gekocht wie immer, es hat uns allen dreien geschmeckt. Holger kam noch näher und Laura ging schnell mit den Kindern, die jetzt beide laut weinten nach draußen. Warum heult ihr dummen Gören? schrie Holger, wenn hier einer einen Grund zum Heulen hat, dann bin ich es. Eure Mutter kocht diesen Fraß und ich soll es auch noch essen? Die Olle will mich vergiften! Mit diesen Worten schnappte er sich seinen Beutel und ging in das Wohnzimmer, machte den Fernseher an, murmelte noch etwas vor sich hin und nahm erneut einen ausgiebigen Schluck aus seiner Flasche. Laura hatte große Mühe, sich selbst, aber vor allem Justin und Lisa zu beruhigen. Papi ist schon wieder krank und deshalb ist er so ärgerlich, sagte sie zu den beiden, die immer noch schluchzten. Warum hat er dich so beleidigt? So etwas tut man nicht. Du hast so ein schönes Essen gekocht und er schmeißt es einfach runter. Ich hasse ihn, ich hasse ihn, ich hasse ihn. Jetzt geht das alles wieder los, Mami, ich will das nicht. Justin war sichtlich wütend auf seinen Vater, während Lisa voller Angst und eingeschüchtert auf der Bank saß. So etwas hatten die beiden noch nie erlebt und Laura würde alles dafür geben, wenn sie die hässliche Szene nicht mitbekommen hätten. Doch leider hatten sie alles mit ansehen müssen. Laura war fix und fertig. Jetzt war Holger schon so weit, nicht nur sie, sondern auch die Kinder anzuschreien. Dann diese Angst, als er vor ihr stand. Sie wusste nicht mehr weiter. Schon wieder zu ihren Eltern wollte sie nicht. Ihre Hoffnung war, Holger würde irgendwann einschlafen, am besten gleich auf der Couch. Alle drei versuchten, draußen etwas zu spielen, doch die ausgelassene Stimmung, die sonst dabei war, gab es heute nicht. Nach einer Stunde ging Laura vorsichtig und leise in das Haus, um nach Holger zu sehen. Sie hoffte so sehr, dass er schlief, denn sie musste das Abendbrot zubereiten. Holger lag halb auf der Couch und halb auf dem Fußboden. Sie musste jetzt versuchen, doch wie sollte sie es anstellen, ohne dass er sofort wieder ausrastete? Vorsichtig rief sie ihn bei seinem Namen. Keine Reaktion, noch mal der gleiche Versuch. Holger knurrte etwas Unverständliches, schlug dann aber seine Augen flackernd auf und fiel sofort auf den Fußboden, auf dem er weiterschlafen wollte. Holger, du musst ins Bett, ich helfe dir. Laura sprach bedächtig mit ihm, anscheinend war die Aggression von vorhin wie weggeblasen, denn Holger richtete sich auf und ließ sich von seiner Frau ins Schlafzimmer bringen. Laura half ihm aus seinen Klamotten und war unendlich froh, als er in sein Bett fiel und kurze Zeit später schlief. Nach dem Abendbrot, welches wieder nicht ohne Fragen der Kinder zu ihrem Pappi ablief, brachte sie die beiden in ihr Zimmer und erklärte ihnen noch einiges aus der Not heraus, um sie zu beruhigen. Etwas später schliefen ihre Lieblinge ein. Jetzt konnte Laura endlich durchatmen. Sie ging ins Wohnzimmer und ließ die entsetzlichen Stunden Revue passieren. Sie wusste nicht, was sie tun sollte. Normalerweise stand für sie vor ein paar Wochen unerschütterlich fest. Sollte es noch einmal zu derartigen Ausschreitungen kommen, wäre endgültig Schluss. Nun haderte sie wieder, obwohl auch die Kinder immer mehr in diese Sache hineingezogen wurden und Holger keinen Halt vor ihnen machte. Wo sollte das hin führen? Wird es noch schlimmer oder besinnt er sich morgen wieder? Trotz allem tat Holger ihr Leid. Warum wusste sie nicht. Irgendwann schlief sie auf der Couch ein. Am nächsten Morgen trank Holger überraschender weise nicht weiter. Er nahm seine Beruhigungstabletten, von denen er noch einige hatte und kam damit ganz gut über den Tag. Alle Familienmitglieder waren unendlich erleichtert. Holger entschuldigte sich tausendmal bei Laura, ähnlich wie beim letzten Mal. Er versprach, kürzer zu treten, denn Bier würde ihm nichts ausmachen, es wäre der Schnaps, der ihn so sehr veränderte. Eigentlich wusste er das, doch gestern war eine Ausnahme. Obwohl es für ihn vom gestrigen Tag so gut wie keine Erinnerung mehr gab, glaubte er seiner Frau, die ihm schonungslos erzählte, wie er sich wieder benommen hatte. Holger schämte sich in Grund und Boden und konnte sich das nicht erklären. Warum veränderte er sich so gravierend? Er liebte seine Familie über alles und wollte niemandem wehtun. Trotzdem tat er es. Wie sollte er denn jetzt mit den Kindern umgehen und vor allem mit Laura? Anscheinend verzieh sie ihm auch diesmal zum Glück. Doch er musste jetzt wirklich aufpassen, denn sonst wird er seine Familie verlieren. Nach einer Woche Abstinenz trank Holger wieder ein paar Bier. Er hatte Bock darauf, doch er wusste auch, dass es beim Bier bleiben musste. Alkoholiker war er nicht, davon war er felsenfest überzeugt. Wäre er es, könnte er nicht mehr aufhören. Die Vergangenheit jedoch hatte gezeigt, dass er es immer wieder konnte und eine ganze Weile nichts brauchte. Also war er nicht süchtig nach dem Zeug, auch wenn ihm seine ehemaligen Therapeuten und der Hausarzt etwas anderes einreden wollten. Die nächsten drei Wochen trank Holger nur an den Wochenenden, fing Freitagabend an und hörte Sonntagabend auf. Am Montag, wenn er zur Arbeit musste, nahm er ein paar von seinen Zaubertabletten und alles war okay. Dies ging eine geraume Zeit gut, bis er wieder mal während der Arbeitszeit trank. Er hatte plötzlich ein unbändiges Verlangen nach etwas Alkoholischem. Während der Mittagspause ging er schnellen Schrittes in den naheliegenden Konsum und holte sich zwei Flachmänner. Er war der Meinung, dass keiner den Clan riechen würde. Bei Bier, das wusste er, war es anders. Da roch jeder die Fahne schon von Weitem. Er freute sich wie ein kleiner Junge, als er die Flasche auftrete und diese einen betörenden Geruch verströmte. Er nahm einen winzigen Schluck und genoss das Brennen in seinem Hals. Sofort verspürte er diese vorzügliche Leichtigkeit und Wärme, die ihn durchzog und die er lange Zeit vermisst hatte. Bier war zwar auch nicht schlecht, konnte aber mit dem Schnaps nicht mithalten. Als seine Mittagspause beendet war, hatte er beide Fläschchen geleert und war guter Dinge. Keiner bemerkte etwas und er freute sich auf den Feierabend, denn dann würde er sich wieder zwei Flachmänner holen. Wenn er Laura nicht besonders innig küsste, würde es ihr nicht auffallen. Er hatte sich getäuscht. Laura sah ihm sofort an, dass er etwas getrunken hatte und stellte ihn auch gleich zur Rede. Zuerst stritt Holger alles ab. Als er jedoch bemerkte, dass es sinnlos war, gab er den Fehltritt, wie er es nannte, zu. Laura konnte es nicht glauben und machte ihm enorme Vorwürfe. Jetzt geht ihr Gemecker schon wieder los, dachte er. Sie sollte mal den Ball flach halten, schließlich ist er nicht volltrunken. Nach diesem verbalen Austausch ließ Laura ihn in Ruhe und widmete sich ihrer täglichen Feierabend Arbeit, sprach aber kaum noch mit ihm. So sehr er sich auch um ein normales Gespräch bemühte, es kam nicht zustande, weil Laura ablockte. Soll sie doch, dann eben nicht. Ab diesem Zeitpunkt trank Holger jeden Tag seine zwei Flachmänner auf der Arbeit und abends auch zu Hause. Das Verhältnis zu Laura, zu Justin und Lisa wurde dadurch frostiger. Holger versuchte Laura immer wieder klarzumachen, dass er sich nicht bis zur Besinnungslosigkeit betrank, sondern nur ein wenig Entspannung genießen wollte nach seiner harten Arbeit. Laura hatte jedoch kein Verständnis dafür. Die Wochen vergingen und Holger bemerkte bei sich selbst eine immer größer werdende Gereiztheit. Er hatte sich nicht im Griff, schrie Laura und die Kinder bei Kleinigkeiten an und war auch sonst sehr unzufrieden. Als Justin beim Abendbrot sein Glas fallen ließ und dieses mit lautem Knall auf den Fliesen zersplitterte, knallte er ihm sofort eine, worauf der Junge anfing zu weinen. Laura war außer sich vor Wut. Schlägst du jetzt auch schon deine Kinder? Justin hat ein Glas fallen lassen. Was bitte ist daran so schlimm? Er hätte besser aufpassen sollen. Kostet schließlich alles Geld oder wachsen Gläser auf den Bäumen. Es sollte lustig rüberkommen, um die Situation zu entschärfen, doch das Gegenteil war der Fall. Laura nahm Justin und Lisa, die inzwischen leise weinte, und ging mit ihnen in das Wohnzimmer. Na toll, jetzt ließen sie ihn auch noch alleine hier sitzen. Laura spinnt schon wieder ganz gewaltig. Er musste sie zurecht weisen, damit sie weiß, wer hier der Chef ist. Laura, kannst du mal herkommen, schrie er lauthals. Daraufhin erschien Laura in der Küche und bekam im selben Augenblick eine knallharte Ohrfeige von Holger. Nur damit du weißt, dass du so nicht mit mir umgehst und schon gar nicht vor den Kindern, du doofe Kuh. Er hörte, wie die Kinder jetzt beide lauthals heulten und schrie ihnen zu, sie sollten in ihr Zimmer verschwinden, was sie auch sofort taten. Holger, was tust du nur? Lauras Stimme zitterte. Bist du völlig von Sinnen? Ihr Gesicht schmerzte. Holger stand vor dem Kühlschrank. Sie stellte sich hinter ihn und wollte ihn beruhigen, weil eine unbändige Angst in ihr aufstieg. Er war schon wieder unberechenbar. Laura wusste nicht, was er als nächstes tat. Sie redete ruhig und sachlich auf ihn ein, damit er wieder runterkam. Sie wusste nicht mehr, wie es dazu kam, doch Holgers rechter Ellbogen traf sie mitten in ihr Gesicht. Er hatte sie abweisen wollen und schlug seinen Arm blitzschnell nach hinten, genau in ihre Richtung. Laura sackte zusammen und sah im wahrsten Sinne des Wortes Sterne. Justin, der von der Treppe aus alles mit angesehen hatte, schrie laut, lass meine Mami in Ruhe, sie blutet, seine helle Stimme überschlug sich. Er kam die Treppe runtergerannt und versuchte seinen Vater beiseite zu schieben. Dieser gab Justin eine so harte Ohrfeige, dass auch der Junge zusammen sackte, sich aber schnell hochrappelte und in sein Zimmer lief. Auch Laura verließ mit ihrem blutenden Gesicht die Küche, rannte in das Zimmer von Justin und schloss hinter sich die Tür ab. Alle drei zitterten und weinten. Hört auf mit eurem Rumgeheule, hörten sie Holger schreien, sonst komme ich rein zu euch, dann könnt ihr alle drei was erleben. Laura umschlang fest ihre Kinder und betete dem Stillen, dass dieser Mann nicht in das Zimmer kommen würde. Von draußen hörte sie noch einen lauten Knall, als wenn Holger etwas zertrümmert hätte, dann war plötzlich Ruhe. War er weg? Oder saß er irgendwo? Vielleicht lauerte er auch vor der Türe und wartete bis sie rauskam, um mir dann wieder weh zu tun. Ihre wichtigste Aufgabe war es jetzt, Justin und Lisa zu schützen. Sie hätte Justin abhalten sollen von seinem Vorhaben, doch es ging alles so schnell. Sollte er noch mal den Kindern etwas antun, könnte sie für nichts mehr garantieren. Eingriff zum Küchenmesser und sie würde ihn abstechen. In diesem Augenblick wünschte sie ihm den Tod. Sie blutete aus der Nase und versuchte mit einem Taschentuch die Blutung zu stellen. Hoffentlich war nichts gebrochen. Die Kinder schmiegten sich eng an sie und weinten leise. Besonders Lisa konnte sie nicht beruhigen. Laura redete ruhig mit den Kindern, dass sie in einiger Zeit schliefen sie beide in ihren Armen ein. Vorsichtig legte sie zuerst Lisa, dann Justin das Bett. Zum Ausziehen war jetzt nicht der richtige Moment. Laura war froh, dass sie schliefen. Langsam ging sie die Treppe hinunter, immer in Erwartung, dass ihr Mann irgendwo hervortrat. Im Flur hatte Holger ein riesiges Loch in die Gipskartonwand getreten. Als sie das gesamte Haus abgesucht hatte, stand fest, er war nicht da. Für sie war klar, er holte sich Nachschub. Sie wusste nicht, was sie tun sollte. Wenn sie ihn später nicht rein ließ, würde mit Sicherheit die Tür eintreten. Während sie aus dem Fenster blickte, sah sie ihn antorkeln, völlig besoffen. Vielleicht war das diesmal ein gutes Zeichen, dachte sie. Sie hoffte so sehr, dass er sich bei blut im Gesicht hatte. Er wusste von nichts mehr. Nach langem Hin und Her schaffte Laura es endlich ihn ins Bett zu bewegen. Zuerst wollte er nicht, doch Holger war dermaßen besoffen, dass er sich schließlich überreden ließ. Laura zitterte immer noch. Zu diesem Mann ins Bett legen? Nein, das ging gar nicht. Sie erkannte ihn nicht mehr wieder. Was richtete Alkohol nur alles Sie dachte in diesem Moment an Sabine und ihrem versoffenen Mann. Die beiden waren immer noch zusammen. Damals konnte Laura es nicht verstehen, doch war sie anders? Sie hatte immer gesagt, sollte Holger jemals seine Hand gegen sie oder die Kinder erheben, wäre sofort die Scheidung angesagt. Und jetzt? Als er sie zum ersten Mal geschlagen hatte, dachte sie sofort über eine Trennung nach. Und auch diesmal tat sie es, aber konnte sie es auch umsetzen? Wieder hatte er diesmal sehr wehgetan, obwohl körperlich als auch seelisch. Mit den heftigen Schlägen gegen sie konnte Laura leben, doch die Vorstöße gegen die Kinder, besonders gegen Justin, waren total widerwärtig und nicht mehr annehmbar. Laura wusste, wenn er nicht endlich rigoros aufhörte zu trinken, musste sie sich trennen. Die Liebe zu ihm hatte er noch nicht zerstört, sie konnte es kaum fassen, doch trotz alldem tat Holger ihr auch diesmal wieder leid, weil er nicht dieser Mensch war, den sie momentan erlebte, er war ein lieber Mann, der Alkohol veränderte ihn, und es musste doch verdammt nochmal eine Lösung geben, damit er wieder zu ihren sanftmütigen und geliebten Holger wurde. Langsam wurde sie müde und ging in das Kinderzimmer. Die beiden schliefen friedlich. Sie nahm eine Decke und legte sich vor das Bett der Kinder, um ebenfalls zu schlafen. Alleine in diesem Zimmer konnte sie die beiden nicht lassen. Laura verzieh Holger auch diesmal wieder. Es war ein Auf und Ab. Holger trank wochenlang nicht einen Schluck, dann wieder ging alles von vorne los. Freitagabend Bier mit dem Versprechen, er würde nichts anderes anfassen und schon gar nicht die harten Sachen trinken. Samstagmorgen ging es zunächst mit Bier weiter, dann holte er sich erneut Klaren oder auch Wodka und sofft das ganze Wochenende durch. Während dieser Zeit demütigte er Laura und auch immer wieder die Kinder. Justin nannte er eine Memme, weil er viel weinte. Laura bekam regelmäßig Schläge, wurde schwer von ihm beleidigt und manchmal auch vergewaltigt, wenn die Kinder bei der Oma waren. Laura hatte absolut keine Lust mehr mit diesem Mann zu schlafen, doch er zwang sie dazu, was bei ihr Ekel und Abscheu hervorrief. Sie tat nur noch das Allernötigste, damit er seine Befriedigung bekam und nahm es in Kauf, weil sie Angst hatte, dass er sie sonst zusammenschlagen würde. Währenddessen erinnerte sie sich schwach daran, dass ihre Mutter Ähnliches über ihren Vater berichtet hatte, warum nur musste sie dasselbe durchmachen. Die Kinder sprachen nur noch wenig, hatten kaum noch Spaß am Spielen, selbst wenn Holger nüchtern war, trauten sie ihm nicht mehr. Holger bemerkte das und wurde regelmäßig wütend auf die beiden, was wiederum zur Folge hatte, dass er sie beschimpfte, die schulischen Leistungen von Justin fielen in den Keller, bis er schließlich versetzungsgefährdet war. Seine Lehrerin sagte zu Laura in einem Vier-Augen- Gespräch, dass irgendetwas nicht stimmt mit dem Jungen. Er wäre oft abwesend und könne sich nicht konzentrieren. Laura jedoch verschwieg die Gründe für die schlechten Ergebnisse von Justin. Sie kannte die wahren Ursachen, traute sich aber nicht darüber fiel. Auch da hatte sie ein Gespräch mit Lisas Erzieherin, die erzählte, dass Lisa in der Kita meistens alleine spielte und oft aus heiterem Himmel anfing zu weinen. Laura selbst war schon lang am Ende. Warum nur trennte sie sich nicht? Die Liebe zu Holger erkaltete immer mehr. Gefühle hatte sie keine für ihn, ganz im Gegenteil. Sie fand ihn nur noch widerwärtig. Warum also war sie noch bei ihm? Ihre Kinder veränderten sich immer mehr vor ihren Augen und sie tat nichts, um es zu ändern. Lisa kam bald zur Schule und bei Justin musste sie alles tun, dass er versetzt wurde. Ständig hatte sie diese Gedanken, brach dann jedes Mal in Tränen aus, doch schaffte es nicht, dem ganzen Horror ein Ende zu setzen. Vor ihrem geistigen Auge sah sie den Mann, in den sie am Anfang so sehr verliebt war, den sie geliebt hatte. Niemals hätte sie sich vorstellen können, jemanden anderen als Holger zu heiraten, in guten wie in schlechten Zeiten und bis dass der Tod euch scheidet. Galt das auch, wenn der Mann so einen Monster mutierte? Immer wieder redete ihre Mutter eindringlich auf sie ein, sich zu besser werden. Holger musste zuerst ganz tief fallen, alles verlieren, erst dann bestand die Möglichkeit aufzuwachen. Das waren ihre Worte. Immer und immer wieder. Auch ihre Schwestern Anne und Marie versuchten mit Laura zu reden, doch auch bei ihnen machte Laura dicht, weil es nicht vorstellbar für sie war, dass ihr noch jemand helfen könne. Sie dachte über die Worte ihrer Mutter nach, was war tief fallen. Der Führerschein war weg, aber alles andere besaß er noch, seine Familie, die er ständig drangsalierte, das Haus, an dem er so gut wie nichts mehr tat, und seine Arbeit, bei der das Gesaufe toleriert wurde, wenn er seinen Spiegel halten konnte. Solange er das Pensum schaffte, hatte er dort nichts zu befürchten, und körperlich schien es ihm auch noch gut zu gehen. Eigentlich hatte er noch alles, bis auf den Führerschein. Er versprach und versprach jedes Mal, wenn es ihm nach seinem Saufgelage dreckig ging, heulte er Laura was vor. Diesmal ist es wirklich das letzte Mal. Nie wieder harte Sachen, nie wieder werde ich dich und die Kinder schlagen, bitte glaub mir, bitte trenn dich nicht von mir, das werde ich nicht überstehen, Laura. schluchzend sagte Laura zu ihm, wie soll ich dir jemals wieder vertrauen, wie, Holger, woher soll ich wissen, dass du es beim nächsten Mal nicht wieder tust, dass du mich nicht schlägst, beleidigst und die Kinder schlecht behandelst. Laura, ich liebe dich so sehr, kam von Holgers Seite, ich würde mein Leben für dich geben, du bedeutest mir so viel, ich brauche dich und die Kinder, bitte bleib bei mir. Ich glaub dir das alles, Holger, jetzt bist du nüchtern und ich kann mit dir normal reden, auch wenn du getrunken hast, erkenne ich dich nicht wieder, du bist dann ein anderer Mensch und das ertrage ich nicht mehr. Ich werde es dir beweisen, sagt Holger zum Abschluss des Gesprächs. Nach drei Wochen hatte er all das vergessen. Immer wieder drang Laura auf Entgiftung und Therapie, doch davon wollte er nichts wissen. Er sei kein Alki und sie sollte ihn nicht mit diesen Typen vergleichen. Er kann aufhören, wann er will. Er versprach, das Vertrauen der Kinder wieder zu gewinnen, was ihm allerdings aufgrund seiner immer wieder kehrenden Eskapaden nicht gelang. Die trockenen Abstände wurden kürzer. Holger soff jetzt jedes Wochenende und auch an den anderen Tagen hielt er sich nicht mehr zurück. Unter der Woche trank er zwar weniger, dadurch war es halbwegs mit ihm auszuhalten, dafür dann aber an den Wochenenden umso mehr. An die Schläge hatte Laura sich fast schon gewöhnt. Holger war bei jeder Kleinigkeit gereizt und sofort auf 180. Egal was Laura sagte, er wurde wütend. Sagte sie nichts, war es auch nicht richtig. Sprichst wohl nicht mehr mit mir oder was? Wandert seine Worte. Er schlug sie meistens, wenn die Kinder schliefen oder nicht im Haus waren, denn er wollte nicht als der böse Papi dastehen. Dann aber immer mit der flachen Hand, sodass die Nachbarn nichts zu reden hatten. Laura war es ständig gerötet und mit großen Schmerzen verbunden. Auch gab er ihr Tritte in den Unterleib, bei denen sie sich krümmte und wimmerte, doch das hielt ihn nicht davon ab, sie anschließend noch zu vergewaltigen. Sie solle sich ihm nicht verweigern, schließlich ist sie seine Frau und er hat ein Recht darauf, mit ihr zu schlafen. Er verstand nicht, dass Laura ihn einfach nur noch gewähren ließ. Warst auch früher nicht so verklemmt? Bin ich dir nicht mehr gut genug oder hast du einen anderen? Sie musste sich ständig rechtfertigen mit irgendwelchen Ausreden, die er aber nicht verstehen konnte. Am nächsten Tag wusste er nichts mehr davon, konnte oftmals nicht glauben, dass er so gewaltsam mit Laura umging. Wenn er nüchtern war, konnte sie mit ihm ganz normal reden, doch so wie er seinen Pegel überschritten hatte, wurde er zum Monster. Laura war nicht mehr die, die sie einst war. Auch sie war verschüchtert, zurückhaltend, redete kaum noch mit jemandem und ließ auf der Arbeit nach. Natürlich fiel ihren Kollegen die Veränderung auf, doch außer Paul sprach sie niemanden darauf an. Laura hatte ständig ein merkwürdiges Gefühl, das hinter ihrem Rücken getuschelt wurde. Paul redete immer wieder genau wie ihre Mutter auf sie ein. Trenn dich endlich, so schwer wie es auch ist, du musst es tun, die und den Kindern zuliebe. Immer wenn er das sagte, war sie fest entschlossen, sich scheiden zu lassen. Wenn sie auch wieder zu Hause ankam, war es vorerst vergessen. Nicht selten kam es vor, dass Holger Laura anbettelte, wenn es ihm besonders schlecht am nächsten Tag ging, sie soll ihm doch bitte was besorgen, er würde auch nicht zu viel trinken. Laura war entsetzt über diese Forderung, tat es aber trotzdem. Was für ein Paradoxon. Das Zeug, welches ihn und seine Familie zerstörte, kaufte Laura ihm auch noch. Sie dachte sich dabei, wenn sie ihm nichts holte, wird er es sowieso tun. Entweder mit seinem Rad los eiern oder sich sogar in das Auto setzen, wer weiß, wann das passierte. Letztendlich fuhr er noch jemanden über den Haufen und sie würde sich ewig Vorwürfe machen. Dann brachte sie ihm lieber seinen Wodka und ließ sich von ihm beleidigen und verprügeln. Man gewöhnt sich an alles. Bei Holger vollzog sich die Volländerung vom lieben Mann zum Tyrannen sehr schnell. Laura wusste durch ihre Recherchen, dass es bei vielen schnell, bei einigen aber auch sehr lange dauern konnte, bis sie suchtkrank wurden. Einige wurden gewalttätig, andere nicht. Manche bekamen irgendwann die Kurve, andere verreckten am Suff. Sie wusste nicht, wie lange sie dieses Leben noch ertragen konnte und wollte. Lisas Einschulung bekam Holger, wenn überhaupt nur am Rande mit. An diesem Wochenende war er wieder mal komplett mit durch. Laura war froh, dass er bei den Feierlichkeiten in der Schule nicht dabei war. Sie hatte keine Lust, sich mit diesem besoffenen Penner zum Affen zu machen. Es wäre ihr außerordentlich peinlich gewesen. Für Lisa sollte es ein wunderschöner Tag werden und das wurde er. Sie feierten bei ihren Eltern Laura graute jedoch davor wieder nach Hause zu kommen, weil sie nicht wusste, wie es dort aussehen würde und ob ihr Kerl wieder handgreiflich wird. Irgendwann ergab sie sich. Sie litt an Depressionen, musste sich psychologisch behandeln lassen, bekam Medikamente, damit sie wenigstens schlafen konnte und funktionierte nur noch vor sich hin. Manchmal, wenn die Kinder sich stritten, war Laura dermaßen gereizt, dass sie die beiden am liebsten angeschrien hätte, doch sie tat es nicht, selbst dafür fehlte ihr die Kraft. Außerdem schrie sie Justin und Lisa niemals an, sondern versuchte immer auf ruhige Art und Weise zu schlichten. Sie wartete ab, bis die beiden im Bett waren und weinte sich dann, wie schon so oft in den Schlaf. Immer häufiger musste sie eine Krankschreibung zu ihrem Arbeitgeber bringen. Die Freunde, die Holger und sie hatten, vermieden es, sie zu besuchen. Sven und Alina wandten sich komplett von Holger ab, wollten Laura zwar helfen, da diese aber keine Hilfe wollte, ließen sie sie auch nicht mehr blicken. Früher waren sie oft eingeladen oder luden selbst ein, aber auf solche Dinge hatten sie keine Lust. In ihrer einst so fröhlichen Seele drang kein Lichtstrahl mehr hinein. Sie konnte sich nicht einmal mehr selbst fühlen oder wahrnehmen. Für Laura war es unvorstellbar, jemals wieder ein anderes Leben führen zu können. Sie war total zerrissen und schaffte es nur noch mit allerletzter Kraft, Justin und Lisa zu versorgen. Manchmal dachte sie kurz daran, sich das Leben zu nehmen, dem ganzen Leid ein Ende zu setzen. Jedes Mal riss sie jedoch sofort wieder weg von diesen Gedanken. Wer sollte sich dann um Justin und Lisa kümmern, die sie dringender denn je brauchten. Sie musste ihre Kinder beschützen. Das eigene Leben war ihr egal. Kapitel 13 Justin Justin verstand die Welt nicht mehr. Was war nur mit seinem Papi los? Warum musste er immer so viel trinken? Wenn er nicht trank, war er lieb, genau wie früher. Doch wenn er getrunken hatte, war es sehr schlimm zu Hause. Justin lag am Wochenende oft wach und konnte nicht schlafen. Immer hörte er die laute Stimme seines Vaters, der seine Mutter anschrie. Dann wieder war so etwas wie ein Klatschen zu hören und Mami weinte. Justin traute sich nicht aus seinem Zimmer, weil er eine ungeheure Angst hatte. Wie gerne hätte er seine Mutter beschützt, doch dafür fehlte ihm der Mut. Oft genug bekam auch er immer häufiger einige knallt und wusste nicht warum. Wenn irgendwann alles ruhig war im Wohnzimmer, dann konnte er endlich einschlafen. Vorher ging es nicht, so sehr er es auch versuchte. Er drückte sich sein Kissen auf die Ohren, doch auch dann hörte er noch die laute Stimme seines Vaters. Er hatte Angst um Mami. Was, wenn sie so sehr verprügelt wird, dass sie stirbt? Warum wird sie überhaupt verprügelt? Noch nie hat sie etwas Schlimmes getan. Ständig plagten ihn diese Gedanken. Auch in der Schule dachte er oft daran, was bei ihnen zu Hause los war. Wenn er vorher zu den besten der Klasse gehörte, war er jetzt schon fast der Schlechteste. Ihm fiel das Konzentrieren schwer. Zu Hause bei den Hausaufgaben war er mit den Gedanken ständig woanders. Auch traute er sich kaum noch mit Erwachsenen zu reden, weil er Angst davor hatte, etwas Falsches zu sagen. Abends hörte er seine Mami oft weinen und konnte es nicht ertragen. Auch Lisa weinte viel. Justin kümmerte sich um seine kleine Schwester. Er sagte zu ihr, dass Schlechtiges vorstellen und dann wären sie nicht mehr so traurig. Das taten sie auch, wenn es unten im Wohnzimmer wieder laut wurde. Sie erinnerten sich gegenseitig an die Dinge, die schön und lustig waren und es ging ihnen dadurch besser. Lisa schlief immer irgendwann ein und Justin war wieder alleine mit seiner Traurigkeit. Er war froh, dass er seine kleine Schwester hatte. Manchmal ließen manchmal fing sie sofort an zu weinen, wenn sie irgendwo eine laute Männerstimme hörte. Justin beruhigte sie dann, umarmte sie und versprach, dass nichts passierte. Er wusste, dass nicht seine Mami schuld an dem ganzen Tumult war, sondern sein Vater, der durch sein ständiges und vieles Getränke die Familie ins Chaos stürzte. Justin fing allmählich an, seinen Papa zu hassen. Eigentlich hatte er ihn sehr lieb, doch durch seine Brutalität war die Achtung und der Respekt vor ihm fast auf dem Nullpunkt. Er hatte stets zu seinem Papi aufgeschaut und ihn bewundert. Er wollte immer genauso sein wie er. Justin tat alles, um es ihm recht zu machen, damit er gelobt wurde. Doch leider hatte sein Vater meistens nur Böse Worte für ihn. Jetzt wünschte er sich manchmal, dass seine Mami sich scheiden ließ. Wiederum hatte er aber auch gleichzeitig Angst davor, weil er dachte, seine Mami könnte das nicht alleine schaffen. Dadurch war er hin und her gerissen. Er musste unbedingt für die Schule lernen, damit er die Versetzung schaffte. Justin dachte während des Unterrichts oft daran, ob sein Vater heute Abend wieder besoffen nach Hause kam. Dadurch fiel ihm das Lernen immer schwerer. Die Versetzung schaffte er dennoch mit Mühe und Not. Er hatte nur noch wenige Kumpels und redete nicht mit ihnen über das, was zu Hause ständig los war. Er schämte sich für seinen Vater. Wenn er doch bloß mit dem Trinken aufhören würde, dann wäre alles wieder wie früher. Justin wünschte sich nicht sehnlicher, als dass sein Papi wieder der wäre, den er so sehr lieb hatte. Das Wochenende nahte. Justin hatte Angst davor, denn immer wenn Freitag war, trank sein Vater besonders viel. Auch diesmal war es nicht anders. Es war schon spät am Abend und Lisa und Justin sollten ins Bett. Wie so oft schliefen die beiden in einem Zimmer und in einem Bett. Lisa war sehr müde und nachdem sie jedes Mal, wenn Papi zu viel getrunken hatte, schrie er seine Mami an. Doch noch war alles ruhig und er sagte in Gedanken, lieber Gott, bitte lass Papi nicht wieder so viel trinken, damit er der Mami nichts tut und ich ruhig schlafen kann. Langsam fielen ihm die Augen zu. Plötzlich hörte er ein lautes Gebrülle und war mit einem Mal hellwach. So ein Mist, es geht wieder los. Mit dem Schlafen war es vorerst vorbei, für Justin erzitterte vor Angst. Lisa wurde wach und fing wieder sofort an zu weinen, als sie den Lärm hörte. Justin versuchte sie zu beruhigen und gleichzeitig zu hören, warum sein Vater herumbrüllte. Seine Mutter redete wie immer nur ganz leise und er konnte nicht verstehen, was sie sagte, das Geschreie steigerte sich. Auf nahm Justin all seinen Mut zusammen und lief die Treppe, so schnell er konnte, herunter. Im Wohnzimmer angekommen, sah er mit Entsetzen, dass seine Mami auf dem Rücken lag, sein Vater über sie kniete und immer wieder mit seinen Fäusten auf sie einschlug. Er schrie, lass meine Mami los, du Scheusal, du darfst sie nicht schlagen, niemand darf das. Er wollte mit seinem kleinen Körper dazwischen gehen. Sein Vater holte aus und schlug ihm mit seinem knallte auf das Laminat. Lisa stand auf einmal in der Tür, weinte und schrie laut. Im selben Moment schlug jemand die Terrassentür ein, lief sofort auf Holger zu, zog ihn hoch und versetzte ihm zwei Schläge ins Gesicht, sodass dieser zu Boden ging und außer Gefecht war. Sofort danach kümmerte er sich zunächst um Justin und dann um Laura. Justin hatte eine kleine Platzwunde am Kopf und eine Schwellung im Gesicht. Laura ging es den Sprechen ganz gut. Sie hatte abgesehen von Prellungen am ganzen Körper keine schwerwiegenden Verletzungen. Es war der Nachbar, der den Hilfeschrei von Laura gehört hatte, die 110 anrief und danach sofort mit Gewalt in das Haus kam. Kurze Zeit später war die Polizei vor Ort. Sie nahmen Holger mit, der die Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen musste. Zwei Rettungssanitäter waren ebenfalls im Haus, die Justin und Laura versorgten. Beide konnten zu Hause bleiben, weil sie keine größeren Verletzungen hatten. Justin hatte sich relativ schnell erholt. Als sie wieder alleine waren, dann nahm er seine kleine Schwester an die Hand und zusammen gingen sie zu ihrer Mami, um sie zu umarmen. Alle drei weinten. »Können wir uns nicht einen anderen Papi suchen, einen, der nicht immer so viel Bier trinkt?« sagte Lisa mit schluchzender Stimme. Laura wusste nicht, was sie darauf antworten sollte und drückte die beiden fest an sich. Nachdem sich alle etwas beruhigt hatten, gingen sie zusammen in das Schlafzimmer. Heute wollten sie alle drei beieinander bleiben. Laura gab den beiden einen Kuss und sagte, »Ich verspreche euch, so etwas wird nie wieder passieren.« Justin schlief zufrieden ein. Er hatte das Gefühl, dass seine Mutter es sehr ernst mit dem Gesagten meinte. Kapitel 14 Aufbruch in ein neues Leben Am nächsten Morgen traf Laura eine Entscheidung. Sie nahm sich einen Anwalt und reichte die Scheidung ein. Laura wusste, sie hätte es viel früher tun müssen, um ihre Kinder und sich selbst zu schützen. Doch erst die letzte Nacht gab den entscheidenden Ausschlag und öffnete ihr endlich die Augen. Holger kam am Vormittag schon wieder angesoffen nach Hause und fing sofort mit seinen Vorhaltungen an. Laura wäre schuld, dass er bei den Bullen nächtigen musste. Als Laura ihm innerlich zitternd sagte, welchen Entschluss sie gefasst hatte, sah es zunächst so aus, als wolle Holger komplett ausrasten. Doch Laura bat ihn sofort auszuziehen, da sie nicht mehr mit ihm unter einem Dach wohnen könne. Es fiel ihr unglaublich schwer, diese Worte auszusprechen, dabei kämpfte sie mit den Tränen, doch ihr Entschluss stand fest. Wo soll ich hin? Holger sprach sehr leise und ruhig. Wahrscheinlich musste er Lauras Worte zunächst verarbeiten oder er konnte es noch gar nicht fassen, was sie da sagte. Zieh zu deinen Eltern, Holger, wir haben jetzt ein Trennungsjahr vor uns, es ist das Beste für uns alle, die Kinder kommen nicht mehr richtig mit klar und was du Justin gestern Nacht angetan hast, war das allerletzte, von mir ganz zu schweigen. Laura versuchte sich mit Vorwürfen zurückzuhalten, obwohl sie ihn anschreien wollte. Sie wollte all das hinausschreien, was er in den Jahren des Sufs getan hatte, doch sie hielt sich zurück. Ich helfe dir beim Packen. Mit deiner Mutter habe ich schon telefoniert. Sie weiß, dass du kommst. Laura hatte sich diese Worte vorher schon zurecht gelegt, doch jetzt, als sie das aussprach, wurde ihr mulmig. Sollte das endgültig das Ende sein? War das jetzt das Aus ihrer Ehe? Ja, dieser Entschluss musste durchgezogen werden. Sie wird es schaffen, auch wenn auf sie in der nächsten Zeit enorme Herausforderungen zukommen werden. Holger wird sich nicht ändern, und selbst wenn es ihm gelang, eines Tages vom Suf loszukommen, wird es nie wieder wie früher sein. Er hatte zu viel zwischen ihnen zerbrochen. Ihr war bewusst, dass sie ihn trotz allem noch liebte, hoffte aber, dass diese Liebe im war. Bei diesen Gedanken musste sie schon wieder weinen. Das Versprechen, bis dass der Tod euch scheidet und in guten wie in schlechten Zeiten, konnte sie nicht einhalten. Sie hatte es sich einfacher vorgestellt, als sie Holger das Ja-Wort gab. Noch wusste Laura nicht, wie sie an alles herangehen sollte. Ihre Mutter und Mario werden ihr helfen. Vielleicht bekam sie auch Hilfe von anderen Menschen, die darauf gedrängt hatten, sie solle endlich einen Schlussstrich ziehen. Paul fiel ihr dabei ein, der immer gesagt hatte, er werde sie unterstützen, wenn sie sich trennen sollte. Eine Wohnung brauchten sie und außerdem müssen alle drei kürzer treten, denn jetzt hatte sie nur noch das Gehalt von ihr. Je länger sie darüber nachdachte, desto entschlossener wurde sie. Sie liebte ihren Mann noch immer ein wenig, jedoch konnte sie nicht mehr mit ihm zusammen leben. Sie brauchte nur an all die schlimmen Dinge denken, die er ihr und den Kindern angetan hatte, und sofort überkam sie Abscheu und Ekel. Holger wird die erste Zeit Hilfe benötigen, die sie ihm zukommen lassen könnte, denn sie verspürte ein großes Verantwortungsgefühl in ihrem inneren für ihren Mann. Auch er müsse sich keine Wohnung suchen, denn ewig konnte er bei seinen Eltern nicht bleiben. Sie kannte Holgers Eltern gut und wusste, dass diese es nicht lange mit ihm aushielten, schon gar nicht, wenn er weiterhin trinkt. Holger weinte und weinte, flehte Laura an, sie solle alles noch mal überdenken, er würde nichts mehr anfassen. Wieder und wieder entschuldigte er sich bei ihr, ja, er kniete vor Vater tun würden. Wenn Laura sich trennte, würde er sich das Leben nehmen, denn ohne sie und die Kinder konnte und wollte er nicht leben. Laura war nach diesem Auftritt komplett innerlich zerrissen. Holger tat ihr unglaublich leid und mit einigen Argumenten hatte er sogar recht. Doch wenn sie jetzt einknickte, ging es eine Weile gut und dann wieder von vorne los. Sie dachte dabei an die Demütigungen, die sie durch ihn erleiden musste, die Schläge, den zwanghaften Sex. Sie dachte an Justin und Lisa. Wo sollte es hinführen? Holger wurde je länger er trank, immer brutaler und gleichgültiger. Während dieser Zeit war ihm seine Familie völlig egal. Mit Hilfe dieser Gedanken konnte Laura hart bleiben. Holger, bitte geh. Ich wünsche dir alles Gute und dass du endlich von der Flasche Das waren ihre letzten Worte an ihn, bevor er zu seinen Eltern zog. Er war weg. Endlich, dachte sie, endlich keine Angst mehr haben zu müssen, endlich Ruhe im Haus, endlich ohne schlechte Gefühle aufwachen und einschlafen, endlich. Laura atmete tief durch und weinte. Sie weinte wie lange nicht und konnte sich kaum beruhigen. Alles, was sich in der letzten Zeit angestaut hatte, brach jetzt mit aller Macht aus ihr raus. Noch war sie krank geschrieben. Während dieser Zeit wird sie sich in Ruhe überlegen, wie es weitergehen kann. Ob sie diese komische Gruppe aufsuchen sollte? Ihre Psychologin hatte etwas von einer Gruppe für Co-Abhängige erzählt. Laura wusste nur wenig darüber, was es heißt, Co-abhängig zu sein. Nachdem sie sich erneut im Internet darüber schlau gemacht hatte, wurde ihr bewusst, dass sie dazugehörte. Ja, sogar die Kinder betraf es. Auch ihre Hausärztin hatte davon gesprochen. Jedoch hatte Laura das immer als nicht zutreffend für sich angesehen. Sie stellte sich Frauen in einem Kreis sitzend vor und jede erzählte ihre Lebensgeschichte. Vielleicht betraf es ein paar Männer, denn es gab sicherlich auch genug Frauen, die sich dem Suff widmeten. Bisher konnte sie sich jedoch nicht vorstellen, dieser Gruppe anzugehören und ihr Leben zu offenbaren. Was, wenn dort Bekannte saßen? Ihr Schamgefühl war noch zu sehr ausgeprägt. Sie würde sich überlegen, dort mal vorbeizuschauen. Jetzt hatte sie zunächst wichtigere Dinge zu tun. Es kamen schwere Zeiten auf sie, aber auch auf die Kinder zu. Noch hatte sie das Haus und die monatliche Rate plus Nebenkosten mussten gezahlt werden. Mal eben mit der Kreditkarte kaufen, was man wollte, war vorbei. Laura setzte sich nachts, wenn die Kinder schliefen, in ihre Küche und rechnete alles genau durch, was noch möglich war und was nicht mehr ging. Für sie war wichtig, dass sich Justin weiterhin in seinem Fußballverein austoben konnte und auch für Lisa musste genug vorhanden sein. Lieber verzichtete sie auf Dinge, die sie früher geliebt hatte, sich momentan aber nicht leisten konnte. Da war zum Beispiel die Sauna oder das Kosmetikstudio. Zum Friseur wird sie nicht mehr so häufig gehen können und noch viele andere Extras müssten jetzt ausfallen. Sie sah dies allerdings nicht so verbissen. Einiges hatte sie sowieso schleifen lassen, weil die Depressionen nicht mehr viel Raum für ein normales Leben ließen. Aus diesen hoffte sie mithilfe ihrer Psychologin wieder herauszukommen. Erste Fortschritte konnte sie erkennen. Das Toben mit ihren Kindern machte ihr fast schon wieder Spaß und ab und zu konnte sie auch wieder lachen. Die Kinder empfanden die neue Situation ebenfalls als die beste Lösung. Laura hatte mit beiden gesprochen, dass ihr Papi jetzt nicht erleichtert. Auch Lisa wirkte im Laufe der Zeit wieder entspannter. Laura wusste, sie hatte endlich das Richtige getan. Es fiel ihr dennoch schwer, ohne Holger zu leben. Ihre Gefühle für ihn waren noch sehr stark ausgeprägt. Er war der erste Mann, den sie liebte, und sie kannte ihn, bevor er dem Suff verfiel. Sie kannte all das Liebevolle an ihm, seine Zärtlichkeiten, seinen Humor, sich immer geborgen bei ihm. Er gab ihr den Halt, den sie brauchte. Er hatte alles, was sie von einem Mann erwartete, doch es war vorbei, leider. Diesen Holger gab es nicht mehr und wird es auch nie wieder geben. Sie weinte. Wie konnte dieser verdammte Alkohol so heftig und schnell ihr Leben zerstören? Was hat dieses Getränk für eine starke Macht? Holger konnte sich dieser Macht nicht mehr entziehen. Der Alkohol hatte ihn im Griff und nicht umgekehrt. Wann fing das alles an? Laura überlegte und dachte zurück. Vielleicht am zehnten Hochzeitstag? Möglicherweise brauchte er zu diesem Zeitpunkt schon das Zeug ohne es zu wissen. Von da wurde es schlimmer und schlimmer. In einem Tempo, welches nicht zu stoppen war. Das Allerschlimmste war, dass Holger niemand aufhalten konnte. Laura nicht. Die Therapeuten in der Klinik schafften es nur für kurze Zeit. Seine und ihre Eltern redeten oft auf ihn ein und auch sein Arzt konnte nichts ausrichten. Die Kinder, die er so sehr liebte, wurden bedeutungslos für ihn, denn sein verfluchtes Getränk stand Laura hatte zwar zugehört, zum Beispiel bei Sabine, ihrer Freundin, war aber immer der Meinung, ihr könne so etwas nicht passieren, weil Holger einen normalen Umgang mit dem Alkohol hatte. Wie sehr sie sich täuschte. Unglaublich! Manchmal konnte Laura es nicht fassen, wie stark sich Holgers Persönlichkeit innerhalb kürzester Zeit verändert hatte. Selbst nach der Trennung trank er weiter, mehr als je zuvor. Sie liebte ihn noch und er leid. Sie wollte seinen Untergang nicht mit ansehen müssen. Manchmal beim Einkaufen sah sie ihn völlig abgewrackt, unrasiert und mit einer Flasche in der Hand vor dem Netto stehen. Sie musste dann immer unter Tränen schnell weitergehen. Es war schlimm, dies anzusehen. Der Mann, der früher immer gute Laune hatte, stand jetzt hier in einem jämmerlichen, ja fast schon abscheulichen Zustand. Später miet sie diesen Discounter, weil sie sich das nicht mehr antun wollte. Immer wieder belasteten sie enorme Schuldgefühle, die sie nicht ablegen konnte. Was, wenn er sich tot säuft? Was, wenn er kriminelle Dinge tat, von denen sie ihn hätte abhalten können? Erst Jahre später konnte sie die Schuldgefühle endlich loslassen und kam zur Ruhe. Nach einigem Suchen fand Laura eine Maklerin, der sie ihre Geschichte erzählen konnte und die sehr viel das Haus betreffend für sie tat. Innerhalb kürzester Zeit bekam Laura eine schöne Wohnung, für jedes Kind wieder ein Zimmer und alle konnten sich mit der neuen Wohnensituation anfreunden. Kapitel 15 Unaufhaltsam Holger noch nicht nicht alles glauben, was Laura ihnen vorgeworfen hatte. Das war er nicht. Er war kein gewalttätiger Mann. Vielleicht war er das eine oder andere Mal etwas grob zu ihr, aber Schläge? Laura hatte oft ein Pfeilchen, blaue Flecken, dies ihm zeigte, doch er konnte nicht glauben, dass er das war. Wahrscheinlich ist ihm Gerangel öfter gefallen und hat deshalb ihre körperlichen Merkmale. Sie unterstellte ihm jedoch, dass er brutal und gewalttätig sei. Nun gut, wenn sie meinte, soll sie doch. Sie wird schon sehen, dass sie ohne ihn nicht klarkommt. Er hatte erneut eine beachtliche Menge getrunken und lachte in sich hinein. Es wird nicht lange dauern, bis sie in Anfläde zurückzukommen. Er kannte sie genau. Ohne ihn bekommt sie nichts auf die Reihe. Er wird jetzt Es kann kein Dauerzustand für ihn sein, das wusste er, doch innerhalb kürzester Zeit wird er wieder in seinem Haus wohnen. Er nahm einen außerordentlichen Schluck aus der Flasche und genoss das Gezwitscher der Vögel im Garten seiner Eltern, in dem er sich befand. Fantastisch, dachte er, das Leben ist schön. Holger raste volle Kanne in seinen Untergang. Aufgrund der Trennung war ihm alles scheißegal und er soff so viel wie nie zuvor. Im Haus seiner Eltern gab es jeden Tag Streit, weil er und sein Vater sich ständig in der Wolle hatten. Sein Alter warf ihm Nutzlosigkeit vor und erklärte ihm nicht nur einmal, dass er hier unerwünscht war. Daraufhin rastete Holger regelmäßig aus und ging seinem Vater an den Kragen. Seine Mutter musste immer dazwischen gehen, um Schlimmeres zu verhindern. Holgers Mutter machte sich schwere Vorwürfe. Warum ist der Junge in diese Abhängigkeit geraten? Sie und ihr Mann tranken nur sehr wenig Alkohol. Ihre und die Eltern von Holgers Vater hatten ebenfalls keine Probleme mit dem Getränk. Sie wusste aber, dass Holgers Uropa väterlicherseits starker Alkoholiker gewesen war. Ihr Mann hatte öfter mal von seinem Opa gesprochen und es war nie etwas Gutes. Ist es möglich, dass diese seltsame Krankheit vererbbar war? Und ihr Mann waren genau wie Lauras Eltern gläubig. Plötzlich erinnerte sie sich an eine Bibelstelle. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel noch von dem, was unten auf der Erde noch von dem, was in den Wassern und unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht, an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied, derer, die mich hassen, der aber Gnade erweist, an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. An den Kindern bis in das dritte und das vierte Glied? War die Vererbung im Buch Mose gemeint? War es so, später auch die Kinder bestraft? Sie fing bitterlich an zu weinen, denn sie liebte ihren Sohn sehr, doch wie sie ihm helfen sollte, wusste sie nicht. Irgendwann beschlossen, seine Eltern ihn rauszuschmeißen, na und? Dann lebte er auf der Straße. Holger war ständig besoffen und ging nicht mehr zur Arbeit, woraufhin ihm gekündigt wurde, sein Arbeitgeber bot ihm an, ihn zu behalten, unter der Voraussetzung eine Therapie zu machen doch so etwas kam für Holger nicht mehr in Frage. Eine hatte er gemacht, er wusste, dass er jederzeit aufhören könne, wenn er wollte, also war eine Therapie für ihn unnötig. Holgers Mutter bemühte sich so schnell wie möglich eine Wohnung für ihren Sohn zu bekommen, denn ihn einfach rausschmeißen brachte sie nicht übers Herz. Er bekam eine Wohnung und fuhr seinen Konsum langsam zurück, um nicht gleich wieder rauszufliegen. Holger konnte zunächst einen für ihn erträglichen Hartz IV gekürzt, weil er keine Eigeninitiative zeigte. Jedes Mal schrie er die Bearbeiterinnen im Jobcenter an, sie sollten auf die Baustelle gehen und richtig arbeiten lernen, anstatt vom Schreibtisch aus irgendwelche komischen Entscheidungen zu treffen. Manchmal drohte er ihnen sogar, sodass er vom Sicherheitsdienst vor die Tür begleitet wurde. Anschließend führten ihn seine Wege zum Netto, um sich etwas zum Saufen zu holen. Dort traf er regelmäßig Menschen, die das gleiche Schicksal mit ihm teilten. Gemeinsam regten sie sich dann über diese verfluchte Gesellschaft auf, über das Jobcenter, über die Bullen, mit denen sie ständig zu tun hatten. Sie regten sich über alles und jeden auf und machten sich zwischendurch über die Leute lustig, die im Markt einkaufen wollten. Bei diesen sehr sinnvollen Gesprächen ging immer eine Flasche herum, war diese Leer, gab es die nächste. Holger fand diesen Zusammenhalt unter den Sufis prima. Alle halfen sich gegenseitig. Damals hatte er die Jungs falsch eingeschätzt und eine Menge Vorurteile gehabt, doch jetzt? Er sah es mit anderen Augen. So schlimm sind sie nicht, im Gegenteil, alle waren sehr hilfsbereit. Später merkte er jedoch, dass es diese Hilfsbereitschaft nur so lange gab, wenn Schnaps vorhanden war, wenn nichts mehr da war, kam es oftmals zu Schlägereien. Es war ihm egal. Er gehörte jetzt dazu und wusste, wo er sich aufhalten konnte, denn den ganzen Tag in der Bude abhängen ging gar nicht. Holger war oft so sehr zugesoffen und verpeilt, dass er den Weg nicht nach Hause fand und dann irgendwo am Straßenrand mit vollgepinkelter Hose herumlag. Nicht selten musste ihn die Polizei auflesen und ihn in die Ausnüchterungszelle bringen. Dort randalierte er sinnlos herum und am nächsten Morgen wurde wieder vor die Tür gesetzt. Manchmal, wenn er nüchtern und auf Entzug war, zog sein Leben an ihm vorüber und er dachte mit Tränen in den Augen an die Zeit mit Laura und seinen Kindern. Er wollte sie zurück haben, doch Laura gab ihm keine Chance mehr. Die Kinder durfte er für ein Scheißleben. Warum hassten ihn alle und verachteten ihn? Er konnte sich diese Fragen nicht beantworten. Wenn er Kohle hatte, interessierte ihn das ganze Dilemma nicht, weil er dann einen beachtlichen Pegel in sich trug und gut mit seiner Situation umgehen konnte. Er wird sich totsaufen, das wusste er, doch es war ihm egal. Eigentlich wartete er nur darauf, dass die Lichter ausgingen. Er befand sich im freien Fall, wollte ihn aufhalten, jedoch die meiste Zeit war es ihm gleichgültig, wie weit es noch nach unten ging. Nachdem er wieder eine richtig große Ziehung gemacht hatte, drei Flaschen Wodka waren für ihn nur noch Pille Palle, wachte er im Krankenhaus an Schläuchen hängend auf. Was sollte dieser Mist? fragte er sich. Wie kam er überhaupt hierher? Eine Schwester klärte ihn auf. Er wurde aus seiner brennenden Wohnung geholt und wiederbelebt und war jetzt hier. Wieso brannte seine Bude? Er hatte starke Erinnerungslücken und eigentlich wusste er nichts mehr vom Vorabend. Der zuständige Arzt klärte ihn dann schließlich auf. Holger hatte versucht zu kochen und irgendetwas auf dem Herd stehen gelassen, welches das Feuer auslöste. Ihn fand man leblos auf der Couch. Er wurde reanimiert und zurück in das Leben geholt. Sein Blutalkoholwert lag bei 5,2 Promille. Der Arzt sagte ihm auch ohne Umschweife und völlig schonungslos, dass er das nächste halbe Jahr nicht überleben werde. Seine Organe waren so stark angegriffen, insbesondere die Bauchspeicheldrüse und die Leber, dass kaum noch etwas zu machen wäre, wenn er nicht sofort mit dem Trinken aufhöre. Holger glaubte zuerst, der Doc mache einen Scherz, doch es stellte sich heraus, dass dieser Arzt es sehr ernst meinte. Holger müsse radikal sein Leben ändern, sonst gäbe es ihn innerhalb kürzester Zeit nicht mehr. Er könnte, wenn er es wollte, von allen Seiten Hilfe bekommen, um dem Alkohol zu entsagen. Wow! Das war mal eine Nachricht, die ihn komplett umhaute. dem Alkohol entsagen, wie schön ausgedrückt. Naja, das musste er sich noch in Ruhe überlegen, er hatte nichts mehr zu verlieren, also, warum sollte er aufhören zu saufen? Doch dann tat er es. Er zog es wirklich durch, und das mit aller Ernsthaftigkeit. Nach anfänglichem Zögern entschloss er sich mit dem Suff komplett abzuschließen. Er wusste, warum er es tat, was ihn erwartete, und hatte es die erste Zeit unglaublich schwer. Er kämpfte, er zog diesen verfluchten Entzug durch, und vor allem nahm er endlich Hilfe an. Er bekam einen Psychologen an die Seite, öffnete sich diesem komplett, so dass alles, was in seinem Inneren schlummerte und ihn bisher unbewusst belastet hatte, hervorgeholt wurde. Er entschied sich nach einigem Zögern und viel Überredenskünsten von seiner Sozialpädagogin für eine sehr lange Therapie und trank nach seinem Blackout in der Wohnung bis heute keinen Tropfen mehr. Er benötigte eine lange Zeit, um diesen enormen Saufdruck zu überstehen, doch er kämpfte und bezwang ihn jedes Mal. Holger schloss sich einer Selbsthilfe Gruppe an und begann ganz langsam sein Leben zu lieben. Nach einem sehr langen Zeitraum hatte er endlich vorsichtigen Kontakt mit Laura, Justin und Lisa. Nach einiger Zeit vertrauten alle drei ihm wieder. Es gab für ihn kein Zurück mehr, das wusste er. Ihm war klar, dass die Liebe zwischen ihm und Laura nicht mehr vorhanden war und auch nie wieder entfacht werden konnte. Er hatte zu viel zerstört. Doch auch von seiner Seite spürte er keine Liebe mehr zu seiner Ex-Ehefrau. Er fragte sich, warum diese einst unerschütterliche Liebe erkaltet war. Waren es ihre Macken, denen er sich nie wieder aussetzen wollte? Nein, das war es nicht. Jeder hatte seine Macken und bisher konnte er ganz gut damit umgehen. Doch was war es dann? Warum liebte er Laura nicht mehr? Er hatte knapp zwei Jahre fast ununterbrochen durchgesoffen. Während dieser Zeit war der Alkohol seine große Liebe und eine andere hatte daneben keinen Platz. So sehr er auch überlegte, er fand keine Antwort darauf. Warum er nicht einmal mehr Gefühle für seine einstige Traumfrau hatte, es war aus und vorbei. Sie konnten beide gut, wenn auch verhalten unternahmen sich hin und wieder alle vier etwas zusammen, doch am Ende blieben nur die Erinnerungen für ihn und für Laura an die Zeit, als sie sich bedingungslos liebten. Er wusste genau, dass Laura das Richtige getan hatte. Er hätte genauso wahrscheinlich schon viel früher die Bremse gezogen. Auch heute noch geht Holger hin und wieder zu den Discountern, seine alten Kumpels besuchen, denn er wusste jetzt, dass hinter jedem Einzelnen ein furchtbares Schicksal lag. Er verurteilte niemanden mehr für seine Alkoholsucht. Er kannte alle Geschichten von jedem, der hier herum stand, denn er war einer von ihnen. Holger wusste, dass alle sich ein vernünftiges Leben wünschten, es jedoch in den meisten Fällen nicht schafften, weil sie sich ergaben oder es unvorstellbar für sie war, jemals wieder ein normales Leben führen zu können. Deshalb war er hier, um zu versuchen, den einen oder anderen weg vom Suff zu führen und sollte es ihm nur bei einem Einzelnen gelingen, dann hätte er schon einen großen Erfolg erzielt. Nicht jeder hatte die Möglichkeit, aufgrund häuslicher Misshandlungen oder Vernachlässigungen einen guten Schulabschluss hinzulegen, wurde aufgrund dessen sehr schnell von der Gesellschaft ausgeschlossen und auf das Abstellgleis geschoben. Diese Menschen fanden ihren Trost nur noch im Suff. Doch er traf hier auch den Chirurgen, der den Tod seiner Frau nicht verkraftete, vor jeder OP einen Flachmann leeren musste, um das Zittern der Hände unter Kontrolle zu bekommen, der schließlich aufgrund eines Fehlers seinen Job verlor und unaufhaltsam in die Tiefe stürzte. Er hatte hier vor den nicht kannte. Er wusste, dass die meisten Menschen in der Gesellschaft das Gleiche tun, wie er damals, beurteilen und verurteilen. Holger wollte jedoch nicht mehr dazugehören. Er half, wo er konnte und schaffte es im Laufe der Jahre, den einen oder anderen vom Alkohol wegzubekommen. Er wusste auch genau, dass allein die Abstinenz nicht ausreichend ist, um zufrieden leben zu können, denn bei jedem hat das Trinken eine Ursache, der auf den Grund gegangen werden musste, um sie zu beseitigen. Dies konnte mit Suchtberatern, Therapeuten oder Psychologen erreicht werden. Die meisten versuchten zunächst, er gehörte auch mal dazu, nur das Notwendigste von sich preiszugeben, denn wer erzählt schon gern von seinen ganz persönlichen Problemen, doch irgendwann ist es unausweichlich, wirklich alles von später wieder zur Flasche greifen. Holgers Psychologe ging in die Tiefe, es wurde alles ausgegraben, was ganz unten in ihm schlummerte, vieles davon war ihm überhaupt nicht bewusst, es war schmerzhaft, sehr schmerzhaft, doch dadurch erkannte er so nach und nach, dass er von seinem Vater ein Leben lang Bestätigung erwartete, die er nicht bekam. Er wollte seinem Vater niemals als Weichei gegenüberstehen, denn dies konnte sich schon in der frühesten Kindheit anhören und er tat alles dafür, es seinem Vater recht zu machen. Vielleicht war dies ein Umstand oder eine Ursache für seine immer mehr werdenden Trinkgewohnheiten. Es ging ihm deutlich besser, als er seine Probleme, welche ihm nie bewusst waren, erkannte. Er konnte sie jetzt loslassen und endlich damit umgehen. Holger wusste außerdem, dass Männer weinen dürfen und es manchmal auch tun sollten. Er erkannte seine Berufung darin, Menschen vom Alkohol wegzuführen, aufzuklären und wurde schließlich Suchtberater. Diese Tätigkeit führte ihn völlig aus und er wurde, was kaum jemand für möglich gehalten hatte, zufrieden abstinent. Kapitel 16 Das Lächeln kommt zurück. Laura bereute nicht eine Sekunde den Schritt, den sie gegangen war. Es war hart, die erste Zeit, keine Frage, doch sie hatte Hilfe, sehr gute Hilfe. Ihre Eltern waren immer für sie und die Kinder da. Paul gab ihr ebenfalls viel Kraft. Doch auch von anderen Seiten, die sie niemals in Erwägung gezogen hatte, bekam sie Unterstützung. Ihre Psychologin, die sie jetzt seltener brauchte, riet ihr dennoch einfach mal zur Suchtberatung zu gehen. Laura verstand erst gar nicht, was sie da sollte, denn sie war doch nicht die Betroffene, sondern Holger. Ihr wurde verdeutlicht, dass sie co-abhängig und immer noch stark in einem Trauma verstrickt sei. Bei fast jeder Suchtberatungsstelle gab es Hilfe auch für diese Betroffenen. Laura ging hin, konnte man sich ja mal anhören, dachte sie, allerdings versprach sie sich nicht viel davon. Das erste Beratungsgespräch verlief noch sehr verhalten, von Lauras Seite aus, so nach und nach konnte sie sich jedoch auch hier öffnen, ihre Geschichte erzählen und bekam tatsächlich professionelle Hilfe. Sie ging regelmäßig zu diesen Beratungen und bereute es nicht. Sie konnte sich hier durch die sehr persönlichen Gespräche und mit Hilfe ihrer Psychologin von Verstrickungen und Problemen lösen, die sich durch den Leidensdruck bei ihr gebildet hatten. Ihre Beraterin, zu der sie mittlerweile ein gutes Vertrauensverhältnis aufgebaut hatte, empfahl ihr, zu einer Selbsthilfegruppe für Angehörige zu gehen. Sie hatte sich immer davor gedrückt, doch auch dies tat sie. Laura war angenehm überrascht. Genau diese Gruppe hatte sie gebraucht. Es war erstaunlich, denn die Suchtberaterin hatte zu ihr gesagt, sie solle die verschiedenen Gruppen zunächst testen, um dann entscheiden zu können, welche die richtige sei. Beim ersten Treffen sagte sie kein Wort, doch sie hörte zu. Sie hörte gut zu. Dort waren fast nur Frauen, die so wie sie schlimmste Dinge erlebt hatten und immer noch erleben, weil manche den finalen Schritt bisher nicht gegangen sind. Doch es gab auch Männer, die Furchtbares durchgemacht hatten, kaum vorstellbar, dass suchtkranke Frauen zu Dingen fähig waren, die verabscheuungswürdig sind. Sie tauschten sich gemeinsam über ihre Erlebnisse aus. Dabei bemerkte Laura, dass es noch viel schlimmere Begebenheiten gab, als sie es mit Holger erlebte. Häusliche Gewalt gegenüber den Partnern gab es bei fast jedem hier, doch auch Missbrauch und schwere körperliche Gewalt den Kindern gegenüber war keine Seltenheit. Manche Frauen mussten in das Frauenhaus flüchten, weil ihre Männer drohten, sie und die Kinder umzubringen. Sie sprachen darüber, dass viel zu wenig betroffene Angehörige die angebotene Hilfe, die es zweifelsohne in Deutschland zur Genüge gab, annahmen, weil die meisten nicht wissen, dass es diese Hilfe gibt, oder aber ihr Schamgefühl zu groß war. Nur nicht darüber reden, trau keinem, unterdrücke deine Gefühle, so die Gedanken von vielen der Betroffenen. Den meisten war es nicht bewusst, wie es auch bei Laura der Fall war, dass sie co-abhängig sind, dass dies eine Beziehungsstörung ist. Viele waren von ihren Partnern eingeschüchtert worden, sodass sie den Weg der Hilfe gar nicht erst in Erwägung zogen. Die Kinder in diesen Familien wurden zurückhaltend in sich gekehrt und hatten kaum Kontakte zu ihren Altersgenossen. Durch diese Gespräche bekam Laura das Bewusstsein, dass nicht nur sie, sondern auch Justin und Lisa co-abhängig waren. Jeder denkt, dass nur sie oder er diese enormen Probleme mit ihren Partnern haben, doch es gibt in unserem Land mindestens 8 Millionen Menschen, die von dieser Beziehungsstörung betroffen sind. Laura erfuhr in ihrer Gruppe, dass sich in fast jeder Familie ein Suchtkranker befindet und demzufolge seine Mitmenschen in irgendeiner Form co-abhängig sind. Sie begriff, dass die Co-abhängigkeit eine verkannte und verschwiegene Abhängigkeit ist. Es gab Menschen, bei denen der Partner nicht suchtkrank war, diese aber trotzdem aufgrund einer Abhängigkeit an ihm gefesselt waren. Da war die Krankenschwester, die ihren Mann schon lange nicht mehr liebte, sich dennoch nicht von ihm trennen konnte, weil sie Angst vor der Einsamkeit hatte. Ein Mann erzählte in der Gruppe, dass bei einigen war der Partner oder die Partnerin nicht gewalttätig, allerdings so stark durch den Alkohol eingeschränkt, dass auch da eine Trennung der Betroffenen unmöglich schien, weil die Angst vorherrschte, dass ihr Partner ohne sie nicht mehr im Leben allein und selbstständig klarkommen würde. Laura bekam den sogenannten Aha-Effekt, als sie erkannte, dass nicht die Liebe sie bei Holger gehalten hatte, sondern ihre schon krankhafte Abhängigkeit. Liebe konnte es nicht sein, wenn ihr Mann sie verprügelte, vergewaltigte, sie demütigte und beleidigte. Nur aufgrund ihrer Gedanken an früher und den einst so tollen Mann konnte keine Liebe vorhanden sein. Ihr war dennoch bewusst, dass ein kleiner Teil in ihr Holger immer in guter Erinnerung behalten würde. Sie dachte an das, was ihre Ärztin ihr vor zwei Jahren erzählte, natürlich, diese hatte damals Recht. Der Süchtige bekommt die gesamte Beachtung, sei es durch Suchtberatungsstellen, durch Therapeuten, Psychologen, aber auch durch Verwandte oder Bekannte, wohingegen der Co-abhängige Partner kaum oder keine Aufmerksamkeit erhielt. Oftmals waren die Gründe, dass die Betroffenen versuchten, den Schein zu wahren, sich schämten oder zu schwach waren. Es lag aber auch daran, dass sie nicht wussten, dass es Hilfe gab. Durch die Suchtberatungsstellen, Selbsthilfegruppen, durch Frauenhäuser oder den Weißen Ring. Dies musste sich unbedingt ändern, dachte Laura. Es war wichtig, dass diese Unwissenheit ausgeräumt und auf die helfenden Stellen hingewiesen wird. Aus eigener Kraft sich von seinem Partner zu lösen, ist sehr schwer und bedarf in den meisten Beziehungen Hilfe, wie es auch bei Laura der Fall war. Laura weinte viel, als sie dieses ganze Elend in geballter Ladung erklärt bekam. Wie konnte so etwas alles nur in einem Land wie Deutschland geschehen? Sie dachte in erster Linie noch nicht mal Kindern angetan. Sie hörte Einzelheiten, bei denen sie einen Weinkrampf nach dem anderen bekam. Laura konnte nicht fassen, dass in einem so angeblich fortschrittlichen Land Dinge hinter geschlossenen Türen passieren, die schauderhaft und grauenvoll waren. Sie erfuhr, dass die Jugendämter auf einem ganz schmalen Grat wanderten, doch fast ausschließlich entgegen mancher Meinung im Volksmund eine hervorragende Arbeit leisteten, um den Kindern zu helfen. Jeder, der die Bereitwilligkeit des Jugendamtes bewertet oder sogar verurteilt, sollte nur einen einzigen Tag diese Tätigkeit ausüben, um zu sehen, was die Mitarbeiter dort für ein enormes Pensum zu erfüllen haben. Verdammt noch mal, dachte sie, Kinder sollen und müssen Kinder sein, Kinder sollen niemals schreckliche Dinge erleben, in keiner Weise. Kinder sollen und müssen unbeschwert in ihr noch junges Leben starten und nicht schon in ihrem zarten Alter die immensen Probleme der Eltern mitbekommen oder Verantwortung für eines ihrer Elternteile tragen müssen. Kinder dürfen niemals Opfer von Gewalt oder Missbrauch werden. Kinder müssen Spaß und Freude am Leben haben. Kinder sollen gelobt werden, auch für Dinge, die den Erwachsenen banal erscheinen. Kindern muss oft gesagt werden, ich hab dich lebe, du bist einmalig und du bist wertvoll. Was ging in den Köpfen von den Menschen vor, die so etwas taten? War es einfach nur mangelnde Bildung oder war es der verfluchte Alkohol? Ja, es war in den meisten Fällen der Alkohol, durch den sich die Menschen so sehr veränderten, dass sie selbst vor den schlimmsten Gewalttaten an ihren Partnern und ihren Kindern nicht zurückschreckten. Naura fragte sich, warum es in Deutschland den Alkohol an jeder Ecke zu haben dazu auch noch sehr billig gab? Warum wurde das Zeug in vielen TV-Sendungen verherrlicht und verharmlost? Waren es die Steuern, die der Staat einnahm oder war es gewollt? Wer trinkt, stellt keine Fragen und kann sich nicht auf die wesentlichen Dinge des Lebens konzentrieren? Das hatte sie von Mario gehört und er hatte wahrscheinlich Recht. Auch wenn die offiziellen Statistiken einen Rückgang des Konsums angaben, wusste sie, dass dies nicht der Wahrheit entsprach, die Zahl der Alkoholabhängigen ist innerhalb weniger Jahre enorm gestiegen. Offiziell seien circa zwei Millionen Menschen abhängig, die Dunkelziffer wird deutlich höher sein, denn viele können überhaupt nicht registriert werden. Sie war nicht gläubig, doch irgendwie dachte sie, dass der Alkohol vom Satan kam, um die Menschen zu verblöden, zu verblenden und gewaltbereit zu machen. Laura musste sich eingestehen, dass sie viel zu spät die Trennung von Holger vollzogen hatte. Ihre Kinder, besonders Justin, hatten schon zu viel häusliche Gewalt seitens ihres Vaters mitbekommen. Wieder weinte sie heftig bei diesen Gedanken. Hätte sie womöglich ihre Ehe retten können? Nachdem, was sie bisher alles in den Gruppen gehört hatte, wäre es nicht ausgeschlossen gewesen. Sie und Holger hätten absolut ehrlich miteinander reden müssen, denn zum Anfang wäre es noch möglich gewesen. Holger und sie liebten sich damals und konnten sich alles erzählen. Hätte Holger von seinem Bestätigungsproblem, welches er seit der Kindheit hatte, erzählt, vielleicht wäre eine Psychotherapie für ihn in Frage gekommen, wenn es ihm damals schon bewusst gewesen wäre. Doch das war es nicht. Sie hätte möglicherweise näher auf ihn eingehen können und versuchen müssen, seine Suchterkrankung zu verstehen. Es war definitiv falsch, ihm sein Alkohol auch noch zu besorgen, weil er selbst nicht in der Lage dazu war. Wie oft hatte sie ihm Vorhaltungen gemacht, die jedoch nicht förderlich waren? Denn ständige Vorwürfe können das Trinken verstärken und zu Aggressionen führen, die sie am eigenen Leib gespürt hatte. Eine Paartherapie konnte helfen, wenn beide es wollten. Das alles erkannte sie erst jetzt. Sie wusste auch, dass sie sich von Holger abhängig gemacht hatte und sein Getrinke ihr Leben und das ihrer Kinder bestimmte. Diesbezüglich machte sie sich keine Vorwürfe mehr, doch sie wusste, dass Reden ein Schlüssel war, um Schlimmeres zu verhindern. Lange Zeit konnte sie ihrem Mann nicht vergeben, obwohl sie seit längerem wusste, dass Alkoholismus eine Krankheit ist. Sie machte Holger oft Vorwürfe, dass er keinen Willen hatte. Heute weiß sie, dass es mit dem Willen alleine nicht möglich ist, diese Krankheit zu besiegen. Es gibt keine Krankheit, die nur mit dem eigenen Willen geheilt werden kann. Irgendwann schaffte sie es, sie konnte ihm endlich vergeben, loslassen und bemerken, dass dadurch eine enorme Last von ihr abfiel. Sie bekam ein Stückchen Freiheit zurück, doch vor allem kam Laura zur Ruhe. Ihr Entschluss stand fest, sie wird sich mit all ihrer Kraft und ihren finanziellen Möglichkeiten für die Kinder einsetzen, die aus Problemfamilien kamen. Zugleich wird sie Frauen helfen, die so wie sie sich nicht lösen können von ihren gewalttätigen Partnern, weil eine Abhängigkeit vorhanden war. Dies alles tat sie. Sie gründete ein Kinderdorf, in dem sie mit einem befreundeten Ehepaar ähnlich wie in einer WG lebte. Justin und Lisa bekamen drei Adoptivgeschwister und sie wurden eine ganz normale Patchwork-Familie. Die Kinder gingen zur Schule oder in die Kita, konnten in ihren Vereinen tätig sein, sie unternahmen alles zusammen, Ausflüge oder fuhren in den Urlaub. Gegessen wurde immer gemeinsam, dort tauschten sie sich untereinander aus und lachten viel. Alle verstanden sich gut. Natürlich gab es auch Streit untereinander, doch dieser wurde durch Reden, Entschuldigen und Vergeben schnell wieder ausgeräumt. Wenn Laura abends zu Bett ging, war sie oft fix und fertig, doch dieses Platzsein sah sie immer als Erfolg. Sie freute sich auf den neuen Tag und konnte zufrieden einschlafen. An einen Mann dachte sie vorerst nicht. Klar, manchmal hätte sie gern die Wärme oder Nähe eines Mannes gespürt, doch jetzt lag ihr Augenmerk zunächst auf den Kindern. Sie, ihre zwei Mitstreiter, aber auch Justin und Lisa konnten diesen Kindern die Liebe geben, die sie nie kennengelernt hatten. Es dauerte zwei Jahre, bis sie sich endgültig mit Hilfe der Gruppen, Psychologin und Freunden von ihrem einst so tief sitzendem Trauma lösen konnte. Sie benötigte keine Tabletten mehr und die Angst gehörte ebenfalls der Vergangenheit an. Justin und Lisa kamen schneller aus der damaligen Situation heraus als gedacht und konnten sich beide wieder sehr gut integrieren, sei es in der Schule, bei ihren Vereinen oder aber auch in ihrer geliebten Patchwork Familie. Laura hoffte sehr, dass sich nicht in späteren Jahren doch noch eine Beeinträchtigung der Psyche zeigen würde. Sie engagierte sich auch an den Wochenenden für Kinder, die aus Familien kamen, in denen es nicht sehr gut lief, war Mitorganisatorin für Kinderfeste, half Frauen, denen es noch nicht gelang, sich von ihren Partnern zu lösen, und gründete einen Kinderverein für Problemkinder. Sie sprach mit Paul und konnte in ihrem Hauptberuf auf 20 Stunden runtergehen, um mehr Zeit für ihre wahre Bestimmung zu haben. Irgendwie schon komisch, dachte sie. Holger hatte seine Berufung gefunden, Abhängigen zu helfen, und sie setzte sich für die Menschen ein, die unter dieser Abhängigkeit des Partners oder Eltern litten. Auch Sabine schaffte es nach Jahrzehnten mit Lauras Hilfe, sich von ihrem Mann zu trennen. Es fiel ihr unglaublich schwer, doch ihr Leben änderte sich nach diesem Schritt schlagartig und sie kam zurück ins Leben. Manchmal glaubte Laura, das Schicksal hatte alles so gewollt oder war es Gott, der alles lenkte? Wie auch immer, so sollte es sein. Lauras lächeln, welche lange Zeit verschwunden war, kam zurück. Kapitel 17 Die Hoffnung stirbt zuletzt Sucht ist stärker als Liebe? Nicht immer. Gott sei Dank gibt es auch Beziehungen, in denen die Liebe mächtiger ist als die Sucht und somit die Familien intakt bleiben. In diesen Fällen haben beide Partner die Kraft der Liebe den Vorrang zu geben. Diese Paare muss man beglück wünschen, denn es sind leider Ausnahmen. Bei Menschen, die nicht betroffen sind, stellt sich oft die Frage, warum erdulden die Menschen so lange diese enorme Belastung? Warum trennen sie sich nicht? Doch so einfach ist es nicht. Viele Menschen bieten Hilfe an, Eltern, Lehrer, Jugendämter, Sozialarbeiter, Freunde oder auch Arbeitskollegen, denen nichts verborgen bleibt, in welchen katastrophalen Zuständen manche Familien sich befinden. Dennoch schaffen es die meisten der betroffenen Partner erst nach sehr langer Zeit oder im ungünstigsten Fall gar nicht, sich aus der Co-Abhängigkeit zu lösen. Oft verschweigen oder verleugnen sie ihre Probleme mit ihrem Partner. Dabei spielt das Schamgefühl eine große Rolle. Wer möchte schon gern zugeben, dass der eigene Mann oder die Frau ein versoffenes, gewalttätiges Monster ist? Selbst wenn es durch die Nachbarn, Arbeitskollegen oder auch durch Freunde offensichtlich wird, dass etwas nicht stimmen kann, wird bagatellisiert und der abhängige Partner entschuldigt. Ja, manchmal trinkt er ein bisschen zu viel, aber er weiß auch, wann er aufhören kann. Oder ihm ist die Hand ausgerutscht. Doch das wollte er nicht. Er ist er sonst ein ganz lieber Mensch. Oftmals werden sich Alibis für den suchtkranken Partner ausgedacht, damit dieser seinen Job nicht verliert. Leider kommt es aber auch vor, dass von Mitmenschen oder Nachbarn weggeschaut wird, weil es nicht das eigene Problem ist. Dabei werden stumme Hilfeschreie überhört. Nicht selten gibt es Meinungen wie Selbstschuld. Warum hat sie sich auch diesen Typen genommen? Habe ich doch gewusst, dass er ein Säufer ist. Oder auch Männer sie wohl schlägt, dann hat sie wohl nichts anderes verdient. Harte Worte, die in unserer Gesellschaft dennoch häufig vorkommen. Meistens geschieht es aus Unwissenheit oder aber auch aus der eigenen Glückseligkeit, dieses Problem mit dem eigenen Partner nicht zu haben. Die Co-Abhängigkeit baut sich sehr langsam auf. Nach der anfänglichen Beschützerzeitspanne folgt das Kontrollieren des abhängigen Partners. Alkohol wird weggeschüttet oder versteckt. Es wird akribisch darauf geachtet, wie viel der Suchtkranke trinkt oder es wird ihm nur noch in geringe Mengen eingeteilt. Dies ist jedoch nicht der sinnvollste Weg, denn der Suchtkranke wird aus diesem System fast immer ausbrechen, um an die Menge Alkohol zu kommen, die er benötigt. Dadurch können wiederum Streit und körperliche Übergriffe entstehen. Warum kommt es trotz des enormen Leidens Druckes, den die Co-Abhängigen erdulden müssen, nicht zur Trennung von Suchtkranken. Dies hat verschiedene Ursachen. Der Partner quäht sich mit dem Gedanken, wenn ich ihm nicht helfe, geht er ganz unter. Auch spielt sehr oft das Eheversprechen eine große Rolle, in guten wie in schlechten Zeiten. Liebe, Angst, Alleinsein, finanzielle Abhängigkeit, Mitleid, Kraftlosigkeit, Helfersyndrom, scheinbar keine Hilfe von außen aufgrund der Unwissenheit, hemmen die Gesundung, der Beziehungsstörung. All dies führt dazu, dass der oder die Co-Abhängige sich nicht trennen kann und über viele Jahre diese Co-Existenz aufrechterhalten wird. Früher oder später kommt es zur völligen Aufgabe. Sie fühlen sich komplett alleingelassen und ergeben sich ihrem vermeintlichen Schicksal. Dies führt häufig zu psychosomatischen Störungen wie Kopfschmerzen, Panikattacken, Herzbeschwerden, Schlaflosigkeit, Nervosität bis hin zu Depressionen und Suizidgedanken. Mehrfach kommt es vor, dass zu Beruhigungsmedikamenten oder ebenfalls zu Alkohol gegriffen wird, was eine eigene Abhängigkeit zur Folge haben kann. In den meisten Fällen sind es Frauen, die es betrifft, jedoch auch Männer sind nicht davon gefeit. Co-Abhängige fühlen sich schuldig an der bestehenden Situation. Sie haben, je länger diese Beziehungsstörung andauert, keinerlei Selbstwertgefühl oder Selbstliebe in sich. Wenn es gelingt, sei es durch den Hausarzt, einem Freund oder eine Freundin, durch die Eltern oder auch einer professionellen Suchtberatungsstelle, den Betroffenen zum Sprechen zu bewegen, um seine eigene Situation anzuerkennen und anzunehmen, ist ein großer Schritt in die richtige Richtung getan. Mehrfach wird dabei eine enorme Erschöpfung zu Tage gefördert, die mit einer zum Beispiel ambulanten Psychotherapie aufgearbeitet werden kann. Die Betroffenen müssen zu sich selbst zurückgeführt werden, denn es ist enorm wichtig, dass die Person gesund wird. Davon wiederum profitiert die ganze Familie. Co-Abhängige können sich meistens nicht abgrenzen, brauchen es, gebraucht zu werden, wollen es allen recht machen und suchen oftmals nach Bestätigungen. Sie übernehmen häufig die Verantwortung für den Partner, und sind nicht in Kontakt mit ihren Emotionen. Hinzu kommt die Angst, verletzt zu werden, Gefühle auszudrücken, Verharmlosung oder Verleugnung der eigenen Situation. Die Co-Abhängigkeit entwickelt sich langsam, unmerklich und ist die Voraussetzung für Familienmitglieder, um in einer länger anhaltenden, belastenden und schmerzlichen Familiensituation bestehen zu können. Die Übernahme einer bestimmten Rolle ist ein Abwehrmechanismus gegen den emotionalen Schmerz. Es bedarf eine bewusste Entscheidung, den Blick ausschließlich auf sich selbst zu richten, zu erkennen, dass die eigene Beziehung zum Partner nicht auf Liebe, sondern auf ein Abkommen beruht. Es ist fast unmöglich, dies aus eigener Kraft zu schaffen. Deshalb ist es enorm wichtig, die gebotene Hilfe beispielsweise durch professionelle Institutionen oder Vereine, Selbsthilfegruppen oder den Hausarzt in Anspruch zu nehmen, die eigene Scham überwinden, um langfristig in ein annehmbares Leben zurückzufinden. Wenn der suchtkranke Partner erkennt, dass nicht mehr alles so läuft, wie er es sich vorstellt und wie es bisher immer war, wird er oftmals sein eigenes Verhalten ebenfalls überdenken und eventuell eine Therapie anstreben. Dadurch kann im günstigsten Fall die Familie gerettet werden. Manchmal kommt es vor, dass der Süchtige mit Suizid droht, sollte sich sein Partner von ihm trennen. Dies darf den Co-Abhängigen dennoch nicht davon abhalten, sein Vorhaben durchzuziehen, um sein eigenes Leben wiederzufinden. Es ist besser, das sinkende Schiff zu verlassen, um nicht selbst unterzugehen. Kinder aus Familien, in denen mindestens Einsucht krank erlebt, sind besonders gefährdet. Sie werden in ihrer Entwicklung gestört oder behindert, sie verlieren häufig aus Schamgefühl ihre sozialen Kontakte und leiden unter seelischen, manchmal auch körperlichem Missbrauch. Dies alles kann dazu führen, dass diese Kinder letztendlich ihr Leid und ihren Kummer später genauso mit Alkohol, Drogen oder Medikamenten kompensieren. Kinder öffnen sich sehr selten aus Angst oder Schamgefühl, wenn Lehrer und Sozialpädagogen der Schulen erkennbare Hinweise erhalten, ist es notwendig zu handeln. Doch auch diese wandeln genau wie das Jugendamt auf einem sehr schmalen Grad, weil es in den seltensten Fällen offensichtlich ist, worin das Problem der Kinder besteht. Da die Anzahl der Suchterkrankungen in Deutschland zunimmt, ist es unausweichlich, dass auch die Quote der Co-Abhängigkeit steigt. Hier bedarf es eine gezielte Aufklärung, die durch Präventionskampagnen, Vorträge und Appelle durchgeführt werden kann, um die Betroffenen zu erreichen und ihnen Hilfe zukommen zu lassen. In vielen Suchtberatungsstellen, Institutionen, Vereinen oder Selbsthilfegruppen findet dies bereits statt, kommt bisher jedoch nicht so stark zur Verbreitung, sodass die Betroffenen meist keinerlei Kenntnis davon haben. Der Mainstream sorgt permanent dafür, dass durch Werbung für Alkohol, Sex, Spielerei, Schönheitsidole, Konsum, Unterhaltung und so weiter, aber auch durch die Medien selbst Süchte gefördert werden, die immer größere Ausmaße annehmen, wäre es da nicht an der Zeit, gezielte Prävention und Aufklärungskampagnen im Internet oder in der Presse zu verbreiten, um diesen entgegenzuwirken? Wäre es nicht sinnvoller, Werbung für Suchtberatungsstellen, Caritas, dem Blauen Kreuz, La Coste, Diakonie und andere zu senden? Alle diese Institutionen oder Vereine sollten viel mehr Aufmerksamkeit vom Verbraucher bekommen, damit dieser weiß, an wen er sich im Bedarfs verwenden kann. In Bezug auf Aufklärung für alle Abhängigkeitserkrankungen besteht in unserem Land ein großer Nachholbedarf. Es müssten je nach Abhängigkeit bundesweite Präventionsziele formuliert werden, um gute Aufklärungsarbeit zu leisten. In zaghaften Versuchen findet das in einigen Bundesländern mehr oder weniger erfolgreich statt. Das Problem, um die Kampagnen auszuweiten, liegt wie immer am Geld. In erster Linie ist es die Aufgabe der Kassen für Aufklärung und Prävention zu sorgen, da es in ihrem Interesse ist, den Gesundheitszustand des Betroffenen wiederherzustellen. Diese sind aber wie fast alle in diesem Land gezwungen, ihr Geld zusammenzuhalten, um Zusatzbeiträge zu vermeiden. Vielleicht wäre es ein guter Ansatz, wenn der Bund nicht nur die Steuern für beispielsweise den Alkohol kassiert, sondern auch Folgekosten übernimmt oder zumindest die Kassen insofern unterstützt, dass etwas Konstruktives für Suchtkranke und für die Co-Abhängigen dabei herauskommt. Somit könnte viel Leid, Kummer und Elend verhindert werden, um allen Betroffenen Hoffnung zu geben. Die Bibel 1. Korinther Kapitel 13 Vers 13 Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei sind aber die Liebe ist die größte unter ihnen.